Da sind wir aber schon wieder, so schnell geht das, hier bei ZMSTV. Ich hoffe mal, dass der Ton da ist. Ich gucke mal eben ganz kurz, aber eigentlich sollte der Ton da sein. Keine Ahnung, was davon verstellt war. Danke an den einen polnischen Fahrer, der uns da diese Information gegeben hat. Ähm. Ja. Der Stream ist angeblich noch nicht online. Ist er aber. Ja, Sound haben wir sehr gut. Das ist denn richtig nice. Ja, es bleibt immer noch spannend um die erste Position. Three Riding No Talks. Dreieinhalb Sekunden. Also lang ist es nicht mehr. Wir fahren mal ins Copset. Das ist ein GT-R. In der Realität ist das ja noch nicht so erfolgreich, das Modell. Auch, glaube ich, eher so fünf, sechs Stück, glaube ich, in Sachen GT3. Aber ich glaube, jetzt die sind von den GT1-GTRs umgebaut worden. Auf GT3-Reglement. Würdest du denn mal gerne den Messer fahren, Christian? Oder ist das so ein Auto, wo du sagst, nee, japanische Fahrzeuge hauen hier ab damit? Ähm, ganz ehrlich, wir haben das Auto nicht mal wirklich getestet. Ähm, der Audi hat so von Anfang an, ja, ziemlich gut gefallen. Und dann haben wir uns auch für das Auto entschieden. Und ja, also im Endeffekt kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber sonst, im Prinzip her ist mir das egal, ob es ein Nissan haben, ob es ein Ferrari oder sonst was ist. Solange das Auto gut geht und sich gut fahren lässt, dann, ja. Ich weiß gar nicht, welches Team war das. Das sagte in so einem Interview, ähm, ja, wir haben das genommen, weil Rufin und Hähne das genommen haben. Und wenn die das nehmen, dann muss es ja gut sein. Also, ich weiß gar nicht, welches Team war das, denn? Ich weiß gar nicht, welches Team war das, was ich hier nicht sagen kann. Ja, vielleicht fährt es mir ein. So, bei RML1 fährt jetzt, also das Team, wo Christian Lehmann fährt, fährt jetzt der Janni Metzger. Wie geht's dem Janni? Dem geht's gut. Der war ja früh aufschlafen, da war eben der Kevin noch auf dem Auto. Das fährt der Janni. Und, ja. Ja, der war vorhin schlafen, ne, der ist jetzt ganz munter. Die machen das schon, die zwei. Dann wird er demnächst auch mal kommen, wieder, oder sollt. Ja, notfalls, ich habe seine Nummer, nur das Problem ist, er geht nie ran. Wem wach zu bekommen ist, äh, ne? Dann bist du mit dem Handy dann online und dann geht's ab. Sebastian war letzte Runde wieder eine Sekunde schneller. Ja, zwei Sekunden noch. Ja, das ist das, was ich meinte. Also, Sebastian ist klar der Schnellere von den beiden. Da sieht man nicht. Ich weiß nicht, ob der Martin schlecht, äh, äh, bei den Überrundungen durchkommt, oder aber allgemein ein bisschen langsamer ist. Weiß ich nicht. Ja, das ist das, was ich mich nicht. Ah, jetzt wird's doch ein bisschen deutlicher, wie er aufholt. Ich fahre nochmal Onboard beim GTR mit. Also, äh, ja. Der holt er jetzt durch Schlag und Waffeln. Spätestens zwei Runden ist er richtig dran. Und dann werden wir irgendwann die Führungslechte erleben. Die haben ja noch 6 Stunden und 22 Minuten, also, ne? Was heißt, das Rennen wird denn, wenn nichts mehr passiert, gegen 15.15 Uhr beendet sein? Oder 15.20 Uhr. Duell, Nissan GTR gegen Nissan GTR. Warte, ich hatte eigentlich ein paar potenzielle Interviewkandidaten, äh, immer erst als Regierer, ich komme, ich komme, ich komme. Und wenn wir kommen wollen, dann kommt wieder immer was dazwischen. Das ist zum Beispiel bei Martin Biesert immer der Fall, bei David Kutzke, bei noch so anderen Fahrern. Oh, ich sehe, der David Kutzke, der ist da mit dem Christian Sens alleine. Okay, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig mit Interview, aber der David Kratos, habe ich gerade gesehen. Mal sehen, wie sieht es bei Notox aus. Da haben wir Sebastian Röling mit dem Sascha Wiegert, ein Channel. Bei Notox zwei Manuel Hähne und Thomas Pantöfer. AVA ist nur einer. Warte, wenn ich die Flagge richtig deute, ja. Bei Röwe, da hängen sie fast alle in einem Channel. Der Siegfried Kirchhoff schläft. Okay, dann Joonemann, gucken wir mal, wo der ist. Jetzt war auch dabei gemutet. Die polnischen Fahrer, Skype-Recht-Team, die hoffen alle in einen Channel. Die werden mit Sicherheit auch Spaß haben. Gut, da sind auch fast alle da, außer der Matthias Weber. So, alle sind sie da, weil... Sebastian holt es sich dran an, Martin wie in Deutsch. Gut, schauen wir mal, ähm, wie das aussieht, wie schnell der Sebastian da vorbeikommen kann. Oder ob Martin Iter jetzt sogar ein bisschen auffällt und ihn dann zum Fehler zwingt, oder dass er erstmal wieder Ruhe hat. Also, das ist Duell GTA gegen GTA, beide mit der blauen Blinklampe. Das bedeutet, alle waren jeweils im Qualifying am Freitagabend in den Top Ten. Nach dem offiziellen Ergebnis. Hemistrate wird reichen, wenn wir schon reichen zum Angriff. Er kommt auf jeden Fall ran, aber das wird sich reichen. Martin geht bei jetzt auf die Kampflinie. Aber das sollte sich eigentlich nicht ausgehen. Außer, nee, das wäre jetzt auf Tourist-Cup gewesen. Uiuiui. Aber wir sehen, dass der Sebastian jetzt deutlich besser ist. Also, wenn wir uns so die letzten Rundenzeiten angucken, 1,24 zu 2,19, 0. Dann, äh, soll da schon so einiges bedeuten. Das ist hier der Kampf um die Führung. Und das um 9 Uhr morgens. 6 Stunden, 18 Minuten to go. Oh ja, da sehen wir, der Martin braucht da schon mal ein paar Fahrfehlereien. Jetzt könnte Angriff kommen oder wird auch ebenfalls kommen. Jetzt sind sie nebeneinander. Und außen herum schafft es Sebastian Rönsig, die Führung zu nehmen. Wow, das war ein schönes Manöver. So, jetzt sind wir mal gespannt. Ab Martin, wie wir da irgendwie nochmal versuchen können, ran zu bleiben. Aber das sieht mir fast gar nicht so aus. So, da wird der Lambo jetzt überholt. Den einzigen, den wir im Feld haben. Ach, gut, klappt. Sehr schön, hat alles geklappt. So, jetzt sind wir mal gespannt. So, jetzt ist Andreas Leitkamp da noch zu überrunden, aber es sollte kein Problem sein. Ja, damit haben wir den Führungswechsel. Notox führt wieder 4-3-Ride. Und die gute Nachricht für Martin, er hat anderthalb Minuten Vorsprung auf Daniel Haag auf Kfz-Teile 24. Das ist nämlich der BMW. Es sollte eraalte sein. So, jetzt ist er ein großartiges kann. So, der Christian ist mittlerweile auch schon eingeschlafen. Noch nicht, aber ich werde mich jetzt mal hinlegen, wer macht überall. Okay, denn... Ich bin nur in der Schnee, ich muss nur mal ein bisschen weg von dem Bildschirm, weil... Ich gehe schon eine Runde spazieren, nee, keine Ahnung. Ja, jetzt sollten eigentlich bei Carsten wieder die Glocken losgehen. Wir haben ja wieder eine volle Stunde. Dann wird er sicher gleich kommen, wenn er wieder wach. Alles klar, denn... Ja, viel Spaß. Danke dir auch noch, viel Spaß. Ja. Bis später. Bis später, Linda. So, Nico. Wie sieht's bei dir aus? Ähm, wie bei mir aussieht, äh, ich werde jetzt die, ja, den nächsten Stint doch nicht fahren. Wenn hinter Thorsten Kalle fährt, äh, jetzt schon den zweiten Stint. Und ich, wie jetzt wahrscheinlich, wie es aussieht, gleich mal was essen gehen. Ja, um was wird es gehen? Hm? Ey, Nutella-Toast. Richtig Fußballer-Fühstück. Nur weil's damals diese eine Werbung gab in diesem, ja mittlerweile fast unbekannten Fußballspieler. Was? Kennst du die Werbung nicht? Nee. Egal. So, hier haben wir den RML-Ferrari. Weil der ist nur noch zweieinhalb Sekunden hinter KRS. Das ist ein SSR. So, V12 ist disconnected, sehe ich gerade. V12 Racing Team. Ja, Nico, hast du denn irgendwelche Fragen, äh, an meine Wenigkeit? Was ich schon immer mal wissen wollte? Nein. Sorry, aber ich habe wirklich keine Fragen. Ja, dann halt nicht, ne? Ja, dann hast du Fragen an mich, oder wie? Ich bin gerade am überlegen. Wie kamst du zum Sim-Rating? Wie ich dazu kam, also, ich war ja, wie gesagt, das wissen vielleicht ein paar noch, wo wir jetzt zuschauen, ähm, 24 Stunden Event von Silverstone, war ich auch schon mal bei dir im Channel, hab mit dir geredet, vielleicht weiß du das noch? Ja, mit mir? Ja, mit dir. Ja, mit dir. Achso, danach haben wir uns komischweise super verstanden. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, genau, ja. Ähm, und ich kam, also, zum Sim-Racing eigentlich über iRacing. Also, durch iRacing bin ich überhaupt in das Geschäft eingestiegen, wenn man so sagen kann, und R-Faktor bin ich gekommen, bei dem Thomas Kraus, der in der RML jetzt nur noch Dämmswert oder V1, irgendeine Liga hat aufgehört, V1-Werter, glaube ich, noch weiter. Der hat mich dann eben mal in einem Nesca-Series-Rennen, hab ich den angeschrieben, weil er halt Deutsch war, der einzige Deutsche, hab ihn halt, ja, ein bisschen, ein bisschen geschrieben, und dann haben wir halt mal gesagt, treffen wir uns auf den TS. So kam es dann eben, dass ich zu RML gekommen bin, sprich zu R-Faktor. Dann hast du mich gehört und hast gedacht, aieieiei, auf was hab ich mich da eigentlich eingelassen, ne? So ist es. Bereust du deine Entscheidung, in Sim-Racing eingestiegen zu sein? Nö. Sollte ich, also ich bin ja früher auch Motorsport tätig gewesen. Ich bin von klein auf, ähm, mit 7 hab ich angefangen im Kart-Slalom aktiv zu sein. Dann, später, wurde es dann mal ein Autoslalom. Ja. Was würdest du jetzt, oder was würdest du generell jetzt die letzten, was hättest du die letzten Monate gemacht, wenn du nicht ins Sim-Racing gekommen wärst? Was ist nicht gemacht? Boah. Was hast du denn gemacht? Also, ich hab ja noch Hobbys nebenbei und die hätte ich dann halt noch ein bisschen mehr vervollständigt, aber Sim-Racing ist ja eigentlich auch ein Hobby. Wo ich... Also Fußball. Ne, ich hab auch noch andere Hobbys. Ähm. Ja, Sim-Racing ist halt von mir auch ein recht starkes Hobby. Ich glaub von vielen, ein Hobby. Ja. Ja. Ich tu das halt mit Liebe und Sorgfalt pflegen, dass ich da auch schön genug Kopf bekomm. Aha. Ja, ich war mal wie... Ich hab ja auch noch keine Informationen von einer AMS oder von einer WTCC oder einer Foul Endlauf. Nein, nein, nein. Das wärs nächstes Wochenende. Ja, aber das presst du dir auch alles in den Kopf rein. Ja, nur ist es noch zu früh dafür. Ja, jetzt werden sich natürlich einige fragen, wie kam ich überhaupt zum Sim-Racing? Ich war einfach... zur falschen Zeit, falschen Ort und auf der falschen Website. Ja. Beim Kommentieren war ich das genau das Gleiche, zur falschen Zeit, auf der falschen Website. Und, äh, hab ich mir so gedacht, ja, okay, kommentierst du mal, wenn ich fahren nicht kann, dann kann ich's halt eben nicht. Dann versuch ich's mich mal ins Kommentieren. Das hat dann, ja... Oh Gott, oh Gott. Am 14.04.2009 hat das angefangen damals. Das war ein Dienstag. Und, ähm... Ja, seitdem ohne Pause kommentier ich. Bei Sim-Racing-TV bin ich erst seit April 2010. Was heißt erst, aber ist schon auch lange. Ähm... Ja. Und dadurch hab ich mir schon so ein bisschen Namen gemacht im Sim-Racing. Ob's jetzt positiv oder negativ ist, muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ja, aber... Ne? Übrigens, nächstes Duell können sie sichern. Hier, Ace-Racing-GT mit dem Gary Hart gegen... Ja, wer ist das? LSS-Speicher Andreas Borde zwei Sekunden beziehungsweise anderthalb trennen diese beiden. Und da sehen wir aber schon den Nissan. Ob ich irgendwann mit dem Kommentieren aufhöre? Mal gucken. Glaub ich nicht. Also, es gibt so ein paar Voraussetzungen, äh... Damit ich aufhöre. Aber die werden nie eintreten, von daher... Jetzt seid ihr mal nicht so negativ. Hallo? Oh! Ich hab eher gesagt, dass der schlecht gelaunt, um kurz nach neun... Nö, ich bin einfach nur müde... Und... Ha! Das ist natürlich geil! DR Motorsport überholt einmal mal den Ace-Racing... Den Ace-Racing-Nessar. Sie haben sich damit wieder zurück überrundet... Nur der kostet so viel Zeit für Ace-Racing. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen... Ja, Kevin, ich weiß, aber wir bleiben erstmal hier, ich hab's im Blick. Ja, Kevin, du kannst übrigens auch mal kommen, also, äh, welcher Kevin jetzt? Ja, okay, der fährt gleich. Ja, welcher Kevin? Unser Kevin? So, mein Kevin, okay. Ja, dein Kevin, ist klar. Och, Nico. So, hier wird's jetzt aber richtig spannend, weil diese DR-Wipe hat da jetzt immer weiter vorfährt und natürlich da jetzt so ein bisschen auffällt. Ach nee, die haben sogar schon erste Maß, oh je je, das war aber jetzt ganz schön knapp. Ja, also diese DR-Wiper, die macht da ordentlich Trouble. Einer dieser beiden Teams haben eine blaue Blinklampe oben rechts an der Scheibe, was für uns ja oben links ist. Also. Ja. Nico. Was steht denn heute nach, oder heute nach Mittag, hast du ja auf dem Fußballspiel, was steht denn heute Abend bei dir so auf dem Buch haben? So, Fußballspiel hab ich jetzt eigentlich um halb elf, also da geh ich wahrscheinlich nicht hin. Ach so, du bist ja in Belgien, stimmt. Du bist ja gar nicht in Deutschland. Ich bin extra, ja, ich bin grad im Freien und, ja, guck dem Rennen zu. Ähm. Kalt, ne? Ja? Ist kalt geworden, ne? Ja, ja, also das Gras hier ist recht nass, äh, gefeucht und, ja. Mein Gott, ihr seid alles, ihr seid alles Pussis. Kommt mal hier hoch zur Ostseeküste. Da lernt ihr mal, äh, Wind und Wetter kennen. Ja, da, ja, ihr habt ja nur Flachland da oben. Ja. Ja, ja, wir unten haben übrigens Berge. So, fast können wir uns immer noch mit Grauzeichen kommunizieren. Okay, das war jetzt doch ein ziemlich krasser Beispiel, aber, äh, ja. Ja, wir können durch die Wälder rufen. Ist klar. Ich weiß gleich, ich wohne 5 Meter über NN und du mit Sicherheit 800 Meter. So, wann wird denn das jetzt mal hier was? Also, der LSF Z4 kommt hier richtig ran. Aber, es reicht noch nicht. Da unterkommt Daniel Hake im Grafett-Teile 24 BMW. 8,5 Sekunden mittlerweile schon der Vorsprung von Rhön auf... ...Sold. Okay. Ah, echt anstrengend, Christoph. Was? Ja, bottern, dann dir noch zuhören und dann noch in einem anderen Channel. Ja, Triple-Tasking, ne? Ich schreibe jetzt gerade, äh, mach mal Werbung für unseren schönen Norden. Habe ich doch gemacht, Frank. Ähm. Frank Schirrberg kennt vielleicht einige, SimWaveCV, Air Factor Racing League, äh, F1 Racing League, so rum. Ähm, kommt ja aus, aus dem selben Bundesland, wie ich. Nämlich aus Meckernburg-Vorpommern. Er kommt aus Neubrandenburg. Und wir haben es noch nicht geschafft, uns einmal zu treffen. Das sollte man mal erwähnen. Und, äh, ja. Frank kenne ich aber schon ein paar Jährchen. Auch durchs Kommentieren, also, ne? Weißt du, was jetzt richtig schlimm ist, Nico? Ich höre keine Motoren-Sounds. Ich muss mir die jetzt gerade bildlich vorstellen. Ich weiß nicht, morgens brauche ich das irgendwie. Also, ich höre sie minimal. Ja, du, weil du ja auch noch den Livestream anhast. Ja. Ich aber nicht. Aber die beiden hier hören dem Motor-Sound aber sowas von, aber von ihren eigenen Autos. Da wird es jetzt nämlich auch spannend, weil jetzt ist er dran und da ist ein, ähm, Equery, die Motorsport. Er ist noch davor, der könnte eventuell da mitspielen. Ach, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich lege mich dann nachher nochmal hin, wenn Lust wieder da ist. Ich weiß gar nicht, wann sollte der Daniel eigentlich wiederkommen, weißt du das? Welcher Daniel, der und unser Daniel? Ja, euer Daniel. Ähm, der schlägt jetzt erstmal aus, dass er wieder fit ist und dann fährt er auf Position 1 vor. Ach, das... Ach Gott, das sind die Leute aus Baden-Württemberg, ne? Die sind halt die Arbeiter, ne? Klar, wir in Mecklenburg-Vorpommern auch. Ja, aber Baden-Württemberg hat ja auch nur den Vorteil, dass die Konjunktur so gut ist, weil die, ja, das spricht, dass die, ja, wenn ich dann wieder die Arbeitslosenzahl nicht so hoch ist wie in anderen Bundesländern, ist nur so, weil die ganzen Leute in Baden-Württemberg wohnen entweder auf dem Wald oder auf dem Berg und müssen in die Stadt mit dem Auto runterfahren. Dann würden die das nicht machen, dann hätten wir auch geliebt, Arbeitslose. Und wir hätten eben auch keine... Da, ne? Industrie, ja. Das hat sich... Der Satz war total unhitz, was du jetzt gerade gesagt hast, kann das sein? Ja, das ist... Ich muss dir das eben gerade überlegen. Ey, aber... Christoph, es ist ja gerade nicht so viel los, du hast ja selber gesagt... Ja, das ist ja das Problem, aber das ist eigentlich gar kein Problem, weil das Normalität ist bei einem 24-Stunden-Rennen. Telefonklingel, ich bin gleich wieder da, ne? Ja. Kann es eigentlich geklingelt, mal gucken. Nö. So, aber die beiden können sich jetzt hier immer noch nicht einigen, wer jetzt mal da vorne ist und wer nicht. Ich bin ja immer noch am Kämpfen. Ich bin ja immer noch am Kämpfen. Ich bin ja schon müde, so wie ihr mir gerade geschrieben habt. So, da haben wir ihn und er ist ja immer gut für ein Interview. Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen, Sebastian. Ah, ja, ich habe das falsche Headset auf. Oh, das geht ja alles hier gut los schon wieder. Wie geht es dir? Ja, moin. Ich hatte das falsche Headset auf. Ist mir in der Nacht, ist mir eins kaputt gegangen, habe ich das nächste genommen und habe gerade irgendwie verwechselt. Ja, guten Morgen hier. Komm mal ein bisschen Stimmung hier, du. Bist ja irgendwie total eingeschlafen. Werb mal bald wach. Gott, den liefst du, der so gut gelaunt ist. Ja, wieso auch nicht. Ich habe mein Versprechen übrigens nicht eingelöst, ne? Eines Versprechen, jetzt kommt's. Ich hatte dir doch erzählt, weil du bist doch hier mit Kevin und Marvin, braun doch gefahren, ne? Ja. Ich habe doch, glaube ich, irgendwie mal gesagt, wenn ihr ein Top-Ten-Ergebnis einfahrt, komme ich euch mal besuchen. Ja. Sind wir irgendwann mal in der Top-Ten gelandet? Ne. Doch. Wann das denn? Irgendwo, jetzt fragt mich nicht wo. Und da habe ich gesagt, gut Sommer. Ist ja Sommer. Diesen Sommer, so rum. Komme ich. Persönlich. Ja, erscheinen reicht. Ja. Nur, das Lustige ist ja, ich weiß ja gar nicht, wo du wohnst. Und bevor ich denn da irgendwo auf einem ganz großen Bahnhof stehe und dann am Überleben bin, in welchem Zung muss ich jetzt eigentlich einsteigen, um da hinzukommen, habe ich es dann doch sein lassen. Nächstes Jahr. Es gibt ja kein Facebook oder so, wo man die Leute kontaktieren könnte. Nein, 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 nein. Da komme ich auch nie auf die Idee, weil du da auch nie online bist. Äh, was? Äh, war ein Scherz. Ich wollte schon sagen, also, äh, nebenbei Facebook eigentlich irgendwie immer auf Handy oder PC, irgendwo ist es immer on. Äh, ja, erzähl du mal, was gibt's denn hier so Neues, Spannendes? Ja, immer noch hier das Duell-Ace-Racing-GT gegen LSF-Royce, wir haben eben gerade einen Schulungswechsel gehabt und ihr seid ganz weit hinten, wieso? Ähm, äh, was war denn heute noch passiert? Ähm, äh, ja, einiges, äh, ständig irgendwelche, äh, Probleme beim Fahrerwechsel, äh, hatten wir mehrfach Freeze-Fahrer, also der Uli, der jetzt zum Glück endlich im Auto sitzt und fahren kann, äh, wir haben seit gestern, seit dem Rennstart das Problem, dass der, äh, einfach nicht auf den Server draufkommt, andauernd, äh, landet der wieder im Showroom. Und, äh, jetzt haben wir das wohl irgendwie, wir wissen selber nicht wie, wir haben so viel rumprobiert, irgendwie haben wir es jetzt hinbekommen, dass er fahren kann, äh, äh, mussten ja gucken, dass er auf jeden Fall 10% der Renne-Stunts fährt, das, äh, sonst werden wir ja nicht gewertet, äh, dann hat man bei, äh, Markus das Problem, dass, äh, bei ihm das Lenkrad irgendwie nicht so funktionierte, wie es sollte, dass es vor Feedback war, ich weiß nicht genau, was dran war, ob keins war oder ob es komisch war, ich weiß es nicht, auf jeden Fall muss er auch noch einiges nachholen, äh, Detlef ist ja auch, äh, bis jetzt erst eins sind gefahren, da kommt allerdings auch gleich noch was, aber wir werden es, wenn alles glatt geht, werden wir es, äh, auf jeden Fall, äh, schaffen mit den 10% für jeden Fahrer, äh, aber es ist halt in der Nacht einiges schiefgelaufen, äh, und bei den Restarts haben wir auch nicht immer Glück gehabt, äh, dass wir dann schon, äh, nach den, nach der ersten Runde das Auto komplett wieder gelb hatten, äh, weil zweimal irgendwo auf der Strecke Massenkreis waren, wo man, ja, dann nicht mehr ausweichen konnte, und, äh, ja, das ist, ich weiß nicht, ob es, also, uns ist es auf jeden Fall so, dass wir mit dem Ferrari, äh, deutlich weniger Top Speed haben, wenn wir eine leichte Beschädigung haben, und auch, äh, das Fahrverhalten an sich, ähm, bei einer leichte, äh, Aerodynamik Schaden extrem verändert, äh, zum Beispiel jetzt, äh, langsame Kurven, wo die Aerodynamik ja, äh, nicht so gefordert ist, jetzt zum Beispiel die Haarnadelkurve, ähm, rausbeschleunigen, entweder unter oder übersteuern, und das dann, äh, ziemlich extrem, also, äh, es ist so, so ein bisschen russisches Roulette, ob die Lenkbewegung, die du machst, richtig ist, äh, ob das Fahrzeug unter oder übersteuern hat, äh, es ist nicht ganz einfach gewesen, äh, deswegen sind wir auch leider nicht mehr ganz so weit nach vorne gekommen, haben jetzt da nach vorne, äh, immer wieder unten Abstände, und, äh, ich denke auch nicht, dass es dann weit nach vorne geht, das eigene Schade ist, die erste Stunde lief ja richtig gut, aber seit dem Unfall, da, lief irgendwie alles schief, um hoffen, dass es in Seebring besser ist. Ja, Seebring, magst du die Strecke, oder ist das so eine Haschstrecke für dich? Ne, einer meiner Lieblingsstrecken, ich finde die richtig geil. Okay. Frage ist, wie wir dann mit dem Ferrari darauf sind, ist ja immer die, die Sache, äh, bei fünf Fahrern ein Setup anzupassen, ist ja immer noch deutlich schwieriger als bei vier oder bei drei, und, ähm, ja, da muss man dann mal sehen, ob das dann trotzdem so gut funktioniert wie hier, also, ist ja anfangs recht gut gelaufen hier, ähm, müssen wir dann mal sehen, ob das in Seebring auch so wird, äh, äh, Also, ich war wirklich erstaunt, dass es dir so gut lief, weil wir halt, äh, ähm, als wenige, äh, wenige Teams waren wir auch eins, die, äh, nicht die 40 Kilo weniger, äh, genommen haben, sondern wir haben, sind quasi die anderen richtigen Gang, haben ein großes Tankvolumen genommen, also sind wir dann noch schwerer gewesen, äh, und dass wir dann trotzdem da vorne, äh, mithalten konnten, äh, war, war ziemlich erstaunlich, ähm, äh, werden wir dann mal sehen, wie das in Seebring aussieht. Wie Liter habt ihr jetzt mehr, als die, die das Upgrade nicht drin haben? Das sind, äh, warte, ich glaube, standardmäßig ist 15, jetzt haben wir, äh, 27 sind, glaube ich, ja, 12 Liter. 10, 10%, ja, warte, das sind dann, äh, 150 sind es, 11,5, ja, 12 Liter. Ja, ansonsten, äh, wie wirst du jetzt den Donntag noch so verbringen? Oh, chillig, irgendwas gucken, hier noch ein bisschen gucken, ähm, ich glaube, heute ist noch irgendwie DTM oder sowas. Ach, ist... Ähm, ja, zusammenfinal in Hockenheim, meine ich, hätt ich irgendwie was mitbekommen. Und, äh, gleich erstmal richtig schön frühstücken, weil ich hab seit, keine Ahnung, 11 Uhr oder so, äh, gestern Abend nichts mehr gegessen und bin aber dann doch ziemlich, äh, ja, was heißt lange aufgemüse. Ich hab hier ein bisschen noch geguckt, dann bin ich um 3 Uhr aufgestanden, wo ich eigentlich weiterfahren sollte, äh, dadurch die, äh, Cyber Restarts. Aber in dem Zeitraum waren, hat sich das ja alles nach hinten verschoben, und, äh, ja. Hattet ihr jetzt so einen typischen, äh, Zeitplan, der fährt von da und da bis da und da, oder, äh? Ja, so ein Zeitplan existiert, äh, aber der ist ja relativ früh schon, äh, durcheinandergeworfen worden, durch Restarts und auch durch Probleme, äh, bei Fahrern. Die, wo wir bei Uli einfach nicht auf den Server kamen, das war ja irgendwie eine komische Angelegenheit, wissen wir immer noch nicht, woran es genau lag. Wir sind alles durchgegangen, weil auf andere Server kam er drauf, nur hier auf den Server ist immer wieder fehlgeschlagen. Warum wissen wir immer noch nicht genau, müssen es einfach, äh, nochmal, äh, intensiv testen und hoffen, dass es dann den See bringen und auch bei den anderen Rennen besser läuft. Wird's ja noch irgendjemanden grüßen jetzt hier, vor aller Öffentlichkeit, oder? Ja, Öffentlichkeit, wie, 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 wie gucken denn? 85 Leute. Ach, 85 Leute. Uiuiui, sollen ja noch mehr. Ja, ja, die kommen langsam auch aus dem Winterschlaf, wachen sie wieder auf. Ja, schlaf, ich werd dir gleich. Ja, du gehst ja gleich schon wieder schlafen, ne? Ich hab dich, äh, in der Nacht kaum, kaum gehört, gesehen. Und du willst wieder schlafen gehen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie ich hier weg wurde um halb sechs. Ja, Pech gehabt, wenn man sich dagegen stellt und ins Bett gehen will. Ich hatte dafür wenigstens ein paar Stunden schlafen und wurde nur umsaft auf dem Bett geholt. Ich hab ja wirklich erst überlegt, geh ich da jetzt wirklich ran an Sandy oder mach ich Tastensperre rein und dann ist es ja lautlos. Weil ich hab, ich hatte es eh auf lautlos. Ja, deswegen bist du ja auch dran, weil du jetzt unbedingt kommentieren wolltest. Dann bist du es aber irgendwie auch selber schuld, ne? Weil, äh, wenn du das auch lautlos hast und wirst von einem vibrierenden Handy wach, dann hast du ja wohl einen sehr leichten Schlaf. Also warst du gedanklich immer noch beim Stream. Ja, du hast dir überlegt, was du jetzt als nächstes sagen wirst. Nee, ich wollte mich gerade umdrehen wieder. Weg vom Handy eigentlich. Und ich lach so wie so ganz komisch und dann riechst du so. Ich hab jetzt gar nicht, oh nee. Was ist das denn jetzt schon wieder? Dann guck ich so, ist ja Lehmann. So, okay. Und dann sag ich so, ey, das kann nicht wahr sein. weil er hat ja am Arm zuvor nur gesagt ja ich rufe dich denn um halb sechs an ja 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 das machst du auch ne ja was ab ok jetzt kam es dann aber nicht mit Absicht ach ja eigentlich wollte ich ja erst so um zwölf wieder kommen wenn ich ausgeschlafen habe brauchst du auch keinen Schönheitsschlaf mehr doch äh glaub ich nicht ja Nico ist klar ja äh du hast wirklich langeweile oder uff warte ich ja also äh wie du schon sagtest facebook ist immer an und äh ja schönes Video oder äh Wahnsinn oh Wahnsinn wir sind auch nochmal im Bild ja das fällt mir gerade ein uff das Duell ist ja vorbei weil das habt ihr ja schon wieder alles nach hinten geschoben und dann zeigen wir auch einfach mal euer Auto euren Ferrari F458 Etail Specification 2012 ja hast du dich verliebt in das Auto ja ich hab so'n halben Nervenzusammenbruch äh bekommen als ich gehört habe dass wir wieder Ferrari fahren ach wieso das denn jetzt habt ihr hier jetzt mal nicht so es ist keine Ahnung das ist letztes Jahr Ferrari dieses Jahr Ferrari mhm ich mein ist kein schlechtes Auto das sieht man ja man ist damit flott unterwegs äh aber wenn es nach mir gegangen wäre dann wären wir entweder auch Nissan oder Viper gefahren aber wir sind halt ein Team und äh zum Wurde des Teams müssen auch einzelne zurückstecken und dann nehmen wir den Ferrari ja wobei damit äh ist auch eindeutig die richtige Wahl getroffen äh es ist wunderbares Auto wunderbares Setup und passt ganz gut weil wir hoffen dass das für die nächsten Rennen auch so gut läuft wie bis eine Stunde nach Rennstart äh ach Gott ihr habt sogar noch die Startnummer da oben hingepackt äh 144 ich wollte schon sagen was ist das für eine komische Zahl wir schauen mal gerade euer Outland Bergland was ist das denn äh das musst du mich nicht fragen das ist äh ich glaube wohl irgendwie ein Sponsor von äh von Multigaming Clan das ist das eingetragener Verein äh das sagt mir jetzt noch gar nichts also ich hör den Namen hier zum ersten Mal äh wo es steht äh oh Gott das ist ich ich kann das einfach nicht äh Warriors äh Off äh Under keine Ahnung was äh und dann kommt da D noch irgendwie das ist halt äh ein Clan äh äh ein Clan da ist wie Counter Strike und äh solche Spiele äh werden da ursprünglich wurden da gespielt und das hat es halt immer weiter vergrößert äh dann ist da eine Simracing Abteilung und alles mögliche gibt es da so im TSAS äh Minecraft und etliche Spiele die da äh einfach gespielt werden und ja wir sind halt im Bereich ähm Simracing da vertreten und äh ja ich fand das wohl immer witzig dass du immer WUD statt WUD gesagt hast Matthias hat sich auch immer ein bisschen äh darüber kaputt gelacht ja ich hab ja überlegt das ist jetzt WUD oder WUD oder vielleicht noch ganz anders und da hör ich mir sogar ach weißt du was wenn einer mal von denen kommt dann soll uns aufklären wie das ausgebrochen wird ja äh ich hab's beim ersten Mal hast du ja WUD gesagt dann hast du immer WUD gesagt dann hab ich dir ja geschrieben das ist dann hab ich dir ja geschrieben das heißt nicht WUD sondern WUD lass es einfach zusammen und sprich's aus und dann du hä ja weil ich die Nachricht erst gar nicht verstanden habe ja aber ok jetzt weiß ich dass ich äh zumindest jetzt WUD sagen darf und äh wenn ihr da unten mal schlechte Laune habt dann sag ich einfach WUD jo Jungs ich bin erstmal weg für ja für jetzt ja tschüss bis später ne dann schau genau so ja ich weiß nicht du hast es mit gestern äh du hast es gestern schon erzählt warum fährst du dieses Jahr nicht mit äh Kevin und Marvin Braun ähm ähm Kevin äh studiert in Jülich und hat äh wo ist das denn das sagt mir was Jülich aber äh wo wo liegt denn das in NRW ne äh ich glaub ja so so gut kenn ich mich da nicht was ich hab jetzt keine Ahnung ob das äh NRW oder Rheinland-Pfalz ist keine Ahnung äh auf jeden Fall äh ist das schon was weiter wo der dann mit dem Zug äh immer hinfährt und äh ja der hat halt der könnte da seinen PC mitnehmen und da wenn er äh Zeit hat fahren äh das macht er aber nicht das der macht äh will das jetzt so durchziehen und dann ähm das Investorferien oder sonst irgendwo was hat äh fährt er dann und ähm ja äh nebenbei äh sind wir ja auch noch äh ne Serie am aufbauen ähm wo er dann noch äh deutlich mithilft äh deswegen hat er dann umso weniger Zeit für andere ähm ähm äh ja er studiert ja überhaupt mit Sicherheit Maschinentechnik ne oder BWL äh 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 dit weiß ich nicht so genau was der genau macht das ich glaub wir haben Maschinenbautechnik ja irgendwie sowas in das war mir aber schon fast klar wenn denn haben die Leute immer entweder BWL oder Maschinenbautechnik ich weiß gar nicht was der Kerlin ammel sonst könnte man den ja mal überraschen ne der ist nicht online Mist ne der ist garantiert noch am schlafen der ist äh äh ja ich glaub der ist bei seiner Freundin und die haben jetzt am Wochenende den Geburtstag von der Schwester von der Freundin nachgebracht und ähm ähm da kannst du davon ausgehen dass er jetzt noch im Bett liegt und ausmüchtert mhm so kann man das nennen so ganz kurz Duell das ist ja war eigentlich Duell um die fünfte Platzierung grobe SLS gegen AQUIRY SIM Motorsport ARM R177 aber es hat sich ja so eben erledigt durch den Boxenstopp ähm ich würde mal sagen wir schauen uns einmal das an aus dem cockpit das erste Martin V12 Vantage GT3 achja Warte haben wir äh beziehungsweise davor haben wir jetzt Björn Schulz vorhin warst du den David Putzke eigentlich müssen wir den äh David Putzke ganz schnell abfangen weil ich möchte ihn mindestens einmal hier zum Interview haben der muss eigentlich weil David Putzke dann dazu ok dann tauschen wir die ne 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 er holen wir René Kirchhoff oder René ist auch ein perfekter Deal guten Morgen ja er er kommt wunderschönen guten Morgen so er kommt du gehst wolltest du sagen ja ich muss endlich mal was essen ich brauch was endlich guten Hunger ja ja René was gab es bei dir schon zu frühstück noch nix dein Vater schläft ja noch nee ich glaub nicht aber der ist gerade vielleicht am Frühstücken oder so ja Vater und Sohn fahren in der ein und selben Liga wie kommt man dann auf die Idee ja wie kommt man auf die Idee ähm eigentlich relativ logisch erklärt äh ja die Gene wurden weitergegeben und äh das Interesse für Simracing anscheinend und wir fahren ja schon oh da hinten hat sich einer verschärbelt übrigens ganz kurz jetzt weiß ich natürlich nicht wer äh ich fahr irgendein buntes Auto auf jeden Fall uiuiui wer ist das denn da ja das ist hier K äh oh Gott wie heißen wir denn ja ihr wisst 30. Position das sind sie und ihr habt's da ordentlich zerlegt in der Ruhr da fehlt sogar der Heckflügel und und zack ja gucken wir mal ist da irgendwo ein Rad hat der ein Rad ab also ich dir kein Rad ab ne es ist Frontsplitter und der Hecksplitter oder vielleicht hier ne alle Räder sind noch dran nur schon leicht ein bisschen deformiert so jetzt hab ich ne Nachricht Jülich liegt zwischen Köln und Aachen ja ok ja das hätte ich dir auch so sagen können ja Jülich liegt gut äh 10 bis 15 Kilometer weg von hier ja ich war ja da unten noch ja sollte man ja dafür ja sehen also ihr könnt mich ja alle so ähm ähm die andere Gegend ne die andere Seite von Deutschland Bayern Sachsen habe ich dieses Jahr einmal komplett durch ich bin auch schon mal durch äh Thüringen gefahren und ja aber die Ecke fehlt mir noch so komplett Hamburg, Schleswig, Bremen, NRW Rheinland-Pfalz, Saarland die fehlt mir dieses Jahr noch die fehlt mir dieses Jahr noch befahren muss dann habe ich eigentlich jedes Bundesland dieses Jahr einmal befahren ja dann gebe ich nur eins eigentlich auch zur Nordschleife und dann durchfährst du die anderen Bundesländer ich war ja schon mal an der Nordschleife ähm letztes Jahr ja letztes Jahr und zwar mein aller erstes Mal und ich habe mir damals eigentlich das gewünscht einmal zur Nordschleife und habe das zum 18. bekommen also es war schon hammergeil und wirklich äh okay es war verfrüht das Geschenk es war ja drei Tage vor meinem 18. aber es war trotzdem hammergeil ja mal gucken du wirst gezwungen zu fahren wird mir hier geschrieben vom Daniel von eurem Spotter ich werde gezwungen zu fahren ja oh also schreibt der Daniel Daniel Schmidt ne 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 der andere Daniel der Nachnamen mich nicht aussprechen kann oh der Daniel Chibyshek ja das Game ist aber neu dass ich gezwungen werde zu fahren ja ich frage ihn einfach mal kann natürlich sein dass es da Probleme gibt bei uns was ich natürlich nicht hoffen will aber wenn dann müsste das Ganze jetzt relativ schnell gehen es ist nämlich relativ nah am Boxenstop jetzt dran naja ich geh mal du wärst jetzt der Nächste ja geh mal runter und dann ja normalerweise wäre ich jetzt um 12 dran aber mal schauen vielleicht komm ich ja gleich mal wieder jo der Andrea Schmich schreibt mir gerade schöne Größe ja ich war in einer Woche in Tschechien in der Slowakei in Ungarn in Rumänien und du und deine acht Bundesländer Entschuldigung für mich ist es schon ne ein weiteres Stück wenn du mal guckst wo ich wohne ja willkommen zurück Gröning ja da sieht man wieder wie zweideutig doch einiges manchmal ist sein Kommentar bezugt sich eigentlich doch auf deine vorangehende Frage wie das denn kommt Vater Sohn fahren und fahren zusammen und darauf bezog sich das ich würde gezwungen ich muss mich erstmal entschuldigen ja bei dir weil ich bin davon ausgegangen dass du ein realer Rennfahrer bist aber der andere heißt ja Kirchhöfer Marvin Kirchhöfer ja warum habe ich das gerade verwechselt weil ich habe nämlich bei bei ähm Facebook eben mal ganz schnell nachgeguckt und und ja ja es geht soweit wir sind auch nicht mit realer Rennfahrer so gucken wir mal wie lange bist du denn eigentlich schon im Simracing aktiv ja im Simracing boah da müsste ich jetzt überlegen das dürften jetzt knappe boah gute knackige zweieinhalb Jahre sein mit 14 eineinhalb Jahren? ja boah boah ich das weiß ne dass du jetzt 17 bist ja ja was haben mir deine Leute gesagt ja ich glaube ich gebe zu viel Preis von mir und er stand noch nicht mal auf Facebook ja dann habe ich ja noch nicht mal geguckt normalerweise hole ich mir ja die Infos über Facebook so jetzt ist ja genau die da Dove Pfosten da im Weg nämlich Rove ist an der Box aber die waren dann keinen Positionskampf verwickelt Michael Kallenbach ja wir waren glaube ich kurz davor waren wir im Positionskampf verwickelt mit den ähm Timitri Vuxia glaube ich aber müssen wir mal sehen wie das jetzt mit dem Stop funktioniert übrigens ganz kurz bei 3Ride ist jetzt wieder der Peter Grau drauf also ähm muss man leider Gottes so sagen wir ändern jetzt ein paar schnelle Runden folgenden ja der Martin ist ja leider nicht so der schnellste muss man leider Gottes dazu sagen ja 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 aber ich sehe ansonsten ich sehe dass der Dimitri Vuxia schon wieder an der Box ist also der muss wohl auch irgendwo schon angeeckt sein wieder weil der war ja vor ja guten 2 Minuten der ist an der Box der eine rein der andere raus da ist euer zweites Auto passt ein Anzeig für dies schauen wir uns das nochmal an so rechts ist das andere der andere biegt ein und der andere fährt im gleichen Augenblick raus und das war wirklich sehr sehr knapp das wäre es ja gewesen wenn ihr euch noch gegenseitig abgeschossen hättet jetzt in der Box aber es passt alles alles perfekt getimed genau fünfeinhalb Stunden haben wir noch was machst du heute Abend noch so? Warten ja mal schauen müssen wir mal sehen wie sich das jetzt so entwickelt generelle Pläne die Aggression beim Mensch ärgert dich nicht rauslassen eventuell ne generelle Pläne hatte ich noch nicht ähm ja im Grunde wäre ja heute Abend bei uns DTM-Rinnen gewesen wo ich äh das wäre zu kommentieren gewesen von meiner Seite ich hätte heute auch nochmal eigentlich DTM moderieren müssen und äh das ähm ja es ist halt aufgrund dessen dass hier einige DTM-Fahrer von uns mit äh partizipieren ja es ist halt so dass das Rennen verlegt wurde bei uns auch und ich hab mich eigentlich schon so richtig schön gefreut endlich mal wieder ein Stream-freies Wochenende einfach mal nichts machen ein Wochenende mal nicht sagen herzlich willkommen bei Simrace.tv zum Lauf der RM11 ne? ja so komm ich mir manchmal auch vor jetzt sitze ich hier und sage denn so gestern um 15 Uhr zu willkommen beim ersten Lauf der Team Multi-League Championship 2013 und 2014 ins Bar-Francorchamps schönen Dank auch warum sage ich auch immer zu einem Jahr der ewige Jahrsager sowas wünscht man sich doch wenn man auch parallel zwei Rennserien kommentiert die immer im Wochenwechsel sind mal so ein Wochenende ja bei jedes Wochenende ist es früh ah ja jedes Wochenende ist es eine Wochenende ist mal DTM dann ist die Formel 1 mal wieder dran ja und die Sonntage sind eigentlich immer schon sind eigentlich schon immer weg sind immer vorgefallen na ok Sonntags ist ja auch nie was los ne Leden haben zu ja Sonntags ist relativ langweilig sein na wobei meistens kommen die Rennen ja dann zum Beispiel wie Reale DTM oder Formel 1 dann meistens eh nachmittags und ja was will man abends groß machen wenn man wenn es am nächsten Tag wieder an die Schule geht also du gehst noch ganz normal zur Schule machst mit Sicherheit dein Abitur richtig? aber sicher doch ja und dann geht es mit Sicherheit dann ans Studieren so sieht es meiner Ansicht noch aus ja oder erst Ausbildung dann ne wahrscheinlich eher erstes erstes Studieren und dann mit Sicherheit BWL ne? ja eigentlich nicht weil BWL ist ja meistens ähm wenn man Leute fragt warum hast du gerade BWL als Studierenden Gang gewählt ja ich wusste nicht was ich anderes machen soll ja hab ich letztens auch noch so mitbekommen wenn man nix anderes wenn man nix anderes weiß oder wenn man irgendwie was in Sand gesetzt hat studiert man einfach BWL naja aber ähm ja angestrebt ist eigentlich dass ich sowas in Richtung äh Kriminalistik studieren WAS ja kannst du das normal sagen? Kriminalistik studieren und was ist das? ja ja gut was was ist das ähm das geht halt in in Richtung ja es ist halt im Grunde ähm ja so wie es in Richtung was die Kriminalpolizei so in in diese Richtung macht also hab ich's doch schon richtig verständlich schon irgendwie sagen hä BTF was waah okay und warum gerade das ich mein meistens hat's ja immer was ne mit den Eltern oder Ur-Uhr Großfedern zu tun mhm aber das kann ja jetzt bei euch irgendwie bei der Polizei aha okay nicht zumindest nicht was ich wüsste wer weiß das ist ja immer das lustige wenn man fragt warum bist du eine Lokführer geworden ja mein Vater war schon und mein Opa und ne und Tradition halt und die Dampflok steht auch noch im Keller also Modell Dampflok natürlich jetzt nicht die äh richtige ähm von da bin ich jetzt ausgegangen dass vielleicht dein Vater bei der Polizei arbeitet oder bei der Kriminalpolizei ne das tut er nicht mal schauen also nehmt euch ein A demnächst in paar Jahren also in 6 Jahren oder so joo also ich treu jetzt erstmal nächstes Jahr mein Abitur und ich glaub mit dem Studieren das geht dann auch erstmal joa denk ich mal auch so mindestens in Richtung 5 Jahre oder so auch ganz schön lange ey in der Zeit könntest du schon so viel Geld verdienen ja ja könnte mein also es hat wenn wir wenn wir nicht äh Pech mit dem Restart gehabt hätten hätte man nicht äh äh einen Fahrfehler drinnen gehabt von einem äh von einem unserer Piloten hätte man nicht einen Reifenschaden gehabt äh ich mein dann könnten wir auch schon auf Podestos liegen aber ja ja dieses wenn ne könnte ja könnte wäre wenn nicht wie sagt man so schön wenn man hätte hätte Fahrradkette ja und wenn dennoch Getriebesand kommt ne so ist es ich wollte schon grad fragen hast du den jetzt überhaupt verstanden aber anscheinend hast du den verstanden also ich bin beim ersten mal drauf reingefallen muss ich sagen wie mhm und ja naja man lernt ne wie lange kommentierst du denn schon bei SimraceTV also ich seit April 2010 oh bei SimraceTV ja ähm bei SimraceTV lass mich nicht lügen aber das dürfte noch nicht mal ein halbes Jahr sein also kommentieren generell schon seit äh jetzt etwas über einem Jahr aber ich mal sagen seit wann ich kommentiere auf Simrace ja das habe ich eben im Stream mitbekommen achso ok ich kommentiere schon seit 2009 genau ich weiß ja gar nicht das genaue Datum ey ich weiß nicht ganz genau welche Serie das war ey das war das 14. der 14. 4. und das war damals ähm PORSCHEBI TURBO diesen mod den man sich auf RFAZ runterladen kann PorscheBI turbo auf Silverstone und sowas fing ordentlich damals ab als sie fast alle mit Motorschaden ausgeschrieben sind Now's was für den ersten Stream damals Jetzt haben wir hier zwei Informationen bekommen Einmal von unserem Spotter, dass unser zweites Team wohl in der Box mal verunfallt ist Oh! So eben Und das RML, wohl einen Äh, ja Leider Gott, das Escape drücken musste So, wenn du mir jetzt noch sagst, welches RML-Team Das Team 1 mit Jani Metzger Ohhhh Eieieiei Die waren auf Top 10 Ja, gut, ich denke mal Die sind auch noch dennoch auf Top 10, Goser Die waren jetzt nicht so schlecht unterwegs Und ich hatte eigentlich auch schon damit gerechnet, dass Das LML uns da ordentlich noch Dampf machen kann Im Kampf um Platz 5 Ja, eventuell nicht, aber beide Zuschauer zahlen Wenn übertragen wird, da machen wir euch Konkurrenz Pfff Ja Es ist immer das Schöne Wenn man, ähm, eigentlich auch noch einen Kommentator mit dabei sich hat Weil man kann sich mal so Auch die andere Liga so unterhalten Ihr fahrt ja ebenfalls Formel 1 und DTM so wie wir Ja, so das ist Habt ihr noch irgendwas im Programm? Ich hörte irgendwas von GT3 Ihr wolltet mich schon hier abwerben von der RML? Ja, das ist richtig, äh, abwerben weil ich nichts von da mache Ähm Ja, GT3 ist auch, ähm, steht auch bei uns im Programm und Halt, diverse Events Also wir haben jetzt, ähm Wann war das? Ich glaub, Pfingsten war das? Ähm, haben wir Den, den ersten Streich, äh, gemacht mit einer Mit einer, mit einer, mit einer Mit einer, mit einer Kopie von Stefan Raabs Autoball WM Ach, du Scheiße, ich glaub ich hab einmal ganz kurz reingeschaltet und Ja, es war, ähm, K ist okay Ähm, ich mein, es war ein bisschen chaotisch, ja, aber es war ganz Ich glaub, ich glaub ich wollte damals mit Teilnehmen, mit Tazertour sogar damals fahren Weil so schwierig ist es ja nicht Nö, tatsächlich, es war nicht so schwierig sogar Mit Gamepad kann man noch gut zurecht Ähm, und Und, ja Und jetzt war vor zwei Monaten, glaub ich, acht Stunden Ja, vor einem Monat acht Stunden Nordschleife Da gabs leider Technische Probleme, sodass wir das Jetzt, äh, in naher Zukunft wiederholen müssen Und in zwei Wochen ist ja dann jetzt Im Grunde, äh, der zweite Streich Ähm, in Sachen Kopien Da haben wir uns dann, äh, ich glaub die German Races Haben das auch letztes Wochenende schon gemacht Ähm, und zwar Stock Car Crash Sehr schön, ne? Eieieiei Eieiei 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 Okay, ich wollte schon sagen Weil ich muss zum Beispiel am ersten Hälften arbeiten Also alle Heiligen ist meistens Zumindest mal früh frei Bei uns nicht Bei uns nicht Hast du mal geguckt, woher ich komme? Ja, ich hab gehört zur Ostsee Ja Ist schön da, ne? Also Ja Warst du schon mal da? War ich auch schon auf Klassenfahrt, ja? Vor einem Jahr Wo genau? Weil Ne, vor zwei Ja Äh, in 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 Dame Wo? Dame Mit H Pfff, das sagt mir ja jetzt gar nichts Ja, das müsste, glaub ich, so Das müsste, glaub ich, oben Irgendwo Rügen Verständlich? Schleswig-Holstein Also, ähm Nähe Ach ja, Fehmarn Genau War auch in der Nähe, genau Ja, da warst du total die falsche Inse Musst du zur Insel Usedom kommen Da musst du erstmal an mir vorbei Um überhaupt da Zutritt zu bekommen Ach, Fehmarn Das ist so Schon Gehört doch schon fast zu Schleswig Also, wenn, dann Rügen oder Usedom Oder Zings Das geht auch noch Na, gut Weißt fürs nächste Jahr, was du vorschlagen kannst, ne? Ach, fürs nächste Jahr? Ja, für die Abschlussfahrt, da steht schon fest Hamburg-Räperbahn, ne? Ne Berlin Berlin Jo Okay, und warum nicht Hamburg-Räperbahn? Puh Ja Soll ja auch ein bisschen pädagogisch sein, ne? Ist klar, ne? Ja, aber ich denk mir sowas nicht aus Ich mein, wir könnten auch, was weiß ich, nach Singapur fliegen oder so Wir haben bestimmt auch ne schöne Erfahrung, aber... Wer soll das bezahlen? Ja Ja, das ist ja heute die Frage, ne? Weil sie die Schulen... Kriegen halt nur noch... Oder ihr... Kriegen den Auftrag hier, spart mal da und da Ja, oder ihr trimmt, ist vielleicht sogar günstiger Bis nach Singapur, na viel Spaß Fangen wir eine Woche früher an Ja, ja Schau mal, wie weit es uns trägt Und dann nochmal eine Woche für die Rückfahrt, ne? Äh, fürs Rückgehen Ja, ich mein, da das, äh, direkt in der ersten vollen Schulwoche ist Ich mein, können wir das ruhig eine Woche vorher, eine Woche nachher machen Ja Ja, Daniel, dann komm... Dann komm doch hoch In den Gastchannel Dann zieh ich dich runter Ich... ich verwarte noch nicht welcher, Daniel Ist noch ein Geheimnis Und, ähm, ich guck mal eben gerade schnell ins Timing Ob wir wieder irgendwie einen Zweikampf haben Was so zwei Sekunden ist, ne? LSF und RML Oh, jetzt ist Ace Racing an der Box Ich hoffe planmäßig Nee, die sind nicht planmäßig drin Also da muss wohl irgendwas nicht geklappt haben jetzt bei Alex Sturm Sind in der Box Uiuiui Aber... RML fährt wieder Um mal eine gute Nachricht, äh, zu verbringen Sind auf Position 10 So... Gucken wir mal... Ach Gott Da haben wir wieder unser Wiener Wöschen Jawohl, da bin ich wieder Guten Morgen Guten Morgen, ohne Sorgen Und komischerweise hol ich immer die Gäste So entweder... So jeden halben Stunde Oder zu jeder volle Stunde rein Ja, das nehme ich jetzt 10 nach 2 Und mit Sicherheit geht es beim Carstenwärm die Glocken wieder Ja, ich bin jetzt mit meinem Spotter Stilt fertig Der Wecker um 37 Uhr Hat dem... Doch sehr sehr viel gebracht, ne? Ja Und Jani Metzger, hier ein bisschen außerhalb der Strecke im R8 Oh, zu spät gebremst Ja, aber... Da kann man schon stabil drüber fahren Über die Kurve Hat man... Hat ich auch schon zwei... Zwei Erfahrungen Vorher eine war eher unfreiwillig, glaub ich Hat ich doch wahrhaftig einen überrundeten hinter mir Der zuerst aufblinkt Und... Obwohl er zwei Runden hinter mir ist An mir vorbei will Und er fährt gerade mal pro Runde Einen leichten Ticken schneller Naja... Und dann nach der Kämmegeraden Bremst er auf einmal Ziemlich spät Und kommt dann innen rein Ja, und dann... Hatte ich keine andere Wahl mehr als... Den Ausgang geradeaus zu nehmen Ganz kurz, Daniel, wie alt bist du eigentlich? 22 Okay Also, die jungen Wilden sind unterwegs Könnte man wieder sagen Und Single Falls vielleicht auch... Ein hübscher Österreich-Ringrad In den Stream guckt Und Interesse hat auf ein Date Ja Ist klar René, bist du schon vergeben? Nee Erst hier An R-Faktor Ja Zum Teil an R-Faktor, ja Wir machen... Nein, nein, nein Dani, wir machen das anders Erste Jüngere Also, wenn ihr René Kirchhoff kennenlernen wollt, ne Siebt zehn Jahre Junk Ähm Er kennt sich sehr gut im Motorsport aus Kommentiert nebenbei auch noch Und... Er meldet euch bei mir Ich schicke euch dann alle notwendigen Daten von ihm denn Und dann könnt ihr ihn... Keine Ahnung... Belagern... Wo auch immer er wohnt So Ja Nein, es gibt... Es gibt keine neue Spaten-Serie auf... Äh... Im SWV René, was du sagen willst Vielleicht sollst du mal zu RTL gehen oder so Ich mein, die suchen immer neue Serien René, was ich da vorhin sagen wollt, ne Der... Todemann ist in der Blau Schirmau abgeflogen Und hat dann an die Box müssen So war das gemeint Ach so, okay Ach Leute, manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste einen Twitter-Account hier hinzufügen Weil mich fragen dann alle Wo ist'n das Team, wo ist'n das Team Oder sowas, ich hab's ja alle im Whatsapp Und dann krieg's auch noch mit Ja, dafür, dass ein Ticker Ein Twitter-Ticker, der so UND durchläuft im Bild, so, ne Ja Ja Das Team ist denn da, so Ja Ähm Gibt ja Leute, die Gucken hier 24 Stunden Den Stream Und Es Ja, die Leute Die Leute, die das machen Die jetzt dazu alles geschaut haben Selbst den Polnischen und den Spanischen Oh, die sind, also die bewunderlich, ganz ehrlich Also Das war ja eine Katastrophe, ne Du, ich weiß es nicht Ich hab mir das nicht angehört Die gute Spanischen Kollegen, ne Aber... Für uns Deutschsprachige war das War das schon, ähm Ich hab manchmal reingehört Aber ich hab kein Wort Wir haben absolut nichts verstanden Aber ich hab Ich hab kein polnisches Wort verstanden Also, äh Die Jungs von RML Waren ja drüben im Team-Speak noch Da haben sie ja Na ja Du sag mal, kannst du mal übersetzen? Du kannst doch polnisch Weißt du was? Ich kann polnisch? Ne Never Ah, ein Wort Ich glaub, ein Wort hat man verstanden Ich glaub, die haben einmal Spacko gesagt Okay Hab ich mir sagen lassen Aber die Spanier waren da besser Also, auch von die Emotionalität Ja, das war, also Richtig mitreißend Jetzt hat sich mein WhatsApp Ach, Mann Verabschiedet Ne, aufgehangen Aber jetzt klappt's wieder Ja Ähm Wie ist denn das eigentlich so, René Gegen seinen Vater zu fahren? Gibt's da im Nachhinein immer noch Diskussionsbedarf am Armbrutzverstand, oder? Nee, eigentlich nicht Also, eigentlich gibt's keinen Diskussionsbedarf Ähm Oder so Hast du schon irgendwas am Setup verändert, oder so? Nee Weil man muss sagen Also, bis hier auf der Strecke sind wir uns noch nie so häufig begegnet Das Problem ist einfach Ähm Dass wir Wenn Wenn ich keine Kilos hab, dann hat er Kilos Und dann Fahr ich irgendwo vorne um den Sieg mit Und hab ich dann Kilos, dann hat er wieder keine Kilos und fährt auch vorne rum Und ich kann nicht mit da halten Also Ja, vielleicht wird's ja beim nächsten Rennen jetzt Im Olden Park was Ja Sind wir ungefähr gleich bestückt Da bin ich auch gut dabei Da bin ich auch gut dabei Da bin ich auch gut dabei Was sagst du jetzt? Nein, nein, also Von den Hotlabs, ich bin sehr zufrieden Ja, Hotlabs Das hat ja nix zu sagen Oh, gibt man nix Guck mal, hier Hier sind Teams dabei, die waren im KW auf Platz 8, 9, 10 Und jetzt sind sie vielleicht Nur noch in den Ne Und ne Der Sebastian Deck hat's eben gesagt Die waren im Qualifying auf Was war's Ich glaub die standen vor uns Auf 9 Ja Und dann lief's gut Die waren eigentlich auch in den Hotlabs Also besonders Sebastian Deck war gut unterwegs Und Ja So schnell kann's kommen Und jetzt Liegen sie Glaub ich Top 30 grad mal Pfff Top 30 So ganz vorsichtig gesagt Ja Ich Bin nicht so aufm Heusten Stand Ich glaub eben haben sie mal auf 30 Zwischen durchgesehen Ach 25 Knapp daneben Ja Naja Wer ähm Wer hat denn eigentlich wen zum Simracing gemacht? Du dein Vater oder Dein Vater dir? Ja Ähm Also ich mein wenn man Wenn man Ich denk mal Codemasters kann man durchaus nicht als Simracing bezeichnen Ähm Das nehmen wir mal vor weg Doch 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 Das kann man nicht beteiligen Nein Also Codemasters kann man hier nicht als Simracing bezeichnen Ähm Auch wenn das Manche Ähm Renommierten Zeitungen Ähm Die ich natürlich jetzt nicht nennen mag Ähm Und Medienanstalten Medienanstalten Die dann zum Beispiel solche Ähm Ja Sätze rauslassen Wie Schaltet man alle Hilfen aus Entwickelt sich das Spiel Von einem Arcade-lastigen Spiel Zu einer beinharten Simulation Ist klar Das ist genau so wie bei dieser Nissan GT Academy da Wo so in Gran Turismo irgendwelchen Schnullerfahrer Entschuldigung wenn ich das so sage Aber Schnullerfahrer rausziehen Die da mal Eventuell gut sind Und wenn sie dann aller Airfactor fahren würden Dann wäre das eine hoffnungslose Katastrophe für alle dort Und Natürlich Ich muss auch ehrlich sagen Selbst die SimBim Spiele sind für mich keine Simulationsspiele mehr Ne Das ist Weißgott Ähm Vor allem dieses DTM Ähm Da wo sie jetzt eine Demo rausgebracht haben Ah ja Das bin ich gerade auch schon gefahren Ja Das ist Das ist größer Ross Weil es ist Ja Time Attack Das ist wie dieses Race Injection Oder äh Race Room Gedöns Das ist einfach nur Time Attack Richtig Und das ist für mich keine Simulation Wenn ich da nur auf Hot Lapping ausgehe Und äh Ja Ne das Das ist für mich keine Simulation Und dann fahre ich halt wirklich Airfactor oder iRacing oder wenn irgendwann mal rauskommt Assetto Corsa Ja Und fahre ich da halt meine Stundenrennen oder meine 24 Stundenrennen und dann weiß ich auch was ich denn in diesen 24 Stunden geleistet habe teilweise Ja Vor allem wenn es Hochsommer ist Ähm Da haben ja so einige äh geklagt ja so im Hochsommer Äh Es ist so warm und Ich geh jetzt erstmal duschen dann kann man ein Interview machen Ja Naja so ist ähm Und da ist es wieder René dass wir Kommentatoren sind weil wir können einfach einen Ventilator nehmen uns hinstellen Ja Ich hab mir so einen kleinen äh 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 Tischventilator geholt hat der war richtig gut für den Sommer Und dann schön einfach easy geschildt und andere dann so nachher So ich geh jetzt erstmal duschen Ich spring jetzt in den Pool Du hast gar keinen Pool Dann mach ich mir halt einen Ja Ja Also Ja also Um da so eingangs auf die Frage zurückzukommen Oder auf die Sache mit äh DTM Experience also Ich bin's gestern auch mal Ich bin's 5 Runden gefahren und hab das Spiel sofort wieder ausgemacht Also Das war Das war Ich hab's gewusst Ich hab eigentlich gedacht Boah Die Damage Queens Das hört sich doch wieder super an Also das muss man nochmal testen und dann Schaut man Wie das ist Und dann Äh Nach 5 Runden bist du schon wieder niedergeschmettert Weil das Das hat Peter was so begeistert davon Absolut Der Größte Dreck ist Ich mein da bleib ich doch lieber bei R-Faktor Was hab ich denn bei R-Faktor als Als Vorteil Äh Das allein schon Jetzt ähm Der T5 Mod für R-Faktor 1 Es ist ein super Handling Es ist ein super Sound Ähm Die Das mit dem Option Reifen DHS funktioniert alles Äh Du kannst mittlerweile Regen Wir haben im wild Kampf um den 10. Platz RML gegen LSF So jetzt René weiter Du kannst äh Mit dem äh Regen Äh Auch mittlerweile arbeiten Und das ist zum Beispiel was Was bei äh R-Faktor und äh Und äh solchen Geschichten Immer angemarkert wird Dieses Dass es überhaupt mit dem Regen nicht geht Äh Zumindest jetzt bei DTM Äh Racing Experience Schadensmodelle sind teilweise Unterirdisch Und das äh Ja Da Sagt man sich doch Lieber Dann Sag ich mir Mein Gott Vernachlässigt man die Grafik lieber ein bisschen R-Faktor ist von 2005 Gut Grafik ist nicht mehr so gut Aber Äh Dafür Macht das Spiel wirklich lauter Also ich muss auch sagen R-Faktor Ein richtig geniales Spiel Ich hab das Jetzt seit drei Wochen Oder vier Wochen Habe das Spiel Und ich bin sehr begeistert Muss ich sagen Ja Was hast du denn sonst gezockt Mario Kart 64 Oder wie Ich hab zwar schon wieder gelesen Bei 3-Faktor Immunities Ähm Die sind so überzeugt von dem Spiel Das Spiel sei Also Absolut super Also Hier ist noch nicht mal 7 Euro mehr Ja 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 Also Da hol ich mir lieber Irgendwie Also Also Ich Ja Ich Ja Ich Ja Aber Ich Ich Und Ich Und Ich Ich Und Ich 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 Und ... wie sie die Kontrolle bei dem Punkt geschafft haben Oder... ... wie sie diesen Punkt... ... was heißt Kontrolle... ... wie sie diesen Punkt erfüllt haben Wurde da eigentlich im Vorhinein irgendein Ausschlusskontrag gemacht? Ich weiß... ... der Lutz hat... ... bemüht sich halt immer darum einen Nachweis zu bekommen dafür, dass die Fahrer... ... doch Erfahrung haben, so war es zumindest bei... ... meinem Einstieg damals Ja, aber du musst das ja auch so sehen Wenn du jetzt sagst... ... ich fahre bei... ... ja, ich nenne jetzt mal einfach eure Liga... ... PRL Seit wann? Ich kann jetzt auch schon... ... 20 Monate nicht mehr gefahren sein... ... und habe mich zuvor bei der PRL... ... oder bei einer anderen Ex-Belieben-Liga angemeldet... ... und sagen so... ... jo, ich fahre hier schon so und so lange... ... und die anderen können mir das auch bestätigen... ... und bla bla... ... so... Ich meine, tatsächlich kannst du es wirklich nicht nachweisen... ... aber ich denke mal, dass wir alle... ... äh... ... so viel... ... Reife haben... ... dass wir da keinen... ... äh... ... Humboldt veranstalten... ... und irgendwie einen auf Crash-Event machen... ... weil dann ist das Team auch schneller raus, als man Crash sagen kann... ... ja... ... ok, das war jetzt ein bisschen übertrieben... ... aber na gut... ... ... so, ich weiß gar nicht... ... euer... ... Hove mischt ihr da jetzt mit? Ne, das ist ne Überrundung, ne? Ja, das ist... ... er hat... ... ja... ... die beiden hat er vorbeigelassen... ... ja, dann bin ich da vorbeigelassen... ... ja gut... ... wir haben äh... ... wir haben über 2 Minuten Vorsprung auf den Hintermann... ... und... ... da... ... wir brauchen uns nicht stressen... ... da brauchen wir uns wirklich nicht stressen... ... und brauchen wir uns auch wirklich nicht in diesem Kampf da... ... in irgendeinster Weise auch noch einmischen oder... ... irgendwie darin entscheiden... ... sollen die beiden es selbst... ... unter sich ausfahren... ... ich mein, es geht ja auch noch um... ... noch um Top 10 Platzierung... ... in dem Kampf... ... und... ... da brauchen wir jetzt nicht... ... irgendwie reinzumischen... ... und die beiden aufhalten... ... mit der Taktik sind wir auch schon relativ weit gekommen jetzt... ... auch... ... als zum Beispiel so'n Ronny Hähnel von hinten kam... ... äh... ... äh... ... der brems... ... brems man einfach mal früher... ... lässt ihn einfach vorbei... ... den Ronny kannst du eh nicht aufhalten... ... das änderte nur böse, ne? ... der ist ein Ärger-Diger... ... da... ... der Ronny fährt in seiner eigenen Welt... ... aber es sind auch andere... ... Kandidaten noch... ... und Sebastian Rhön ist auch... ... verdammt schnell unterwegs... ... da gibt's halt Leute... ... wie die Kfz-Teile der Autos... ... die kannst du einfach nicht halten... ... unter normalen Umständen... ... aber jetzt kommt der Angriff... ... aber jetzt... ... naja, er zieht zurück... Ja, wieso siehst du das eigentlich zeitgleich? ... also... ... das wundert mich jetzt gerade... ... in der Zeitgleich sehen kannst... ... gute Internetleitung... ... in Österreich... ... auf die Berge... ... genug... ... Satelliten... ... da hast du guten Empfang... ... hehehe... ... ja... ... normalerweise müsstet ihr... ... maximal... ... oder minimal... ... 3 Sekunden Delay haben... ... im eigentlichen Bild... ... was ich hier sehe... ... ja... ... sagen sie es hier richtig... ... es ist aber auch nur durch... ... dadurch entstanden, dass... ... eher an die Metzger irgendwas war... ... ich hab da immer noch keine Info... ... was da passiert ist... ... warum der dann auf einmal in der Box stand... ... aber... ... die haben noch... ... äh... ... die mussten Escape drücken... ... ach ja stimmt... ... was hast du gesagt... ... ne... ... es ist noch viel zu früh... ... wir haben 10 Uhr 20 übrigens... ... ganz kurzer Zeitservice... ... ey... ... ich bin ja schon wieder... ... fast 5 Stunden am kommentieren... ... ich... ... fass es nicht... ... joa... ... ich hatte ne... ... was war das längste... ... was du mal kommentiert hast... ... wie viele Stunden... ... das längste... ... ähm... ... ja... ... fast 5 Stunden... ... also das war... ... ne... ... ne... ... Schwachsinn... ... also fast 5 Stunden... ... war ein Rennen... ... also... ... mit Vorberichterstattung... ... und allem... ... und Wanda... ... äh... ... das... ... ne... ... das längste war tatsächlich... ... ein Event... ... und zwar... ... das war genau dieses... ... ähm... ... KS Hockey Event... ... da müssten es... ... glaub ich... ... zwischen 9 und 10 Stunden... ... am Stück gewesen sein... ... wobei das... ... das... ... ähm... ... das Gute daran war... ... man hatte halt... ... immer was... ... zu... ... zu kommentieren... ... und konnte... ... immer das Spielgeschehen... ... gut verfolgen... ... die... ... Spiele wurden eigentlich... ... nie langweilig... ... und... ... du hattest dann auch... ... das... ... das Glück... ... dass nebenbei... ... lief noch DTM... ... Bundesliga... ... lief auch noch... ... da hatte man auch was... ... wo man zwischendurch... ... drauf gucken konnte... ... und... ... äh... ... dann gab's halt immer noch... ... die Möglichkeit... ... immer so Teams... ... oh... ... Skype Racing 2... ... hat sich da gedreht... ... äh... ... und... ... Teams die frei... ... hatten gerade... ... da konnte man sich immer... ... so Fahrer rauskicken... ... so hatte man eigentlich... ... durchgehend... ... so jede halbe Stunde... ... mindestens mal... ... ein Gesprächspartner... ... so jetzt ist mit Seher... ... grad dein Vater reingekommen... ... da ist... ... Skype Racing Team... ... zwei das ist... ... hat sich gedreht... ... hat sich gedreht... ... ja... ... ja... ... das war unser direkter Verfolger... ... das haben wir... ... über ne Runde... ... über ne Runde Vorsprung... ... auf KFZ-Teile 3... ... ja... ... ja... ... bei denen ist es hier aber auch... ... noch ganz schön spannend... ... die können sich auch noch nicht so einigen... ... wer jetzt... ... wie und... ... ja... ... da merken wir mal... ... wie ausgeglichen... ... A die Fahrzeuge... ... und B die Fahrer sind... ... also... ... das ist schon ziemlich krass... ... muss ich sagen... ... ja... ... es ist schon... ... nicht... ... bemerkenswert... ... wenn man auch bedenkt... ... ähm... ... aber ich hab schon von ein paar Fahrern gehört... ... jetzt... ... hier... ... bei uns im Team... ... dass der SLS... ... gar nicht so leicht zum Fahren ist... ... was ich so mitbekommen hab... ... das soll's nicht... ... ich bin die Mod nicht einmal gefahren... ... aber trotzdem mal so... ... dass der SLS liegt... ... trotzdem relativ... ... gut... ... und man... ... ich mein... ... man sieht's an den Zeiten... ... die waren zwar im Qualifying... ... glaub ich... ... ähm... ... im Nachhinein... ... aber... ... also... ... und das auf sieben Kilometer runtergerechnet... ... mal ne... ... ja... ... auf sieben Kilometer ist es... ... ich denk mal... ... so wie es... ... im Moment aussieht... ... ähm... ... wie so meine Erfahrungen... ... bisher auf der Strecke sind... ... also... ... die Autos sind hier absolut gleichrangig... ... wenn gleich... ... der eine oder andere Wagen vielleicht... ... etwas... ... äh... ... schwieriger zu steuern... ... ist in den Gran... ... äh... ... in den Kurven... ... nicht in den Gran... ... ähm... ... also zum Beispiel... ... dass der SLS... ... vielleicht schwer an den Kurven... ... zu steuern ist... ... aber dafür... ... natürlich mehr Power hat... ... wenn's denn... ... um... ... Sachen wie rausbeschleunigen... ... oder Topspeed geht... ... oh... ... übrigens... ... Ace Racing... ... erneuter Ausfall... ... denn... ... Alex Sturm... ... hat die Verbindung verloren... ... da gibt's gerade... ... Internetprobleme bei ihm... ... ich seh's gerade... ... weil ich Steamspeak gerade offen hatte... ... die Verbindung von Alex Sturm... ... wohlunterbrochen... ... Connection lost... ... und... ... jetzt ist er auch... ... disconnected auf dem Server... ... waren auf die 17. Position... ... zurückgefallen... ... wann wirst du noch mal... ... ins Cockpit steigen... ... René? ... ähm... ... ja... ... also wie's aussieht... ... gegen 12... ... denke ich mal... ... wir haben jetzt... ... ähm... ... wir hatten den Vorteil... ... dass wir... ... doch länger fahren können... ... als erwartet... ... ähm... ... also wir fahren... ... so... ... gute... ... äh... ... gute Stunde... ... 10 pro Stint dann... ... und... ... äh... ... können uns wohl... ... in Summe... ... äh... ... ähm... ... ja gut... ... müsste man eigentlich da... ... die ähm... ... Server Restarts... ... rausrechnen... ... da hat man... ... klein wenig Pech auch... ... aber wir hätten durchaus... ... im... ... Rennverlauf... ... äh... ... seit 2-3 Stints... ... hinten rausfahren können... ... und... ... ja... ... ist ein bisschen schade... ... denn... ... äh... ... ein... ... hab ich gerade schon gesagt... ... also ein... ... hat uns ein bisschen... ... blöd getroffen... ... zurückgeworfen... ... äh... ... wir... ... lagen... ... zwischenzeitlich sogar... ... auf dem 4. Platz... ... dann... ... waren wir an der Box... ... sind bis auf 10 Meter zurück... ... und 2 Runden später... ... gab's... ... wie ich's da... ... hm... ... das verdämmert mich... ... tja... ... aber... ... so ist es halt... ... also das heißt... ... bei Renni fällt heute... ... das Mittagessen aus... ... mal schauen... ... provoziere jetzt hier nicht irgendwas... ... aber ich löff mal eben ne Datei... ... soo... ... dann gibt's ein Reaster... ... dann kann ich in Ruhe... ... Mittagessen gehen... ... Mama macht äh... ... Königsberger Klopze... ... oder irgendwie so... ... ne... ... ne... ... kann's jetzt nicht... ... äh... ... ich weiß ja nicht was du isst... ... ja... ... weiß ja nicht was man... ... bei euch da so... ... allgemein kocht... ... das ist auch... ... keine Ahnung... ... ist auch immer unterschiedlich... ... von der Region... ... ja... ... ähm... ... wie ne Schnitzelsäger... ... ach du... ... du wie nervöschen... ... ja... ... Fisch... ... ja... ... ähm... ... nur ich muss ehrlich zugeben... ... ich bin gar kein Fischesser... ... eigentlich... ... Skandal... ... ja... ... ich weiß... ... aber so ist das nun mal... ... das müssen wir jetzt direkt mal... ... auf Facebook veröffentlichen... ... du kannst mich ja gar nicht markieren... ... weil... ... weil wir gar keine Freunde sind... ... ha... ... das denkst du... ... ne... ... ja... ... pass auf... ... und jetzt... ... es kommt gleich auf ein iPhone... ... weil es liegt ja neben dem Monitor... ... falls da irgendeiner anschreibt... ... dass ich sehe... ... Bene Kirchhoff... ... hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt... ... ne... ... ne... ... ja... ... ähm... ... auch unterm anderen Namen unterwegs... ... und... ... aha... ... ja... ... ganz zufällig... ... bin ich da... ... ne noch Freunde sind sie... ... ach das bist du... ... he... ... aber natürlich nicht... ... ach so... ... ach... ... ach... ... jetzt hat er nicht sparen... ... lustig... ... so... ... aber währenddessen beobachten wir ja weiter... ... in dieser... ... in dieser Freikampf hier... ... immer noch um die 10. Station... ... ach das ist ja interessant... ... dass du da bist... ... aha... ... ... ich mal den mensamen Bild... ... aber wie guckt man auf den Namen... ... war mal... ... ach... ... ach... ... ja... ... die guckt man auf den Namen... ... ähm... ... ähm... ... das ist mit Windows... ... ok... ... Sparsaktion entstanden... ... ok... ... so... ... jetzt eventuell Chemistrade hier... ... ach das reicht immer noch nicht... ... also da sieht man mal wie ausgeglichen die Fahrzeuge sind da... ... ja... ... die sind da ja schon fast ne halbe Stunde drauf... ... und tja... ... da ist immer noch nix... ... ah ich hab auch gemerkt... ... dass teilweise auch die halbe Stunde Autos ankommt... ... denn... ... ähm... ... zum Beispiel... ... zum Vergleich den... ... ähm... ... ich war ja relativ früh dran... ... meine... ... meine... ... meine... ... meine letzten Mainstin... ... die liegen... ... in den Tieren von 17.08 Uhr gestern... ... ähm... ... ähm... ... und da... ... gab's Autos wie zum Beispiel... ... ähm... ... ähm... ... vom Verschniki... ... der... ... kam sie dahinter vor... ... als hätte der Turbo... ... den er drückt... ... auf der Raden oder so... ... und... ... da hat's ja echt keine Chance... ... den auf der Raden zu machen... ... selbst... ... ohne Beschädigung und... ... ähm... ... mit Windschatten... ... du kamst einfach... ... kaum ran... ... du bist einfach nur dran geblieben... ... ja Jörg... ... ich hab das im Blickfeld... ... aber... ... ich warte eigentlich nur darauf... ... dass sich das hier mal hier klärt... ... dann würde ich auch gerne mal rum switchen... ... aber weißt du was... ... ich mach's jetzt einfach mal... ... wir gehen mal auf 2 und 3... ... wenn die sich da nicht einigen können... ... dann... äh... ... hoffen wir mal... ... dass die sich hier einigen können... ... das ist nämlich... ... genau die richtige... ... falsche Zahl... ... nämlich... ... Peter Grau... ... und Daniel Hake... ... und mit Sicherheit... ... äh... ... ändert sich da jetzt was... ... auf der 10... ... darauf würde ich euch schon... ... fast 5 Euro wetten... ... gerade wenn's weg switcht... ... das ist ja immer so... ... ja ja... ... da kann der René... ... nur ein Liedchen von singen... ... das sind die Combinator... ... ja gewohnt... ... aber sicher doch... ... wir... ... wir versuchen immer... ... alles richtig zu machen... ... und am Ende... ... werden wir von allen Liedern gemacht... ... doch alles falsch... ... alles falsch... ... wir werden von allen Liedern gemacht... ... hör... ... du hast mein... ... gezeigt... ... und... ... ja und letztendlich sind wir denn... ... die immer... ... an allen Schulz sind... ... ne... ... genau... ... da müssen wir ja nur sagen... ... nur weil wir es... ... nur weil wir es... ... vorher geschrien haben... ... ja... ... da könnte gleich ein Unfall passieren... ... und dann passiert ein Unfall... ... ja ja... ... ich muss ja immer bei Mainstreams... ... sagen... ... nein... ... hier geht's nicht nach dem Drehbuch... ... aber na gut... ... ja wir sind immer die Angemeinerten... ... die Kommentare... ... von... ... du hast mich gar nicht gezeigt... ... und du hast nur Mist... ... über mich erzählt... ... und... ... du stinkst sowieso... ... so in etwa... ... muss ich mir schon in einigen... ... Linieren hin... ... aber da wo ich jetzt bin... ... bin ich zufrieden... ... ist super... ... und... ... ja... ... und ob ihr es tatsächlich schafft... ... mich abzuwerben... ... mal gucken... ... ist nur... ... erfragende Geldsache... ... mehr nicht... ... ist klar... ... so... ... und der Peter Krokitier... ... aber schon ganz schön... ... wild Lichthupe... ... aber... ... das sieht mir jetzt so aus... ... als würde Hark vorbei gehen... ... ja... ... dem ist auch so... ... aber das sah mir fast so... ... danach aus... ... als so ein Zeichen... ... ja... ... geh... ... du bist eh schneller... ... und das stimmt auch... ... also über eine Sekunde... ... war jetzt... ... die haben aber jetzt... ... nicht wirklich... ... anderthalb Minuten... ... rausgefahren... ... oder? ... ach... ... du ahnst es nicht... ... die haben tatsächlich... ... anderthalb Minuten... ... rausgefahren... ... ja... ... der Z4... ... ja... ... wobei... ... ich glaube... ... ähm... ... die... ... äh... ... Jungs von Kfz... ... Teile 24... ... das hat man... ... ähm... ... halt... ... verdacht habe ich auch... ... beim Jan... ... äh... ... von Merkatz... ... die haben sich... ... für das größere Tankvolumen... ... entschieden... ... denn die können doch... ... wirklich... ... erschreckend lange fahren... ... was habt ihr nochmal... ... für ein Upgrade drin... ... wir haben die... ... 40 Kilo genommen... ... wie eigentlich... ... äh... ... mal... ... ja... ... wie eigentlich... ... gefühlt... ... ein Dreiviertel des Feldes... ... ok... ... Minus macht ja natürlich... ... am... ... meisten Sinn, ne... ... macht ja keinen Sinn... ... wenn sie dazukommen... ... so jetzt guck ich mal eben... ... 10 und 11... ... da sind wir noch unverändert... ... aber wir bleiben jetzt erstmal hier drauf... ... weil wir mit den anderen hatten jetzt lang genug... ... bei der... ... äh... ... ja... ... da sehe ich es gerade auch schon wieder... ... wenn ich einmal eben rüberzwitsche... ... jetzt ist der Z4 wieder vorne... ... eben war es wieder der Nissan... ... also die geben sich jetzt hier ordentlich... ... und ähm... ... ganz kurzer Einwurf... ... ähm... ... Peter Grau hat mir gerade gesagt... ... wir haben auf allen drei Teams... ... auch die Minus 40 Kilo drauf... ... also der... ... scheint... ... mit dem anderen wohl ein bisschen... ... gezwügt... ... jetzt muss man mal ganz kurz... ... deine Definition von eben gerade sagen... ... Definition von eben gerade... ... ja... ... wie viele Minuten ist denn das... ... ja... ... ich wollte schon sagen... ... weil der Peter Grau... ... der... ... äh... ... weil sonst... ... ne... ... können wir das ja gleich mal als Verdacht... ... ne... ... dass hier irgendwas nicht so groß läuft... ... aber nein... ... das... ... das war... ... die Widerlegung meiner Hypothese... ... dass... ... der... ... äh... ... dass das Kfz-Teile 24... ... eventuell auf ein großes Tankvolumen gesetzt hat... ... aber... ... dem ist es ja nicht... ... ähm... ... die J-Koge mich dahin berichtigt hat... ... so bei Ace Racing... ... schauen wir mal die Final immer weiter zurück... ... das... ... ist der Geyhard... ... und jetzt sehe ich da... ... Torsten Schwersträger... ... ist Disconnected... ... er am L-Racing Team 2... ... und V12 Racing... ... ich weiß nicht was die machen... ... aber die sind schon... ... wieder raus... ... oder immer noch... ... ich weiß es nicht... ... ich glaube immer noch... ... also die... ... sind schon seit... ... guten 2 Stunden Disconnected... ... und Dan ist erst 20 Runden... ... ein Unterschied zwischen den... ... äh... ... 34... ... platzierten... ... äh 34... ... okay... ... ja gut... ... ich meine... ... das Satellite Rating 1... ... eben auch... ... ordentlich das... ... schon gesammelt... ... und... ... liegen ja mittlerweile auch schon... ... aber... ... 50 Runden... ... und dann... ... schau mal wie viele Runden... ... ihr zurück seid... ... euer 1er Team... ... ist... ... 3 Runden... ... 3 Runden... ... das 2er Team... ... ist... ... äh... ... 9 Runden... ... ne... ... stimmt gar nicht... ... warte mal... ... 374 Runden... ... habt ihr... ... 12... ... ich kann nicht mehr rechnen... ... doch... ... müssten es 12 sein... ... 12... ... ja... ... und aktuell... ... wer ist denn da jetzt... ... auch... ... wo ist denn der jetzt eigentlich... ... der... ... äh... ... ähm... ... ach so... ... ja... ... stimmt... ... das war ja der... ... der in alle Sprint... ... wenn der Pizza noch... ... essen hat... ... hier... ... live... ... wenn bei anderem... ... äh... ... die Glocke ging... ... und äh... ... die Vogel... ... ges... ... ges... ... ges... ... das... ... glaub... ... äh... ... der ist... ... Sebastian Rümer... ... an der Box... ... weil... ... Daniel Haack... ... ist jetzt in Führung... ... ja... ... könnt ihr ihn hauen... ... bei ihm steht bei... ... trotzdem eine 3... ... und bei allen anderen beiden... ... noch die 2... ... so... ... jetzt gehe ich mal... ... aufs nächste Duell... ... also... ... LSS Racer... ... ist übrigens vorbei... ... an dem Jani Metzger... ... das haben wir jetzt... ... natürlich verpasst... ... was auch sonst... ... dann gehen wir jetzt mal... ... auf 8... ... 9... ... das ist nämlich... ... Independent Sim Racer 1... ... gegen... ... Eckery... ... Sim Motorsport... ... am R1... ... 77... ... und ja... ... jeden haben wir... ... es freundlich begrüßt... ... von daher sagen wir auch... ... einen wunderschönen guten... ... Morgen... ... die Herrschaften hier... ... ja... ... Daniel René... ... und natürlich... ... Christoph... ... und natürlich... ... alle unsere Zuschauer... ... also ich kann zumindest... ... wieder... ... einen ganzen Satz... ... am Stück sprechen... ... das ist schon mal schön... ... aber... ... aber... ... ja... ... fit ist was anderes... ... nichtsdestotrotz... ... jetzt ziehen wir das durch hier... ... ihr dürft ruhig Schlaffi zu mir sagen... ... dafür haben sie den Christoph... ... schön früh aus dem Bett rausgeholt... ... das passt schon... ... da kriegt der Christian Lehmann... ... irgendwann mal zurück... ... das sag ich euch... ... ich bilde mir einen... ... der hat das schon mal gemacht... ... kann das sein? ... war das nicht schon mal so? ... das war der Daniel Schüch... ... ja... ... irgendjemand hatte ich doch schon mal... ... bei irgendeinem Rennen... ... das war... ... und da hat der Daniel... ... dennoch so gesagt... ... Guten Morgen Christoph... ... du müsstest mal kommentieren... ... ich so... ... hab ich das böse F-Wort gesagt... ... ne... ... und äh... ... ich so... ... guck mal auf die Uhr... ... es ist um sieben... ... ja... ... du bist so gut gelaunt... ... ich weiß... ... ja Lutz äh... ... braucht... ... paar Minuten Ruhe... ... ich so... ... ach... ... ja ok... ... weil ich ja so ein großes Herz habe... ... ne... ... so jetzt... ... jetzt bringt mich doch mal... ... jetzt bringt mich doch mal... ... auf den neuesten Stand... ... haben wir hier... ... seitdem ich die letzten vier Stunden... ... irgendwas... ... Wildes erlebt oder... ... noch mal ein Reestar zum Beispiel... ... nö... ... aber wir hatten... ... mal ein Führungsex... ... und zwar führt das wieder... ... ähm... ... Torque... ... vor... ... ok... ... jetzt ist noch nicht Boxenstop bereinigt... ... aber... ... ähm... ... re-ride führte ja... ... weil der Martin Wiesel... ... war nicht so schnell... ... und... ... ähm... ... ja... ... da ging dann der Sebastian Röhn... ... vorbei... ... aber war auch anderthalb Sekunden pro Runde... ... schneller... ... von daher war es nur noch eine Frage... ... und der Zeit... ... ja... ... Peter Grau... ... Boxenstop bereinigt... ... wer ist aktuell der dritte Platz? ... da ist der Daniel Hake eben gerade... ... vorbei... ... gegangen... ... und... ... ähm... ... ja... ... ansonsten... ... Ace Racing... ... Disconnect... ... ja... ... ich glaub die hatten schon einen... ... als ich noch da war... ... weil du noch nicht da warst... ... da hatten die auch schon einen... ... ja... ... der... ... der Alex Sturm... ... der ist... ... irgendwie auch jetzt schon seit längerer Zeit... ... also er ist auch... ... nicht mehr im Teamspeak... ... der ist dann nämlich schon rausgeflogen... ... und wer war es noch... ... der tovsten Schwertfeger... ... der hatte da eben auch noch was... ... da stand eben auch... ... ähm... ... als... ... Dis... ... Connected... ... aber dürfte jetzt wieder fahren... ... ja... ... aber er steht noch an der Box... ... muss ja die Strafe absetzen... ... ja ansonsten... ... war nix großartiges... ... ein paar Zweikäfe... ... aber ansonsten relativ... ... ruhiges Rennen... ... 4 Stunden 39 haben wir noch... ... ja... ... schon der Wahnsinn... ... schon der Wahnsinn... ... also... ... ja... ... wir sind hier alle schwer begeistert... ... und ähm... ... ja... ... ich hoffe ich muss mich jetzt erstmal hier... ... äh... ... als ich hier eben geschrieben hab... ... dass ich in 15 Minuten komme... ... hab ich dann auch erst mal... ... fünf Minuten davon... ... Support gemacht... ... ja... ... äh... ... ich soll dich noch ausrichten... ... der Christian Lehmann... ... hat er denn kurzzeitig gemacht... ... aber war nix gröberes... ... war nur von irgendeinem... ... polnischen Team... ... was er jetzt war... ... keine Ahnung... ... ja... ... ja gut... ... ähm... ... ich hab gerade eben mit dem... ... Christian Nalepa gesprochen... ... der übrigens auch Deutsch spricht... ... das ist natürlich sehr schön... ... das mal zu wissen... ... ähm... ... und ähm... ... ähm... ... ja... ... die können momentan... ... keine Fahrer wechseln... ... das heißt... ... da wird wohl auch in Kürze... ... ein Escape erfolgen... ... das heißt... ... die sind jetzt momentan... ... auf Position 4... ... das ist natürlich... ... extrem ärgerlich... ... und äh... ... jetzt wollen wir mal hoffen... ... dass sie da... ... irgendwie noch ne Lösung finden... ... ansonsten... ... sind sie natürlich dann... ... wieder mit 4 Runden dabei... ... Rückstand... ... und dann... ... ja... ... das ist natürlich... ... sehr sehr bitter... ... ja... ... aber gut... ... sollte... ... sollte jetzt... ... nachdem ich wieder da bin... ... in irgendeiner Form... ... jetzt noch was passieren... ... irgendwie... ... mit dem Scoring... ... oder... ... äh... ... Missmatches oder sonst dergleichen... ... auch bitte nicht... ... bitte nicht... ... ja... ... dann... ... nee... ... dann... ... mach ich das nie wieder... ... und... ... dann gehst du weiter schlafen... ... Lutz... ... nee... ... schlafen könnte ich jetzt... ... gar nicht mal mehr... ... also von daher... ... ja... ... und äh... ... ich seh grad da oben... ... ist mein Lieblingsinterview-Gast... ... ich wollt grad sagen... ... einer kann ich hier jetzt... ... auf jeden Fall aufmuntern... ... ich zieh ihn mal runter... ... Guten Morgen... ... Carsten... ... Tischer... ... Moins... ... ganz kurz... ... das ist jetzt der Carsten Fischer... ... von Team RML... ... der andere Carsten... ... mit dem... ... Vogel... ... im Hintergrund... ... und mit den Glocken... ... das ist der Carsten Wilhelm... ... der Schneller... ... ich bin ja langsamer Carsten... ... der andere ist ja schneller... ... du bist ja... ... der P15 Carsten... ... genau... ... nee... ... wird ja immer schlimmer... ... wird ja immer schlimmer... ... was hatten wir denn gestern gesagt... ... wo es denn noch hingehen soll... ... eigentlich hatten wir gesagt... ... es sollte weiter nach vorne gehen... ... ähm... ... nee... ... wir hatten gesagt... ... wir wissen es nicht... ... ja ist richtig... ... aber du hattest so ein bisschen... ... schon die Hoffnung... ... dass es Richtung... ... äh... ... Top 10 gehen kann... ... hast du aber auch gesagt... ... dass es durchaus die... ... auch die Top 30 erreichbar werden... ... ja... ... richtig... ... im Moment geht die Tendenz Richtung... ... Top 30... ... also... ... ähm... ... wie gesagt... ... das muss ja... ... also ich bin da noch nicht so genau... ... informiert... ... da gibt es hinterher glaube ich... ... haben wir noch etwas Redebedarf... ... ähm... ... weil heute Nacht... ... sollen sich wohl... ... einige Dramen noch zugetragen haben... ... während ich den Schlaf der Gerechten... ... äh... ... äh... ... gehabt habe... ... weil wir haben ja dann auch immer... ... Spezialisten im Team... ... die... ... auf die Verlass ist... ... dass sie auch ja... ... irgendeinen Bock reißen... ... Namen sind jetzt mal Schall und Rauch... ... ja... ... es gibt welche... ... die gleich am Start das Auto zerlegen... ... ja... ... ähm... ... weiß ich nicht... ... ähm... ... da war ich... ... da war ich... ... nicht... ... nicht dabei... ... ähm... ... aber es gibt halt immer wieder... ... den einen oder anderen... ... wie gesagt... ... Namen sind Schall und Rauch... ... die dann... ... auf den Server joinen... ... und äh... ... hast du Zuschauen an? ... nee... ... naja... ... ähm... ... hab ich... ... hab ich vergessen... ... also... ... also... ... wir waren jetzt gefühlt... ... 17 Mal auf Platz 18... ... ja... ... ähm... ... dann wieder zurück auf... ... 28... ... dann wieder 25... ... jetzt waren wir gerade wieder auf 18... ... ich hab... ... also ich muss sagen... ... heute Nacht... ... ich war eigentlich müde... ... mir sind dann schon die Augen zugefallen... ... weil du weißt... ... ich wollte ja... ... ähm... ... um 12 high angehen... ... dann wurde es also... ... halb zwei... ... weil mir genau das passiert ist... ... was glaube ich... ... dem... ... Ronny in Le Monde passiert ist... ... ich hatte irgendeine... ... ein Hirni... ... hat mir Patex in den Sitz geschmiert... ... ich bin die Karre... ... nicht mehr los geworden... ... beim Boxenstopp... ... ja... ... ich bin dann also... ... drei... ... ich wollte zwei Stints fahren... ... dann konnte ich das Auto nicht wechseln... ... wir dachten erst... ... ähm... ... das liegt am Siggy... ... weil der... ... dann gerade gekommen ist... ... und dann auf dem Server... ... und dann musste alles schnell gehen... ... bin ich die Karre nicht los geworden... ... dann bin ich noch einen Stint gefahren... ... ähm... ... dann sage ich... ... okay Siggy... ... jetzt du... ... und hab den Fahrer ausgewählt... ... ich konnte wieder nicht wechseln... ... dann haben wir es mit dem anderen probiert... ... weil ich die Schnauze vorher hatte... ... ich wollte nicht noch eine... ... fünfte Stunde hinten ranhängen... ... und wir haben alle Knochenweh getan... ... in meinem Alter ist das so... ... und dann haben wir es mit dem anderen probiert... ... und ich bin die Karre nicht los geworden... ... ja... und dann haben wir halt... ... Escape gedrückt... ... und ich glaube zu der Zeit waren wir... ... 20. dann... ... naja... ... wie es halt so ist... ... jetzt waren wir gerade wieder 18. ... und haben gedacht... ... Mensch... ... sieht gut aus... ... Gott sei Dank... ... äh... ... muss man diesen Gedanken nicht vertiefen... ... weil dann kam ein Disconnect jetzt gerade... ... vom Thorsten... ... Gott sei Dank hält die Freude nicht so lange an... ... ich dachte... ... ich dachte schon... ... ich müsste gute Laune haben... ... ne... ... also wie gesagt... ... es läuft mal wieder nicht so viel zusammen... ... wir... ... und... ... ich bin richtig geile Zeiten heute Nacht im Dunkeln gefahren... ... da war ich... ... da bin ich 23 gefahren... ... und so ne Dinger... ... die bin ich vorher vollgetankt noch nie gefahren... ... und das mitten in der Nacht hier... ... also... ... war schon... ... war schon geil... ... es gibt natürlich so Liga 3, 4 Kandidaten... ... kommst du nicht ran... ... aber ja... ... das... ... gut... ... die gibt es immer... ... aber... ... ich meine... ... es ist schon wirklich... ... herzerfrischend zu hören... ... mit welchem... ... äh... ... ja... ... Geigenhumor du diese... ... diese... ... Rückschläge so... ... kommentierst... ... ähm... ... naja gut... ... also ich sag mal... ... wir haben... ... ich glaube... ... heute ist nicht ein einziges Team dabei... ... was nicht irgendwelche... ... Probleme... ... der... ... besonderen Art hatte... ... und äh... ... allein schon... ... und... ... ja... ... ja... ... ja... ... ja... ... das... ... das hatten sie alle... ... das hatten sie alle... ... das ist nicht die Frage... ... ähm... ... aber man könnte ja... ... mal dieses Glück haben... ... dass man der ist... ... dem es nicht passiert... ... aber... ... aber... ... ja... ... genau... ... genau... ... also... ... es ist nicht die Frage... ... dass immer was passieren kann... ... ähm... ... ja... ... haben sie auch die Karte rumgefahren... ... beim Überrunden... ... da irgendein polnisches Team... ... was weiß ich... ... drei lässt er vorbei... ... und ich bin der vierte... ... in dem D-Zug... ... dem schmeißt er natürlich die Tür zu... ... dann ist... ... dann ist der Splitter ab... ... und ähm... ... also... ... so... ... so... ... Kleinigkeiten... ... was soll ich sagen... ... also... ... wie gesagt... ... da haben wir schon mal drüber gesprochen... ... ich sehe das heutzutage... ... das ist nicht mehr so verbissen... ... natürlich fahre ich hier auch... ... mit dem Messer zwischen der Zähne... ... und natürlich... ... möchte ich... ... normalerweise gewinnen... ... dass das illusorisch ist... ... ist klar... ... aber... ... second place is the first loser... ... aber wie gesagt... ... wie das Ergebnis auch... ... auch ist... ... ich will 24 Stunden Spaß haben... ... und wenn ich hier... ... eben... ... 20. oder 25. werde... ... was soll ich denn sagen... ... morgen früh um 7 Uhr... ... geht hier in Berlin... ... die Sonne wieder auf... ... und das ändert sich ja nichts... ... an meinem Leben... ... ich habe halt nur nicht gewonnen... ... oder wir haben scheiß Rennen... ... oder Pech gehabt... ... oder... ... ähm... ... es gibt ein bisschen Redebedarf... ... im Team... ... das werden wir mit Sicherheit... ... auch machen... ... und dann... ... beim nächsten Mal... ... geht's dann... ... richtig zur Sache... ... aber das... ... ja... ... nee... ... sag nichts... ... habe ich jetzt nicht gesagt... ... den letzten Stunden... ... macht man immer noch... ... vom Lippen... ... ja ja genau... ... also... ... in den letzten Stunden... ... passiert ja auch nichts mehr... ... und äh... ... und äh... ... entschuldige Lutz... ... aber die Plätze... ... die wir gut machen können... ... in den letzten Stunden... ... das sind ja die... ... die wir jetzt schon... ... äh... ... zwölfmal gut gemacht haben... ... von dem... ... von dem... ... und wenn du... ... ein gutes Timing hattest... ... ja genau... ... ja genau... ... also... ... kann das vielleicht passen... ... ich meine... ... wenn du das natürlich überziehst... ... und bist genau wieder... ... auf der... ... auf der anderen Seite... ... der Sinus-Kurve... ... naja gut... ... dann ist halt schlecht... ... aber vielleicht passen... ... also... ... ja wir lassen uns mal überraschen... ... ich muss jetzt mal gucken... ... wo wir jetzt rauskommen... ... wenn wir ja diskonnect hier... ... wenn wir die Penalty abgesessen haben... ... und dann schauen wir mal... ... und dann... ... müssen wir halt nochmal... ... am Kabel ziehen... ... und dann... ... naja... ... das ist halt... ... es ist wie es ist... ... da kann man... ... da... ... das ist so... ... der schönste Spruch überhaupt... ... ja... ... es ist wie es ist... ... ja... ... kommt einer zum anderen... ... und klingelt... ... und dann macht der die Tür auf... ... und sagt... ... bin ich da... ... und dann sagt der... ... es ist ja gut... ... dass ich nicht gekommen bin... ... das ist ungefähr... ... genauso sinnvoll... ... aber... ... aber danke für diesen Tipp... ... ich werde das gleich übernehmen... ... ich muss dem... ... der unsere Autos lackiert... ... das sagen... ... es wird nächstes Mal... ... auf dem Auto hinten drauf stehen... ... es ist wie es ist... ... ja... ... es ist wie es ist... ... ich denke an meine Worte... ... ich werde das veranlassen... ... guckt das nächste Mal... ... das weiter an... ... aber... ... denk an Carsten... ... das kostet Geld, ne? ... ne... ... das ist mir egal... ... was... ... es ist wie es ist... ... ne... ... wir haben ja... ... wir haben ja nicht mehr so viel Geld... ... und... ... heute verdienen wir hier anscheinend ja nichts... ... naja... ... gut... ... ihr bekommt auf alle Fälle was für die Zielankunft... ... und... ... doppelte Punkte, ne? ... gibt's ja auch... ... doppelte Punkte gibt's schon... ... ja... ... aber... ... wie gesagt... ... je nachdem was... ... was ihr für einen Sponsor habt... ... ähm... ... ja... ... muss man mal schauen... ... was da am Ende kommt... ... ein bisschen Kohle gibt's... ... also fürs nächste Upgrade wird's reichen... ... noch ein schönes Training fahren... ... dann vor dem nächsten Rennen... ... und dann... ... klappt das schon... ... bei der ersten AP 15... ... ja... ... AP 15... ... ja... ... dann bleibt aber gut... ... gut im Soll... ... ja... ... ja... ... ja... ... genau... ... und... ... ähm... ... ja... ... also wir müssen jetzt mal so ein bisschen gucken... ... was ist'n jetzt mit... ... oh... ... die sind glaube ich schon raus... ... oder? ... der Buchschar im Auto... ... nee... ... Notox schon wieder in der Box... ... wieso das denn? ... ach so die... ... nee doch... ... die waren doch eben in der Box... ... du sagtest doch gerade eben... ... Buchsenstadt bereinigt... ... aber die stehen da tatsächlich... ... aber die stehen schon wieder... ... ja... ... also ich glaube die stehen... ... schon wieder... ... weil... ... sie waren ja in Führung... ... und hatten dann die Führung abgegeben... ... so... ... was mich jetzt allerdings ein bisschen... ... äh... ... ja... ... ich glaube... ... Actuary Sim... ... nee... ... ja... ... Actuary Sim Motorsport... ... nee... ... das waren ja die... ... ach Herr Jemeni... ... äh... ... wo sind die denn jetzt hingekommen... ... der Christian Nalepa... ... das Team... ... ich hab eins auf acht... ... das... ... äh... ... die waren vorher auf vier... ... das... ... aber die sind... ... noch im Rennen... ... das ist keiner... ... der da... ... jetzt... ... Paul E-Racing... ... da muss man mal jetzt... ... schauen... ... ja... ... Sebastian ist... ... ruft mich... ... ich geh mal da kurz hin... ... ich verabschiede mich auch erst mal... ... bis später... ... bis denn... ... ja... ... da sitzt... ... der Sascha Siegert... ... jetzt im Auto drin... ... im... ... Nissan GTR... ... ja... ... was... ... äh... ... hier... ... ist unser Wiener noch da... ... ja... der ist noch da... ... ja... ... der ist immer die... ... ähm... ... bis zum bitteren Ende... ... was weißt du... ... für ein Auto privat? ... ich? ... ja... ... was weißt du... ... den ließen... ... Straßenbahn! ... so... ... ich hab noch keinen Schirm... ... ja... ... ich sag mal so... ... bei den Kosten... ... äh... ... rentiert sich das ja auch... ... äh... ... ÖPMV zu fahren... ... oder René? ... ja... ... außer man wohnt in so'n... ... äh... ... Kuhdörfle, ne? ... das wäre... ... durchaus... ... kontraproduktiv... ... naja... ... ich erreich auch alles mit... ... mit... ... mit Zug und so weiter... ... und ne... ... das passt dann schon... ... 5 Minuten von Arbeit entfernt... ... was brauche ich denn... ... Führerschein? ... sag halt mal lieber... ... ein gescheites Lenkrad... ... um 1000 Euro... ... da... ... sprechen immer diese Experten... ... die... ... die tatsächlich noch... ... also... ... die... ... die tatsächlich glauben... ... 1000 Euro Lenkrad... ... wäre ich jetzt 5 Sekunden schneller... ... jaja... ... naja... ... das war doch nur dahin geblabelt... ... ja... ... aber das sagen... ... komischerweise... ... sehr sehr viele... ... also... äh... ... denken... ... sie müssen... ... ganz viel Geld ausgeben... ... damit sie ganz ganz schnell sind... ... aber letztendlich... ... äh... ... werden sie dann vom Hersteller verarscht... ... weil die Dinger dann... ... nach einem Monat... ... schon wieder Schrott sind... ... ach... ... G27 reicht... ... was... ... richtig... ... schweizer Marken... ... ist Logitech... ... ich weiß nicht... ... ob ihr das... ... schon geklärt hat... ... ist Logitech... ... jetzt ne Schweizer Firma... ... ja ne... ... Logitech ist eigentlich Schweiz... ... ne Schweizer Firma... ... ne... ... das kann gut sein... ... ja... ... gute Frage... ... und wenn... ... dann wird's mich nicht wundern... ... warum bei Logitech... ... äh... ... Dinger... ... so gut wie... ... nie kaputt gehen... ... beziehungsweise... ... wenn... ... erst nach ihrer Garantiezeit... ... bei Schweiz halt... ... ne... ... ist ja genau so... ... wie mit den Zügen... ... die aus der Schweiz kommen... ... die fahren auch immer pünktlich... ... und in Österreich... ... die fahren auch pünktlich... ... ach du... ... hör mir auf mit... ... mit deiner ÖBB da... ... konntet euch nie mal... ... anstrengenden Namen ausdenken... ... äh... ... aber die Deutsche Bahn... ... ne... ... die ganz pünktlichen... ... ja ja... ... die Deutsche Bahn... ... ist Markenkqualität... ... ja... ... Markenkqualität... ... ich mein... ... was... ... wer kann das von sich behaupten... ... bei uns fallen die Klimaanlagen aus... ... ja... ... Züge entgleisen irgendwie mal... ... oder so... ... äh... ... das gab's hier alles noch gar nicht... ... oder... ... dann... ... ähm... ... wer kann von sich behaupten... ... dass... ... dass... ... Züge irgendwie... ... zwei Jahre lang... ... verschollen bleiben... ... hä? ... ja... ... stand letztes tatsächlich in der Presse... ... dass ein Zug... ... zwei Jahre lang... ... verschollen geblieben ist... ... und wo... ... dann haben sie ihn... ... im Bahnhof vergesst... ... ich konnte es... ... ich konnte es auch nicht so wirklich glauben... ... na den Artikel... ... musst du mir mal schicken... ... also ich glaube da hat sich jemanden... ... ich glaube der... ... da hat sich jemanden... ... komischen Scherz erlaubt... ... oder so... ... ach... ... schon... ... ne? ... wie bin ich... ... äh... ... da merkt man übrigens... ... dass ich... ... jetzt gerade nur fast... ... ja ok... ... alle... ... Rover-Jungs hier habe... ... na sicher... ... ja ich habe mir gedacht... ... äh... ... wenn ihr zwei schon hier... ... fleißig zu Gange seid... ... mit Interview geben... ... dann komme ich auch mal dazu... ... so hat sich ja bis... ... seit... ... 19 Uhr ja hingehalten... ... warum eigentlich... ... ich habe das immer noch nicht... ... so richtig verstanden... ... es ist einfach ähm... ... erst die Arbeit... ... dann das Vergnügen... ... der war in der Konzentrationsphase... ... Christoph... ... der hat sich mental... ... auf das Rennen vorbereiten müssen... ... das... ... unser spezieller Nachtfahrer ist das... ... so... ... moin... ... unsere Geheimwaffe... ... unsere Geheimwaffe... ... für die Nachtfahrer ist... ... der was... ... in der ersten Kurve... ... einen Plattenfuhr gesagt hat... ... ja aber da frage ich mich sowieso... ... generell... ... wie kann man... ... bitteschön... ... nachts... ... fahren... ... ja gut... ... das ist... ... das erschließt sich dir nicht... ... Christoph... ... das wissen wir... ... das ist das Schönste von der Welt... ... genau... ... ähm... ... ich hab vorhin... ... als ich hier... ... ähm... ... einigermaßen zu mir gekommen war... ... hab ich dann auch erst mal den Stream angemacht... ... und hab euch so ein bisschen gelauscht... ... und hab mich halt weggeschmissen... ... als Christoph... ... philosophiert hat... ... was eine Simulation ist... ... und was nicht... ... ja... ... das fand ich schon sehr geil... ... muss ich sagen... ... also... ... ne... ... aber... ... nichtsdestotrotz... ... Christoph... ... bist... ... sehr guter Moderator... ... aber... ... bitte... ... fahr kein Rennen... ... na... ... immerhin... ... immerhin zu einem... ... einem... ... äh... ... guten Entschlusser gekommen... ... unter CodeMafels fällt keine Simulation... ... ja genau... ... gerade auch wenn ich nicht... ... war schon mal gut... ... erkannt... ... Christoph... ... bist du jetzt böse mit mir? ... ... user... ... it's life your channel, ne? ... ... jetzt ist ja ein Ansporn mehr... ... eventuell beim nächsten Lauf mit zu fahren... ... habt ihr noch einen Platz 5... ... hier Robo? ... ja ich glaube... ... wir können ein drittes Team-Off machen... ... ja... ... kein Problem... ... nein... ... also ich wäre... ... ich wäre vorsichtig jetzt... ... also... ... Christoph... ... du solltest nicht öffentlich fragen... ... weil... ... wir lassen immer auch die Boxenbegrenze drinnen... ... geht doch nicht schnell aus 80... ... das Ding Penner... ... ja... ... er fährt ja auch Sony schneller... ... also das braucht er gar nicht machen... ... eyy... ... ... war mal ganz gut dabei... ... ja... ... also ich glaub... ... ja... ... bei uns... ... wir... ... wir haben schon zwei Teams... ... fünf Fahrer... ... da... ... geht... ... mit... ... oh... ... Disconnect... ... Team Racing 1... ... ja... ... ach... ... ja... ... da ist der Radek... ... genau... ... das war das was ich vorhin gesucht habe... ... äh... ... das war geplant... ... ja... ... ja... ... das war geplant... ... so der Daniel Faber... ... will mich auch gleich nochmal haben... ... ich möchte ganz kurz noch erzählen... ... also wir haben... ... NoTalks wieder... ... die haben tatsächlich... ... die hatten die Message... ... also es gibt ja... ... wir hatten ja in der letzten Saison... ... immer mal die Probleme... ... dass Runden nicht gezählt wurden... ... und das lag daran... ... dass der letzte Sektor... ... nicht erkannt wurde... ... vom Plugin... ... und dann hat der Marcel... ... das Plugin umgeschrieben... ... so dass die Teams... ... die eine Meldung bekommen... ... ähm... ... ähm... ... äh... ... Last Sektor... ... not detected... ... äh... ... Contact... ... the Race Control... ... ähm... ... dass die dann... ... denen eine Runde fehlt... ... das heißt... ... die waren nicht zweimal in der Box... ... sondern... ... denen wurde einfach eine Runde abgezogen... ... die haben wir ihnen wiedergegeben... ... somit sind sie jetzt auch wieder... ... auf Platz 1... ... so wir gehen... ... ich geh mal wieder ganz kurz hoch... ... in Support... ... also ihr... ... amüsiert euch mal weiter hier... ... Rene... ... Rene... ... Rene... ... war da Christian an der Box? ... ja... ... aber natürlich... ... Gott sei Dank... ... aber... ... ich hab so meine Bedenken... ... ob wir Kfz-Teile... ... Team 3 halten können... ... weil die sind dann doch... ... ich mein... ... sind doch relativ gut unterwegs... ... oi... ... da war aber einer ganz langsam unterwegs... ... das müsste Martini... ... Racing gewesen sein... ... geht's wohl eher gegen... ... P7... ... ... ich hab grad die Frage... ... oder äh... ... es wurde grad gefragt... ... ja okay... ... die haben jetzt schon Escape gedrückt... ... die waren ja eben heftig... ... ja... ... da war so einige Schrott... ... da wurde grad die Frage gestellt... ... von jemandem... ... ob wir wirklich... ... bei einem 24-Stunden-Rennen... ... über Züge reden... ... ganz kurz... ... können nicht wirklich... ... 24 Stunden lang... ... über ein 24-Stunden-Rennen reden... ... äh... ... wir schweifen auch mal so... ... vom Thema ab... ... und das hat sich grad so... ... angepasst... ... irgendwie... ... und äh... ... sobald wir natürlich... ... irgendwie Hand-Action haben... ... aber ich... ... mich würde mal jetzt... ... ehrlich interessieren... ... warum? ... oi... ... ein kapitaler Motor-Schaden... ... das ist ein kapitaler Motor-Schaden... ... hier gewesen... ... beim McLaren... ... ich wollte das sagen... ... der hat ganz schön gequallen... ... und jetzt... ... fupp... ... in der Kurve beim Runterschalten... ... einmal zu hoch die Drehzahl... ... und dann... ... explodiert hier... ... na okay... ... ist jetzt übertrieben gesagt... ... ähm... ... geht hier dieser... ... Motor-Block hoch... ... ja... ... aber... ... da bin ich mir relativ sicher... ... dass... ... der auf jeden Fall... ... vor einem Kies gewesen sein muss... ... weil anders kriegst du den Motor... ... nicht auf Temperatur... ... wenn du... ... zumindest wenn du dann... ... nicht die Kühlung weiter runterstellst... ... also normal den Motor zu überhitzen... ... zu bringen ist hier... ... sehr sehr schwer... ... das weiß ich nicht... ... da seid ihr... ... die Profis... ... naja gut... ... nichts ist unmöglich... ... ne... ... hat man ja jetzt gesehen... ... ja... ... das müsste eigentlich das Aus sein... ... weil... ... ich denke mal mit dem Motor-Schaden... ... äh... ... wenn ich mich recht erinnere... ... darf das eigentlich nicht... ... ja... ... eine Weiterfahrt nicht möglich sein... ... Motor-Mapping macht's möglich... ... ja... ... Sebastian... ... da hast du eigentlich auch wieder recht... ... ey was geil... ... es gibt glaube ich drei Motor-Programme oder? ... wenn ich das so... ... ja... ... was fahrt ihr für eins? ... da muss ich ja... ... muss ich mal den... ... den Vizeteamchef sagen... ... äh... ... fragen... ... dürfen wir das verkünden... ... ja wir sind ja jetzt eigentlich im Rennen... ... und jetzt kann ja eigentlich... ... ja gut... ... bei einem Neustart... ... äh... ... na... ... wir warten noch mit der Meldung... ... wir... ... wir warten noch... ... ja genau... ... also wenn du kurz vor Ende kommst... ... Lust auf, dann kriegst du eine Antwort darauf... ... also wir fahren jetzt noch 4 Stunden... ... 17 Minuten... ... ja... ... also dauert es noch 4 Stunden... ... also dauert es noch 4 Stunden... ... und 15 Minuten... ... ähm... ... bis wir dann wissen... ... welches Motor-Mapping... ... ihr gefahren seid... ... kann ja nicht alles preisgeben... ... ja... ... wir haben ja schon gesagt... ... welches Upgrade wir nutzen... ... na... ... wir wollen der Konkurrenz nicht zu viel verraten... ... ja... ... das wagen wir mal... ... das macht ja keinen Spaß... ... ne... ... ja... ... ja... ... aber ich meine... ... die meisten Teams werden es eh wissen... ... wenn man... ... sagen wir fahren eine knappe Stunde 10... ... mit der Tankfüllung... ... äh... ... die meisten Teams werden wissen... ... was das bedeutet... ... aber ich glaube... ... kann ja nicht... ... im Unwissenden lassen... ... also... ... äh... ... können wir da... ... relativ freisagen... ... dass wir... ... auf einem ersten Motorprogramm... ... unterwegs sind... ... natürlich dann relativ... ... es ist zwar ein bisschen langsamer... ... aber... ... es ist sicherer und spart ein bisschen Sprit... ... genau... Und wer weiß, vielleicht rentiert sich das ja noch am Ende Mal gucken wir mal, ne? So Hab ich denn hier irgendwelche neue Nachrichten? Eben schnell gucken Auf mein Smartphone Ob mir da irgendeiner geschrieben hat Ne, keine Nachricht Ach doch, eine hab ich Oh, unser zweites Team hat anscheinend Escape drücken müssen Oh Oh, ein Raunen geht durch den Channel jetzt Erneut Neuer Team 2, ach der, der Kevin, ja Warum? Das ist tatsächlich mal ne sehr gute Frage Das ist hier ein sehr fantastisch Sehr, äh Ja, sehr spät mal an dem Fall Ja, natürlich Na, obwohl, oi Das sieht mir nach einem Heftigen Unfall aus Der ist eingeschlagen, ne? Weiß ich nicht Oh ja, oh ja Ah, jetzt ist es, ja Oh, der ist eingeschlagen Dang Und oi 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 Oh, ins Gemüse Oi 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 Und das Rad, jawoll Also Wo ist denn das? Ja, also Und dann ist auch, und dann brennt auch noch der Motor ab Ach, der Mo- Oh, das gibt es Oioioioi Das kostet sehr viel Geld Ja, so viel zur Kühlung Ja, dann müssen wir wieder bei Robert anrufen, ne? Müssen sie wieder was überweisen Das ist halt die Motorenöl, ne? Ja, also ich glaube, da müssen wir mal Äh Fragen, ob das richtige Motorenöl war Ja, dass sie den Energy Drink reingekippt haben, ne? Äh, ich glaube Äh Bei der Dauer Äh, wo der Gewinn Todemann jetzt schon auf dem Beinen ist Ich glaube, der hat da irgendwas verpeilt oder so bestimmt Da habe ich einen Energy Drink reingekippt oder so Oder irgendwie seine Kopientabletten So, Daniel Schüch fährt jetzt hier in diesen R8 Hat jetzt von Jani Metzger übernommen Und damit auch einen guten Morgen an den Daniel Der hat dann sich auch nochmal ein paar Stunden hingelegt Aber mir fehlt immer noch Eine Person Zum Interview hier Aber schade, wenn Wenn diese eine Person nicht möchte Okay, wir können ja zu Keinen zwingen Werde ich echt gerne mal interviewt Habt ihr denn den Stream mitverfolgt Und wisst, welche Person das ist? Hm, lassen wir mal raten Es dürfte David Putzke sein Nee, ja okay Der auch, aber Den meine ich nicht Also ich muss ehrlich gestehen Wenn du das erwähnt hast Und das war irgendwann heute früh Ja Ja, dann tut es mir leid Da war ich glaube ich am Fahren Tja, dann habe ich auch eine Ausrede Ich schlag noch ein Bettchen Klar, nein Ich wollte eigentlich mal gerne den Dominik Breyer Interviewen Aber es ist ja immer schön Wenn wir Leute auch mal im Interview haben Die so im realen Motors tätig sind Und sei es halt nur eine ADAC Card Masters Also Äh Nein, ne Hauptsache man ist drin Jo Ich weiß Ich weiß nicht Ihr werdet ja mit Sicherheit Irgendwann das Originale Rove Team dann übernehmen Ja, ich meine Die Generation Ja, sieh ja Österreich heißt Teamchef Was willst du mehr, ne? Ja Ja Also Ja Das kann doch funktionieren Ja, und Moment mal Also Daniel Noch bist du Spotter Ah, geht das nicht zu schnell oder was? Okay dann Ja, dann muss man natürlich erst mal Ja, dann muss man natürlich erst mal ein bisschen hochschlafen Apropos schlafen Der Dominik, der schläft Och, habe ich gerade die Nachricht bekommen Danke an ihn, Riko Nee, aber Wir werden das Team nicht übernehmen, aber Es reicht ja schon, wenn wir es in nächster Woche mal wieder unterstützen Es reicht aber, wie eine VIP-Klasse bekommen Haha Aber man hat ja richtig schön gesehen, wie schnell es bei Timuli dann vorbei sein kann, ne? Jo Jo, und warum, wenn man auch mit Rinaldi Racing zusammenarbeitet Also ich finde es sehr interessant, Rinaldi Racing, ich habe ja nichts gegen das Team Das sind ja super nette Jungs Aber die hatten ja auch einen Porsche Und da haben sie ja nichts gebacken bekommen von dem Platz Jungen her Sind ja teilweise oft ausgefallen Und wenn sie mal angekommen sind, dann sind sie immer so ein bisschen weiter hinten gefahren Und jetzt, wo das denn Timuli Racing so gesehen ist Mit Unterstützung von Rinaldi Halten die Autos andauernd Also ich weiß nicht, was damals schiefgegangen ist bei Rinaldi Als sie ein eigenständiges Team aufgebaut haben Aber na gut Oh Gott, das weiß niemand, was da damals schiefgegangen ist Das wissen sie wahrscheinlich jetzt gerade mal selber erst Ich meine, ich finde es schade Ich wäre ja auch gerne beim letzten Lauf gewesen, ne? Die Distanz Zwischen mir und der Nervokring Nord Drive ist einfach zu groß Ach, die Ah Ja Ja, schau mal, wo ich wohne, schau mal, wo die Nordschleife ist Ja Das ist schon Das ist eine halbe, äh, 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 Deutschlandtour schon wieder So, das ist als Vorteil, ne? Wenn es mal in NRW ist Dann hast du vielleicht zwei Stunden bis zur Nordschleife Ja, okay, dann komme ich Ich dann besuchen und dann, äh Dann fahren wir gemeinsam zur Nordschleife Hast mich überredet, hast den Glückwunsch So, einen Zweikampf habe ich jetzt hier gerade gar nicht Oder seht ihr irgendwas? Ich habe hier alles nur über fünf Sekunden Leute, Leute, hier ist was los Wieso? Ja Ich hatte mich eigentlich drauf gefreut, noch ein bisschen Livestream zu moderieren Aber das ist so ähnlich wie gestern, äh, nach dem Randstart Zwei Stunden Von zwei Stunden habe ich irgendwie zehn Minuten hier verbracht Und den Rest im Support Ja, naja, gucken wir mal Ja, äh, so Wie So wirklich was passieren tut ja momentan nicht Und die Abstände sind ja Auch So, dass da Dass man jetzt auch nicht zwingend irgendwo Sagt, oh guck mal hier Aber wir wissen ja, dass wir dann so Gegen Vierzehn Uhr Dann doch irgendwo Wieder Richtig Spaß haben werden Also dann wird es dann wieder spannend Wenn dann so die letzten Letzten zwei Boxenstops anstehen Dann kann man dann schon mal ein bisschen rechnen Und das wird dann sicherlich Recht spannend Und das wird dann auch geklärt Ja, ich fand gerade bei dir klingelt irgendwas Ähm, vielleicht war es auch der Wecker Ja Willst du jetzt nochmal fahren, Michael? Das ist eigentlich schon die Frage, die ich seit 15 Minuten stellen wollte Ähm, sagen wir es mal so Es ist ein bisschen offen Also, ähm, wir sind uns noch nicht ganz einig Ähm, wie das dann so kurz vor Ende abläuft Wer dann im Endeffekt dann nochmal ans Cockpit greift Aber, ähm, ich sag mal, ihr werdet es erleben Noch mal hinter das Lenkrad greife oder nicht Diese Frage muss ich leider offen lassen Es tut mir leid Aber wir werden dich informieren Ja, dann müsst ihr es dem Lotstam sagen Ich kling mich gleich erstmal aus Ich glaube, ich gehe nochmal schlafen Aber dann muss ich auch schon nicht Ich fühle mich aber nicht als sehr kooperativ und qualitativ, ne? Pfff, ja, Rückschlag, ne? Pfff Ich könnte jetzt ganz nicht sagen und sagen Ich möchte meinen Schönheitsschlaf aber dann würde in den Augenblick LUT zurückkommen Und dann, ähm, würde wieder irgendein Kommentar fallen Mit Sicherheit Nein, ähm, eigentlich wollte ich ja gar nicht kommentieren Ich wollte diese Log eigentlich auslassen Nur dann hat ein, ähm, Christian Lehmann geschrieben am Freitag am Hättest du nicht Lust? Und ich höre mir so, ja, nein Nein, und jetzt lasse ich mich wieder weichtreten mit Sicherheit Und sage dann doch ja Aber habe ich mich doch so schön auf das streamfreie Wochenende gefreut Naja, was tut man nicht alles, ne? Für den Motorsport Genau Aber immer noch die Hoffnung, dass irgendjemand mich mal entdeckt, ja? Aber, okay, oh, der René Oh, der René ist geflogen Naja, und sein Vater auch Die haben 20 Stunden disconnect Oh je, ähm, würde ich sagen, ist der Kaffee fertig geworden Er trinkt doch gar keinen Kaffee Weil ich ja nicht wisse So genau kenne ich ihn jetzt auch nicht, aber Zu grauenwürdig sind, dass er auch Kaffee trinkt Dein Vater? Ja Jezu, ey Würde ich gar nicht mal sagen Er ist ja, glaube ich, sogar der Jüngste von uns, also Mit 17, ja Ja, das ist ja nicht schwer, ich meine, äh Weiß gar nicht Na, der Jüngste Kommentator ist er ja zwar nicht bei SimRaceTV, aber Ja Ja, wir sind auf jeden Fall zukunftsmäßig im Team Rove, ähm, gut vertreten Ihr setzt auf den Nachwuchs, ne? So in etwa, ja So, wie sieht's aus? Ähm, V12 Racing Team hat wohl jetzt endgültig die Schnauze voll, also die sind jetzt auch gar nicht mehr zurückgekommen irgendwie, stehen immer noch bei 321 Rennen und ich hab mal so grad ganz unten geguckt Cadillac Racing 1, das ist da auch schon mittlerweile Ah, der Rene schreibt mir gerade Ich bin mich dann mal auf meinen Stint vorbereiten, nachdem der Router auch neu gestartet ist Ja, perfektes Tiling, ne? Viel Glück dir, Rene Der machte schon Jo, äh, wie, wie jetzt, du willst dich auf uns den vorbereiten Ja, ja, ich fahr jetzt ganz plötzlich Ja, ja, genau Ja, nee, das hat der Rene Kirchhaus geschrieben Ja, okay Ja, hast du eben Schweißausbrüche bekommen, oder wie? Ja, ne, nicht gleich ein Schweißausbruch, ich meine noch bist du ja hier, aber Ich hab dann schon mal geschaut, ob man das richtig verhindern kann Also das Einzelteam von, äh, Rove ist dann raus? Waaay Ja So, ihr Lieben, wir müssen mal ein bisschen hier gucken Wir haben hier die ganze Zeit das, das Auto hier im Bild, irgendwie, keine Ahnung Ähm, ja, wo ist es denn mal noch ein bisschen Gibt's ja noch ein bisschen enger dazu hier Im wahrsten Sinne des Wortes, außer hier an dem Channel Äh, gar nicht irgendwo, so wirklich Ähm Ja, vielleicht dann doch mal Hier vorne bei den Herrschaften, weil Da ist natürlich jetzt die Geschichte mit den Boxenstops Der Sebastian Röhn sagte mir, man ist Gleichauf mit Also, was die Strategie betrifft War man gleichauf mit, äh, Kfz-Teile Team 1 Und, ähm, ja, jetzt muss man mal ein bisschen schauen, was die Herrschaften da jetzt treiben Ähm, weil das ist natürlich jetzt eine tolle Rechnerei Und wir kennen ja den Sebastian ziemlich gut mittlerweile Also, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass er sich das munitiös ausgerechnet hat Ähm, aber natürlich auch bei, bei Kfz-Teile wird man da schon gut gerechnet haben Und irgendwie haben sie es wohl hingekriegt, dass sie gleich lang fahren können Und, ähm, ja, jetzt werden wir mal schauen, was, was da im Großen und Ganzen passiert Ähm, ja, 3-Wide hatte noch den Hatte noch, ja War sich nicht ganz sicher, ob das jetzt mit der Runde zurück Für, also die Runde, die wir zurückgegeben haben Ob das gepasst hat für Notox Aber ich bin mir sehr sicher, dass das gepasst hat Zumal Sebastian auch definitiv Uiuiuiui, Herr Siegert Also, jetzt übertreibt das leicht Ähm, ja, das, äh, das, äh, ne Der, Sascha Siegert Achso, ja, das ist der Hake, genau Entschuldigung, ja, richtig Ähm, dass, äh, die, dass das korrekt war Der, der, Sebastian hätte sofort gesagt Wenn da irgendwas nicht gestimmt hätte Also, eine Vorteilsnahme dadurch hätte er nie erlaubt Und ich, ja, wir werden dann mal sehen Ich werde, wenn Sebastian da ist, dann nochmal fragen Wie viele Boxenstops er dann hatte Jetzt vor diesem, bevor er diese Runde Oder während er diese Runde verloren hatte Und, ähm, mal gucken, dass wir das noch nachvollzogen kriegen Jo, ansonsten muss ich ehrlich sagen Ich bin, ja, hab hier so ein bisschen gemischte Gefühle Was dieses Rennen betrifft Also, schön, dass es jetzt einigermaßen läuft Warte mal, habe ich hier eine Holzplatte Ja, genau Und, äh, ähm, ja, also Die Nacht war, glaube, eine der, der härtesten Die wir bis jetzt erlebt haben Ähm, wenn das Wir dieses Plugin nicht hätten Ich glaube, dann hätten wir dieses Rennen Irgendwann abgebrochen Weil, das war ja wirklich die Hölle Mit den komischen Mismatches Und fast dann mal alles passiert ist Ich glaube, wir hatten fünf Restarts insgesamt Wenn ich mich recht entsinne Und, ähm, ja, wir sind jetzt in der Session Nach dem fünften Restart Oder nach dem vierten, genau Ja, da kann ich dir aber auch nur recht geben Ja Das ist selbst für die Fahrer immer wieder anstrengend gewesen Ich habe es selbst auch festgestellt Sich dann, äh, eben wieder zu fokussieren Dann geht alles drunter und drüber Richtig Das ist richtig Also, äh, ja, man kommt halt Nicht nur das, äh, dass man halt Erstmal ein bisschen die Orientierung verliert Sondern halt auch, äh, der ganze Rhythmus Ist ja erst mal irgendwie zum Teufel Und, ja, dann muss man halt schauen Dass das irgendwie wieder, wieder wird Und gerade im Dunklen Wenn man nicht so wirklich sieht Wer ist denn da jetzt vor einem Wenn der Spotter irgendwie auch nicht Up-to-date ist Dann, dann ist das verdammt schwierige Situation Ich meine, wir haben den 20 Minuten oder 30 Minuten Stress Um die Autos wieder auf die Strecke zu kriegen Und dann lehnen wir uns zurück Aber für die Teams ist das natürlich Stress pur Also, definitiv Und, ähm, naja Wie gesagt, schön ist das nicht Aber ich kann halt schon mal sagen Der Marcel Offermanns Ja, ist ja hier noch Ein TeamSpeak, der schläft hier immer Ähm, der hat mir vorhin schon Also, das hat er mir eigentlich schon Vor längerer Zeit gesagt Äh, es gibt eine neue Version Des Rejoin-Plugins Mit deutlich besseren Informationen Und übersichtlicheren Informationen Für die Teams Man hat dann eine Seite Die kann man auf dem Tablet laufen lassen Oder auf einem separaten Notebook Äh, wo man dann all die Informationen Die wirklich nur das Team betreffen Dann explizit ablesen kann Wir brauchen keine Autos mehr Auf die Strecke schicken Äh, man bekommt dann Auf dieser speziellen Seite angezeigt Ähm, dass man, ähm Auf welcher Position man Beim Start anzuhalten hat Also, da läuft dann so eine Zahl runter Mit einem Minus davor Und wenn man da auf Null ist Dann muss man stehen bleiben Und, äh Dann ist das Fahrerfeld beisammen Das heißt, es können alle rausfahren So ein Restart würde dann Schlimmstenfalls Irgendwie fünf bis zehn Minuten dauern Egal auf welcher Strecke Und, ja Das sind halt Man hat das schon Äh, bei REST Department Hat man das neue Plugin schon probiert Wir hätten es auch schon einsetzen können Hatten aber das Problem Dass wir dann wieder keine Results Gehabt hätten Für das Leak-System Deswegen ist das erst zum nächsten Rennen Hier wird das erst released Und, weil Sebastian Röhn Muss dann erst mal Seine Software Die ja die Results Aus dem Rejoint Plugin Umwandelt In verwertbare Dateien Fürs Leak-System Dann erst mal anpassen Das wird er jetzt In den nächsten 14 Tagen tun Dann wird es wieder Testrennen geben Dann wissen wir, ob das alles funktioniert Und, dann ist das Hat das alles nochmal Eine komplett neue Qualität hier Also, das ist dann, glaube Gerade für den Spotter Ist das dann deutlich einfacher Das Ganze zu machen Und, selbst der Fahrer Kann, wenn er denn Die nötige Hardware Vorausgesetzt hat Kann er sich das Irgendwo auf dem zweiten PC Auf dem Tablet Selbst auf dem Smartphone Oder sonst irgendwo Kann er sich diese Seite aufrufen Und, kann dann schauen Wo genau er anzuhalten hat Und, welche Nachrichten Jetzt von der REST Control Nur für ihn bestimmt sind Und so weiter Also, das ist dann schon Eine ziemlich coole Nummer Und, wir haben die Tolle Nachricht bekommen Auch über Versuche Die, oder Testrennen Die bei Race Department Gelaufen sind Mit Airfactor 2 Dass man dort Sechs Stunden Dann gefahren ist Mit Fahrerwechsel Mit allem, was drum war Es gab nicht einen einzigen Disconnect Es gab nicht ein Problem Beim Fahrerwechsel Es hat alles super funktioniert Und, ja Ich glaube, man ist Da bei Airfactor 2 Auf dem richtigen Weg Nichtsdestotrotz Muss man natürlich Dann erstmal schauen Dass die Fahrer Die jetzt hier unterwegs sind Dann auch alle Airfactor 2 Haben Und, das ist halt Ein bisschen schwierig Und ich habe halt Für mich so ein bisschen Das Problem Ob ich mich nochmal Mit einer neuen Simulation Beschäftigen möchte Also, weil das Wissen Was wir uns hier Mit Airfactor 1 Angeeignet haben Ja, das ist halt Über viele, viele Jahre Gewachsen Und, ja Jetzt mit Airfactor 2 Nochmal neu zu beginnen Ich weiß nicht Ob ich dafür noch Das nötige Alter habe Das muss ich ganz ehrlich gestehen Aber werden wir sehen Also, ich denke mal Da ist ein bisschen was Was geht Wir sagen irgendwie Seit 2009 Sagen wir Aber nächstes Jahr Fahren wir dann mit Was auch immer Und, äh Letztendlich sind wir Immer noch bei Airfactor 1 Also, gucken wir mal Was uns die Dieses Jahr jetzt noch bringt Ob da wirklich Was vorwärts geht Also, Fakt ist definitiv Äh Dass, äh ISI ja jetzt Wirklich monatlich Grundlegende Updates Rausschiebt Und, äh Naja Also, gucken wir mal Was da kommt Und was da nicht kommt Und, Marcel hat auch Dieses Plugin Weil, es ist noch nicht möglich Äh Ein Rejoin to Race In Airfactor 2 Und, Marcel hat das Plugin Auch für Airfactor 2 Umgeschrieben Sodass man das Auch dort Benutzen könnte Ja Also, das wäre dann Halt schon auch noch Solange bis ISI das nicht In den Griff hat Ähm Könnte man das Auch einsetzen Also, das ist schon Ziemlich cool Genau So, wie sieht's hier aus Momentan Notox Racing Führt Ähm Mit ungefähr 40 Sekunden Sekunden Vorsprung Auf Kfz-Teile 24 Sim Racing Team 1 Dahinter haben wir Das Rewrite Motorsport Und auf Platz 4 Skype Team Racing 1 Äh Robe Sim Racers PAL 1 Ist auf der Position 5 Auf der 6 Kfz-Teile 24 Sim Racing Team 3 Skype Team Racing 2 Auf der Position 7 Auf 8 Accurate Sim Motorsport AMR AMR So rum 177 Und auf der 9 Haben wir die Independence Simracer Team 1 LSF Racing Freut mich sehr Auf Platz 10 Sind in den Top 10 Angekommen Der Julian Siedenbiedel Macht da gerade Alarm Wollen wir hoffen Dass es am Ende Auch Ja In den Top 10 Das Ergebnis Steht Und Wäre Ihnen zu wünschen Wäre Sowieso allen zu wünschen Aber auch dem So RML Racing Team 1 Auf der 11 Auf der 12 AmR Accurate Sim Motorsport AMR AMR Independence Simracer 3 Auf der Position 13 Auf der 14 Willgrave Auf der 15 Bansai Motorsport Auf der 16 Federsport Poland Team 1 Ace Racing GT Leider, leider Weit zurückgefallen Bis auf die Position 17 Ich meine Da waren jetzt Mittlerweile 2 Disconnects 18 Position Für GT Racing Witchwood Auf der 19 Auf der 20 Haben wir Rover Simracer PRL 2 AVR Motorsport Mit Brandon Kasmarek Ich freu es sehr Dass das bei den Jungs Jetzt funktioniert Alles Die hatten ja In den letzten Rennen In der letzten Saison Doch einige Probleme Was die Konnektivität betrifft Und auf Platz 21 Auf der 22 Haben wir Airfactus Im Motorsport Auf der 23 RML Team Racing Team 2 WOD Multigaming 24 Das tut mir Wirklich in der Seele Weh Die Jungs waren Richtig gut Unterwegs Am Anfang Bis auf Platz 2 Schon vorgefahren Dann gab es diesen Vermalledeitenunfall Mit dem Team Welches wir raus Aus der Wertung Nehmen mussten Oder aus dem Event Virtual Endurance Racing Weiß ich Satellite Racing Aber so wie es aussieht Sind die Disconnected Ich weiß jetzt nicht genau Ob die noch mal fahren Lass uns doch da mal Hingucken Ob da noch Irgendeiner Bock hat Oder ob die jetzt Nö Oder Ne das ist Gary Hart Wen habe ich jetzt hier erwischt Ah ok So doch Die sind Die sind dabei Die fahren wieder DR Motorsports Ach ne Satellite Racing Wollte ich ja gucken Ähm Ja das habe ich aber doch Eingegeben vorher Ah ok Dann sind die Nicht im Rennen mehr Und Ähm Ja genauso wie V12 Racing Team Auch die haben ihr Rennen Scheinbar aufgegeben Und auch MSRF2 Motorsport Ja das war jetzt mal so Der grobe Überblick Jetzt könnte man natürlich Mal irgendeinen Zuschauer Fragen Wer war das noch mal Auf Platz 13 Aber gut Das schenken wir uns Soll ja auch nur Deswegen sein Damit hier überhaupt Damit hier einer was labert Und Mal irgendwas Vernünftiges Ja genau So Wen haben wir hier überhaupt Noch einen Channel Genau Den Micha Kallenbach Ja mein lieber Der Kevin Dodeman wird hier auch bereit Ach Mensch der ist auch noch da Genau Ja sehe ich gerade Dann ziehen wir den mal runter Weil der hat ja vor einem Unfall Vielleicht kann er dazu was sagen Ja Kevin Unfall Was war los Der ist jetzt gar nicht mehr da Der war gar nicht mehr da Doch 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 ich bin da Ich habe mich doppelt durch den Stream Ah ok Ja was passiert Erzähl Ähm Ja angefangen hat alles damit Äh Boxenstopp gemacht Zwei Runden später Hatte ich dann Äh In der Urug Ein 3 Sekunden Freeze Ja Als ich dann wieder was gesehen habe Ging es dann gerade aus Mhm Dann war erstmal Splitter ab und alles Das hieß dann Normale in die Box 50 Sekunden Mhm Dann bin ich gefahren ganz normal Auf Motorprogramm 1 Äh und dann Irgendwann hat es mir in den Doppel links Äh als ich hochschalten wollte Den Motor zerrissen Ja und das hat dann halt Dem Abflug Äh sag ich mal Auch verursacht Ja und dann blieb mir halt nichts anderes Rubisch außer Escape zu drücken Ja Ja und das ist bitter Das ist dann wirklich bitter Weil Ja hättest du mal vorher Escape Gedrückt Hättest du einen neuen Motor gehabt Aber vorher soll man das wissen Wenn man die Karre repariert kriegt Dann tut man das natürlich erstmal Statt eventuell 10 Minuten in Kauf zu nehmen Ja Vor allem weil ich nur auf MP1 gefahren bin Jaja gut Wie gesagt da ist natürlich Da steckt ja keiner so richtig drin Wie Airfactor das rechnet Oder nicht rechnet Ähm Ja Keine Ahnung Was da passiert sein kann Das ist ähm Ja Vor allem ärgerlich Weil ich die 2 Stints vorher Den einen 3 Stunden Stint Und dann den 2,5 Stunden Stint Bin ich ohne Fehler Durchgefahren Bin Zeiten gefahren Äh Ja Die Zeiten Teilweise auch in der Top 10 gefahren wurden Ja Bin dann da Wer ist jetzt im Auto gerade bei euch? Gerade ist Matze McRae bei uns im Auto Okay Ähm Wo war ich gerade stehen geblieben? Ah genau Von P21 oder 22 Ja Bin ich dann vorgefahren Bis auf P16 Und dann Ich glaube 20 Sekunden Hinter dem Äh Fahrer P15 Ja 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 Hat es halt angefangen Und dann war es P19 Da habe ich dann wieder voll gekämpft Und dann kann der Motor schreiben Ja Ja Okay Jetzt seid ihr auf 20 Also Ja Ich habe vorhin so nette Sätze gehört Wie Top 30 Ähm Fand ich schon sehr amüsant Aber natürlich ist das jetzt für euch Da ihr euch ja schon auch ein bisschen mehr vorgenommen hattet Ähm Ja Sicherlich Ziemlich frustrierend Aber vielleicht hilft ja Dass momentan Die wirklich Top Positionen Vorm Team 1 ein bisschen Über diesen Frust hinweg Weiß ich nicht Ja da bin ich auch stolz drauf Also Ja Wunsch zu den Jungs Da haben sie eine gute Leistung gebracht Definitiv bis jetzt Also Toi 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 Wenn man überlegt Dass ich kurz vor P15 noch war Wäre vielleicht auch noch ein bisschen was drin gewesen Ja das ist Team 1 Es gibt schon wieder den nächsten Der sich hier auch schon drin drängen will Also ihr Ihr merkt schon Ihr 2E werdet Du getextet Von den PRL Leuten Lutz heute hast du die ganze Ruhemannschaft Ja ja Macht nix Macht nix Macht nix Das ist kein Problem Ähm Ich bin ja froh Wenn wir hier ein bisschen Abwechslung haben Ich denke mal Dass das auch ganz spannend ist Für die Zuschauer Weil Momentan ist auf der Strecke Nicht wirklich Wahnsinnig viel Bewegung Also die Positionen sind weitestgehend bezogen Wir haben Ja wir haben hier bei Roddy Olives Haben wir Ja 4 Sekunden Auf RVA RVA Motorsport Mit Brandon Kasmarek Also da Könnte man tatsächlich mal Zumindest Die Kamera draufrichten Dass Ob das hier Gleich mal Ein Positionswechsel Gibt Allerdings ist das auch Im Ja hinteren Mittelfeld Also Ist jetzt momentan Nicht wirklich spannend Das wird erst passieren Dann in der letzten Stunde Wenn wir dann sehen Was passiert Ganz vorne mit den Wenn die Rechnereien losgehen Ja genau Wenn die Rechnereien losgehen Mit den Boxenstops Und ähm Ja für uns Die Teams werden es ja hoffentlich Schon ausgerechnet haben Und äh Beim normalen Verlauf Wie das sich dann gestalten wird Aber gut Werden wir sehen Ja dann Äh Holen wir mal Den Daniel Hier auch noch mit rein So Herzlich Willkommen Daniel Ah Servus Ja So Hast du jetzt auch Einen Unfall zu berichten Ich? Ich bin gar Ich bin gar nicht Ich Hab bloß dem Christoph vorhin gesagt Einmal schau ich noch mal Kurz rein Und Ja Okay Ja Ja So Äh Aber ich wollte mal Ähm Daniel Du bist auch gleich dran Ähm Den Micha Kalmbach Mal noch mal ganz kurz fragen Sag mal Micha wie lange kennen wir uns Äh Das ist eine gute Frage jetzt Also Ich bin da mit dem Gedächtnis Äh Eigentlich ist es nicht lange Also von Von den Ähm Worten die wir Gewechselt haben Äh Lässt sich das doch Sehr stark eingrenzen Bisher Ja Das ist richtig Aber Ja Gut Über die Über die ganze Pause jetzt Äh Ein halbes Jahr Vielleicht Ja Ah ok Ja gut Ich hab das irgendwie anders in Erinnerung Aber da hab ich dann vielleicht auch was verwechselt Das macht aber auch nix Weil es sind doch ein paar Leute Ich höre grad Ich muss oben in den Support Christoph Äh Bist du noch da Oder bist du schon weg in Nix Alles ne Also alles wie immer Ja Hey Okay Ich geh mal Oka zu hoeren Support Ja Äh Ja was Was soll ich jetzt mit vier Robe Jungs Ich meine Können wir ja gleich Zu euren Channel runtergehen Da äh Ne da fahren die Leute Ja das ist Das ist egal Ich habe Also Lutz und ich haben Die Macht Ja Denn wir sagen Ja Aber nächstes haben wir keine Kirschenglocken hier Ja was gibt's noch groß zu erzählen eigentlich nicht mehr viel ne Und äh Ich weiß auch gar nicht mehr was ich heute fragen soll Eigentlich habe ich alle Fragen durch Auf deinem Zettelchen Welcher Zettel Das hat der junge Bürokaufmann alles im Kopf Ganz genau Ja ich werde mich dann auch mal langsam verabschieden Äh War ja mal ganz lustig hier bei euch Und äh Ich habe nur so ein paar Themen im Hintergrund Die ich noch durchgehen müsste Dem würde ich mich jetzt widmen Hast du äh Mich hast du da noch Also das weiß ich dann jetzt gell Ja das wird mal sehen Also das wird sich Dann In den nächsten Ein, zwei Stündchen Denk ich klären Wie wir das dann deichseln Und ja Wie gesagt Christoph Wir halten dich auf dem Laufenden Macht das So Und damit sag ich dann mal Tschüss Und noch viel Spaß beim Kommentieren Wir sehen uns gleich drüben Das war jetzt zweideulig Ich Ich wollte nix sagen dazu Aber na gut Das habt ihr ja schon gemacht Ja Ich hab die 24 Stunden gleich voll Ich hab's nicht so voll Ich hab jetzt Ich hab jetzt 6 Stunden Reicht das auch? Ich bin grad eben mit Schaum Vorm Mund gefahren Alles ok bei dir? Bildlich gesprochen Du meinst Du meinst Bildlich gesprochen Schaum vor die Augen Ja das auch Bist du in der Badewanne gefahren Oder wie? Nee Nachdem ich diesen Freeze hatte Bin ich Naja nicht mehr gut gelaunt gewesen Das hat mein Spotter dann auch alles mitbekommen Was ist denn bei dir los gewesen? Ich hab nur Ich war jetzt 3 Stunden in grünem Schlaf so ähnlich Auf der Couch gelegen Für dich Jack Wern ich's gern nochmal Ich hatte in der In der Uru schon 3 Sekunden Freeze Und bin dann in der Wand wieder gewesen Da gewesen Ohne Splitter So lange das Auto fährt ist So hat das in Ordnung Ja geht ja weiter die Geschichte Ist ja noch nicht vorbei Ja Boxenstopp Und 6 Runden später Motorschaden Escape Ja Aber ist ja auch Jetzt egal Zumindest konnte ich den Leuten Die dann vor mir gefahren sind Nur raten Wacht Platz 3 Stunden 41 noch auf der Uhr Wacht dich noch auf den Lutz kurz Hast du denn jetzt eigentlich geschafft Das letzte Pizzastück noch zu essen Du willst es haben Das liegt immer noch hier Nee Ich war jetzt nicht abgereikt Wann sollt ich die denn Witze essen Christoph? Hä? Wann sollt ich das denn Witze essen? Ich bin gerade erst eben Aus dem Auto raus Ja auf der Chemistrade Nee da hab ich lieber Ne Zerratie raucht In der Ursch Das hätte ich während dem Freeze machen können Ne Das ist ja schnell abbeißen Oh Freeze Ham Oh Wand Pech Oh 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 Was ist denn los? Oh Da war sie Urrsch Was? Da war sie Urrsch Du hast ja eben so komisch gesprochen Er hat mich imitiert Als wenn ich ein Pizzastück im Mund hätte Ach ja Warum wollte eigentlich keiner den Lambo nehmen? Ich meine Ein Team haben wir zwar Aber warum wollten so wenige den Lambo nehmen? Und das Robe SLS PRL 1 und 2 Team Wird uns jetzt aufklären Warum Keiner Außer ein Team Den Lambo wollte Bitte Bitte Weil wir es nicht dürfen Was heißt dürfen? Das machen wir alles auf freiwilliger Basis Aber Kommt Kacke Wir sind halt so Ich sage jetzt mal Eingestellt Dass wenn wir den Sponsor Robe haben Dass wir auch Mit SLS und den Robe Skins fahren Da habe ich bisher keine negativen Aussagen Darüber gehört Und Und Ja gut Ich höre jetzt gerade von Fahrer Ihm war der Lambo lieber Oder wäre der Lambo lieber Also Ich kann da überhaupt nichts zu sagen Weil Ich bin bloß ein SLS Ich bin auch kein anderes Auto gefahren Und Und so ist das Ne Ja Ich weiß noch ob er gut läuft Ich weiß noch ob er schlechter läuft Ich weiß noch nicht mal ob Der Ähm Was ist das für Gurgel Die da gerade auf Platz 1 rumfährt Für ein Modell Das ist Nissan Ach Nissan Richtig Nissan GTR Ja Also jetzt Nicht persönlich nehmen Dass ich Google gesagt habe Aber Wie ist das Modell jetzt überhaupt nicht eingefallen Aber du weißt schon was hier für Modelle mitfahren Oder soll ich es nochmal ganz kurz zusammenfassen Lambo SLS BMW Das kann ja jeder Könnte ja auch die genauen Bezeichnungen sagen BMW Z4 McLaren MP4 Mercedes SLS AMG Nicht McLaren Oder wieder Ich das möchte noch erwähnen In der ersten Stunde In der Autoverstellung Wie der Herr Christoph Weber gesagt hat McLaren AMG SLS Och das kann doch passieren Eine Beleidigung Für das Team Für das Auto Das hätte Lutz auch passieren können Ne Ne Das hätte mir niemals passieren können Ne Denn Lutz passiert sowas nicht Nein Nein Aber dass dir das passiert Also ich sag Ja genau aus diesen Gründen Sag ich Da fährt ein Mercedes Ne Und ich sag Mercedes SLS AMG Schlag mich tot 523 Das bist du auch selber schuld Wann willst du immer so korrekt sein Dann passiert so ein Scheiß Jetzt siehst du was davon hast Das erste Mal nach drei Jahren Das mir so Ja Leute Achso Ich bin ja schwer entsetzt Dass ich das jetzt noch erfahren musste So später Stunde Ja gut Also Das wird sich aufs Gehalt auswirken Guck mal mal Welches Gehalt Achso stimmt Du kriegst ja gar nichts Ja ne Ist alles gut Ne Wunderbare Sache So wir haben auch alle Situationen hier wieder einigermaßen klären können Es ist natürlich sehr sehr schwer Und ich habe eine Riesenbitte Deswegen Das nochmal Die Teams Die im hinteren Drittel fahren Und zur Überrundung anstehen Bitte 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 Auch wenn ihr übervorsichtig sein wollt Oder besonders zuvorkommen sein wollt Bitte bremst nicht an Stellen Wo der andere nicht damit rechnet Also Geht vor einer Kurve irgendwo Von der Linie Geht vom Gas Lass den vorbei Aber Um Himmels Willen Bremst nicht auf der Ideallinie Im Scheitelpunkt irgendeiner Schnellen Oder Blanchement Oder sonst dergleichen Dinge Wie eben gerade geschehen Also Das ist wirklich Bitter 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 Und Es sind jetzt zwei Teams Die dadurch Sich das Auto Haben zerstört Weil sie einfach nicht damit rechnen konnten Dass jemand Auf einem Highspeed Stück in die Eisen geht Oder noch schlimmer Nicht mal bremst Sondern einfach nur das Gas wegnimmt Und dadurch schon extrem verzögert Und Oh da hat einer Escape drückt Weil er in der Rouge abgeflogen ist Das war hoffentlich nicht Dominic Petra Ne das sieht aus wie Eduardo Garcia Jetzt gucken wir mal auf die 26 Jo Oh Disconnect Ja 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 Der hat Das hat vor Escape gedrückt Aber wir gucken mal Wir haben zwei Disconnects gehabt Jetzt gerade Ja Er hat Escape gedrückt Ja Ja Genau Ja Also das Auto ist wohl zerstört Und dann ist es einfach nur ganz schnell Ganz schnell der Escape drücken Möglichst wenig Zeit verlieren Es ist natürlich so Die Ausgang Rouge ist nun mal die gefährlichste Stelle Hier auf der Strecke Und es ist halt kurz nach der Boxengasse Das heißt die Jungs verlieren jetzt Neun Minuten irgendwas Weil ja natürlich zu der Strafzeit von 6 Minuten nochmal die Zeit dazu gerechnet wird Die hier für eine von der Position aus die wo der Unfall passiert ist bis zum Erreichen der Boxengasse das wird halt dann addiert das heißt wenn man kurz vor der Box ausfällt verliert man am wenigsten Zeit ist natürlich jetzt also es ist kein Geheimtipp mehr oder es ist keine wo man jetzt sagt oh ja drücken wir jetzt immer da Escape Ne das ist passiert auch relativ selten dass das ein Team wirklich bewusst macht weil entweder crashen sie oder sie crashen nicht und wenn sie normal fahren warum sollen sie Escape drücken Jeder will das ja vermeiden und es sind ja trotzdem gut drei Runden die man dann verliert und naja wir werden sehen Also bitte nochmal an alle Teams wenn ihr zur Überrundung ansteht bitte macht so Platz dass der andere da auch wirklich vernünftig geht Lichthupe fahr vorbei oder was auch immer Aber so wie das in der Vergangenheit auch immer war also das ist hier wirklich Es ist zweimal kurz hintereinander passiert und ich glaube einige andere Teams hatten das wohl dieses Erlebnis auch schon heute im Verlauf dieses Rennens Naja gucken wir mal Nichtsdestotrotz sollten euch irgendwelche Vorkommnisse auf der Strecke mit anderen Teams untergekommen sein dann tut mir im Himmelswillen den Gefallen Holt mich nicht jedes Mal in den Support jetzt hängt hier alles Holt mich nicht jedes Mal in den Support sondern schreibt Proteste wir können definitiv während des Rennens hier nichts tun wenn wir jetzt in den Channel des beschuldigten Teams gehen und versuchen da irgendwas zu klären mit wem sollen wir das tun Der Fahrer reagiert eh über und sieht die Situation sehr wahrscheinlich komplett anders Es gibt nur Ärger nur Stress bitte wir können und wir würden sowieso während des Rennens eh nichts bestrafen Von daher bitte tut mir den Gefallen und macht das hinterher mit der E-Mail für die Rest Control Merkt euch die Situation in welcher Runde das war schickt eine E-Mail das dauert irgendwie 30 Sekunden habt ihr diese E-Mail geschrieben und dann haben wir auch eine vernünftige Grundlage um sowas auszuwerten und dann auch entsprechend zu bestrafen So Lutz wo warst du eigentlich heute Morgen? Wir waren doch verabredet nach meinem Stint Was waren wir? Das wüsste ich Du hattest gesagt nach meinem Stint soll ich nochmal zu dir hochkommen auf einmal warst du dann weg Ja ne also ich muss zu meiner Schande gestehen ich weiß jetzt nicht ob es jetzt wirklich eine Schande ist Seit meinem ersten 24 Stunden Rennen 2007 habe ich diesmal das erste Mal tatsächlich eine Auszeit nehmen müssen Weil sowas von ja ist tatsächlich so ich schäme mich auch ein wenig dafür nicht doll aber ich war sowas von im Eimer heute früh ich kann es gar nicht erklären Also ich weiß auch nicht was was so besonders war vielleicht dieser Stress in der Nacht mit den mit den ganzen Restarts Und das zehrt schon sehr auf den Nerven weil du Als Orga oder ich in meinem Fall der das ja schon zigmal erlebt hat genau weißt du kannst in dieser Situation brauchst du mit niemandem diskutieren Du machst deine Ansage wenn jemand nicht Wenn da jemand Stress macht oder irgendwas dann kannst du das was? Wen hat's erwischt? Oje Was denn? Ah Robe Team 1 Habe ich glaube ich ohne Heckflügel gesehen In die Boxen an Zumindest ist er jetzt wieder dran Ok dann ist das jetzt mein Zeichen Ja Wir hören uns vielleicht nochmal nach dem Rennen Alles an Genau Dann schaut mal dass er das hier wieder in die Reihe kriegt Ja So das ist jetzt schon mal der sechste Platz Aber jetzt haben sie erstmal zwei Runden Luft Ja Also ganz so dramatisch ist es jetzt nicht In Anbetracht der Tatsache dass wir hier noch Dreieinhalb Stunden zu fahren haben Ich mich jetzt verabschiede Ja das klingt auch so dass du das vielleicht tun solltest Ja Ich hab 20 Stunden hinter mir und darf in Ähm Dreieinhalb Stunden wieder aufstehen Ah ja ok Und dreieinhalb Stunden um was zu tun? Ja dreieinhalb Bitte? Aber nicht um Rennen zu fahren oder? Nein Ja ok Um jemanden zu besuchen Ja Ja Na ja gut Das klingt ja so als ob das dann nochmal so eine kleine Frischzellenkur gibt Also wo du dann nochmal ein bisschen wacher wirst Mh Nein Nicht? Oh Ich werde dann wahrscheinlich da auf der Couch einschlafen einfach Ja ok Naja gut Also ich kann es heute dann definitiv nachvollziehen Also ja Vielleicht kannst du dich jetzt noch ein bisschen ausruhen oder was auch immer Also Naja Schauen wir mal Ihr hört uns spätestens zum nächsten 24 Stunden werden wir das Alter Also wir hören uns zum nächsten 24 beziehungsweise 12 Stunden See bringen Genau Genau Also viel Glück bis dahin Und dann Viel Spaß euch noch Ja Die waren wir wieder unten bei der Mannschaft Leute Viel Spaß noch Ja ok Ciao Und allen Beteiligten noch weiterhin viel Spaß und viel Glück Auf das der Server hält Ja Ich sag mal Für die Gemeinten Danke Jo Bis deine Bis dahin So Christoph Sind wir jetzt alleine hier? Wir zwei? Äh Ja Oh Gott Eben waren noch irgendwie sechs Leute hier Ich ja da rum Also Also erstmal kommen sie alle schlagartig Gut Mit Droge das muss man natürlich jetzt sehen Also zumindest ist es kein Disconnect Das ist schon mal Erfreulich Sondern halt Nur ein Heftiger Crash Frage ist natürlich jetzt Wie ist das Auto jetzt nach der Temperatur? Hat der noch Topspeed? Kann der die Zeiten noch gehen mit dem Auto? Ja Aber nichtsdestotrotz Ich glaube es ist insgesamt auch ein sechster Platz wäre Ich meine jetzt haben sie Äh Noch eine Runde Vorsprung Ähm Plus Eine Minute Siebenunddreißig So sie dann jetzt wieder auf der Strecke sind Ähm Ist es natürlich schon auch Ein gutes Ergebnis Also das muss man ganz klar sagen Hätte ich so nicht auf den Zettel gehabt Die Jungs Und Wenn es jetzt keine Top 5 Platzierung ist Also ich glaube damit können Können sie leben Also Je weiter vorne desto besser natürlich Aber Ich glaube weinen wird da jetzt nicht wirklich jemand Da hätten andere mehr Grund dazu So Sag mal Christopher Hast du das letzte Mal einen Break gemacht? Also im Livestream? Äh Gar nicht Doch doch Ein oder zwei habe ich gemacht Jetzt habe ich mir natürlich nicht notiert wann Ich hatte immer drauf geachtet So zwei Gigabyte Halten Ja Man sieht das ja eigentlich ganz gut im Ähm Im Export Weil das andere war irgendwie bei zweieinhalb Und ja Oha Ja jetzt sind wir auch schon wieder bei zweieinhalb Ähm Dann lassen wir das jetzt auch laufen Bis Eine Stunde vor Schluss Das muss ich eh schnippeln Und Dann ist es auch egal Genau Dann machen wir das so Es ist schon wieder kurz vor zwölf Ich kann es gar nicht glauben ey Ja Sehr sehr geil Also Ich finde es Gut Mittlerweile ist es auch so Also als ich hier irgendwie halb zehn aufgestanden bin Und am Viertel vor zehn Und wie spät das war Habe ich echt gedacht Ich verstehe die Welt nicht mehr Also Wirklich Hammer Hammer Blödes Gefühl Aber Mittlerweile geht es gut Und die vier Stunden Die ich weg war Oder ja Knapp Einhalb Die waren echt Haben echt was gebracht Also mir geht es jetzt relativ gut Und ähm Ja Großartig Und dass auch in der Zeit nichts passiert ist Ist natürlich auch schön Und Ja So Christoph Willst du mal ein bisschen Päuschen machen mein Lieber Oder Bleibst du da Ich war gerade am überlegen Eventuell Dass man wieder umwechselt Aber Äh Ja Ich versuche zum Zum Finale Ja Dann nochmal zu kommen Ja Falls ich nicht einschlafe Ach jetzt komm mal Du hast die halbe Nacht gepennt Moment Wann bin ich eingeschlafen? Um halb eins Und um halb sechs Ja da kann ich ja nichts dafür Um halb sechs Du bist ja schon um neun oder um zehn gegangen Also Ne Hättest du ja ins Bett gehen können Ja Aber ich war noch bei meinen Lieben netten Liga Kollegen Und habe noch Off-topic Gelabert Ja das Gut Es ist jetzt hausgemachtes Leid mein Lieber Da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen Ja Aber guck mal Da hast du oben einen Mach 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 Geh mal Mach mal Wie gesagt Du Hast dir es echt verdient So Guck mal Dafür Ja ja Da habe ich ja Genau Dann mach du mal Päuschen Und Jetzt hast du ja den Daniel Genau Hallo Daniel Hallo Wie können wir den jetzt hier festnageln Daniel musst du noch mal fahren Festnageln? Äh Ich glaube Weiß ich nicht Ich glaube nicht Ja gut Dann ist ja wunderbar Dann kannst du ja gleich hierbleiben Bis zum Schluss Daniel Ja Halbige Stunde habe ich schon Zeit So Ich sag mal so Wie nah warst du dran In der ersten Stunde nach dem Rennstart Das Auto abzustellen Aha Ich sag mal so Das mit dem Ja das mit dem Freester Das war halt Ja gut das war Pech Aber der Fall war ja schon Ja das war halt dann schon ein bisschen Ja frustrierend Sag ich mal Dann doch wieder auf 30 Oder so zurückgefallen Bis Ja ich weiß es nicht genau Wie weit Aber es war sehr weit zurück Ja ich weiß es auch nicht genau Du bist ja nun den Start Gegen Sebastian Rönn gefahren Ähm Und bist ja relativ zügig An ihm vorbeigekommen Ähm Hättest du Vielleicht Wenn jetzt diese Vorkommnisse Dann nicht gewesen wären Freeze und so weiter Äh Hättest du Äh Sebastian wegfahren können? Weiß ich nicht Ich glaube Äh Wenn Wenn überhaupt Dann nicht viel Weil der Sebastian ist hier doch Ziemlich stark Auf der Strecke Ja Wahrscheinlich nicht viel Ja Ja naja gut Jetzt seid ihr ja wieder beieinander Also das Pech hat sich ja dann Irgendwie gleichmäßig Über das gesamte Fahrerfeld verteilt In diesem Rennen Ja das stimmt Und ähm Das ist natürlich dann auch wieder Einigermaßen versöhnlich Als wenn es nur Zwei oder drei Trifft Immer wieder Aber nichtsdestotrotz Ist es natürlich immer ärgerlich Wie ist das bei euch Wenn jetzt so ein Restart passiert Aus welchen Gründen auch immer Ähm Wie schlimm ist dann Der Rhythmus gestört So grundsätzlich Kann man sich da wieder Nach dem Restart Hundertprozentig konzentrieren Oder ist man dann erstmal raus Ich sag mal Rhythmus gestört In dem Sinne nicht Also wir hatten jetzt dann zweimal Das Glück Dass wir dann Bei den Reisters Auf Platz 1 waren Konnte der Alex glaube ich Einmal vorne wegfahren Richtig Dann eigentlich ganz gut Und Im Rhythmus gestört In dem Sinne Dass der Zeitplan Den du dir dann vorher setzt Der dann nicht mehr stimmt Ja Weißt du Okay Dann landst du ihn dann ein Für zwei Sins Und dann fährt er einen halben Oder nur fünf Runden Wenn du Pech hast Ja Und dann ist schon wieder Ristern Und dann musst du wieder am Rechnen Und machst du jetzt Machst du so Machst du hier Ja Und grundsätzlich aber Schon zufrieden Oder ein bisschen enttäuscht Bisher Wie ist so Ich halte mal die Stimmung Also Wir haben gesagt Ab Top 5 Sind wir eigentlich zufrieden Und Top 3 War eigentlich das Ziel Ja Das sieht ja momentan Ganz gut aus Also wenn wir in die Top 3 kommen Sind wir zufrieden Und Und Wir wollen uns auch darüber Also heute muss man wirklich sagen Also ich glaube Notox Ist heute nicht zu schlagen gewesen Ja 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 weiß ich nicht Also ich meine Die hatten ja auch Ihre Erfahrungen heute machen müssen Ja ich meine Jetzt von der Speed her Ja ja gut Das ist klar Ja ja Also was Ronny da in der Nacht abgebrannt hat Er hat ja glaube ich das Team von Platz 9 oder so Auf In die Top 3 gefahren Ja Sicherlich auch mit Unterstützung von Irgendwelchen Restarts Und Missgeschickten anderer Aber letztendlich Wir haben es ja Ich glaube da war der Carsten gerade hier Carsten Willhelm gerade Zum Interview da Da waren da irgendwie Zwei 18er Zeiten Und Während alles andere Mindestens Hohe 19er fuhr Und sogar 20er Also das war schon Sehr sehr beeindruckend Was er da wieder geleistet hat Auch der Sebastian Also der Jörg hatte gespottet Und er hatte gesagt Die Runde wurde nicht gewertet Bei Notdruck Ja genau Nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz Ja Ja Also Eigentlich hat was anderes hier gar keinen Sinn gemacht Auf der Strecke Weil die Übersetzung hat gepasst Größere Tank hat keinen Sinn gemacht Weil die Reifen halt so schon am Limit sind Mit zwei Stints Was ja jetzt noch überhaupt keine Rolle spielt Macht nochmal einen zusätzlichen Reiz aus Definitiv Ja Wart ihr damals schon dabei in der Multi League Als wir das eingeführt hatten 2010 2011 Oder war das in der Zeit Wo ihr fremdgegangen seid Ich nicht Also ich Vielleicht der Jörg Also der Lange Kann sein Vielleicht Ich weiß Auf jeden Fall Ich bin natürlich nicht mit diesem Manager Ja Okay Alles klar Ja So ist das Mensch So und jetzt Gibt es jetzt nochmal einen Angriff Ich meine Das ist ja noch Alles ist ja da noch möglich Also es ist ja nur nicht so Dass ihr da abgeschlagen seid Ihr seid momentan auf Platz 3 In derselben Runde Wenn ich das richtig sehe Ja Ja Die ersten drei sind in einer Runde Ja Jetzt halt nicht die 40 40 Wir haben jetzt eine Minute 20 Rückstand auf den ersten Ja Ich sag mal Ich glaube das wird im Großen und Ganzen Zu Ende gehen Also viel wird sich da glaube ich Nicht mehr tun Weil Als im Moment halt Jetzt wenn Ronny im Auto ist Jetzt ist der erste Platz sowieso Sag ich mal Kannst du Davon auskennen Dass der den wählt Ja Und Ja Zwischen uns und Motox Ist halt so eine Sache Muss man mal gucken Zwischen uns und Zwiewide Ja Kann man sehen Ja Marvin Schmidt Schreibt mir gerade hier Danke für den Tipp Wir haben hier auf Position 3 und 4 einen schönen Zweikampf Und zwar ist das Skypressing 1 Hä Oh Unter einer Sekunde Ne das sehe ich hier nicht Doch mit Zwiewide Oder Ne Kann ja gar nicht sein Ne Das ist das Skype Team Der hat sich wahrscheinlich Entrundet Bei mir Können wir Können wir Ne ne Also unter einer Sekunde Ist das nicht Also kein Positionskampf Hier geht es Ne ne Zurückrunden Genau Herr Plangen ist da Vorne Genau Und dahinter Kampff und Nicola Essig Also das ist hier noch Trotzdem danke Dass ihr hier schaut Oder mitschaut Das ist immer schon mal ganz nett Weil dann Alles können wir hier auch nicht im Blick haben Ja nichtsdestotrotz Ja Ja macht nix Marvin Alles gut Auf alle Fälle ist es ein schönes Schönes Trio hier zu sehen Ja vorhin ja auch ein spannendes Rennen Also Ich war ja letzte Saison in Spar Nicht dabei Also so eng Zumindest jetzt mit drei Teams war Kann ich mich jetzt noch nicht erinnern Dass es so eng mal war Zum Ende Ja gut wir hatten Letztes Jahr in Spar Ich glaube das Finale Schlechthin Also mit Sebastian Rhön Und dem Alex Piccolo Innerhalb von 0,8 Sekunden Sind die überstarten Ziel gefahren Der Alex Piccolo hat in der letzten Runde Den Sebastian überholt In der Blanchement Und Gut Aber das waren halt zwei Teams Und jetzt haben wir zumindest Momentan noch drei Die hier in den Sieg fahren Und letztendlich Ich meine Von der Strategie her Wirst du jetzt nicht sehr viel verraten wollen Ich meine Es gibt auch nicht so wahnsinnig Zivil zu verraten Mehr oder weniger Auf derselben Strategie Zumindest mit Notox Und Aber Ja Ich freue mich auf die letzten anderthalb Stunden Wenn es dann wirklich auch Sinn macht Nachzurechnen hier In der Moderatorenkabine Und Naja Wir werden mal sehen Was am Ende da steht Und Opsala Und Da ist ein Kfz-Teiler BMW Irgendwie In der falschen Richtung Hallo Hallo Hat der Jörg sich gedreht Der Himmel Verflicks Wo ist er denn jetzt Ne Das ist der falsche Hallo So So Da haben wir Und jetzt gucken wir mal Nochmal machen wir mal Replay Da haben wir es Ja das war tatsächlich Ein Fehler Ich glaube da ist er Innen ein bisschen Auf den Körb gekommen In der Mauer Ja Ja da steht er natürlich auch Sau blöd Aber Alles gut gegangen Ja Kann passieren Ja Lustig finde ich ja Dass wenn ich hier im Replay bin Diese Wandblinker Ja Das finde ich natürlich Sehr spannend Bisschen verwirrend Ist mir vorhin schon aufgefallen Hab ich so auch noch Irgendwo gesehen Ja Dann Daniel Dann macht es mal richtig spannend Geht der Alex da nochmal rein Oder wer fährt den Schluss Der Alex da gibt es eine ganz lustige Geschichte zu Der ist Hat mehr oder weniger durchgemacht Und Er ist jetzt DTM gucken In Hockenheim Ah wat Der ist jetzt Völlig verpennt Da nach Ja Hockenheim gefahren Ja cool Naja Wer ist das vielleicht Das braucht Also Ja gut Er hatte die Karten halt schon vorher Ne Und dann war das Rennen halt verschoben Um eine Woche Und dann hat er halt gesagt Ja komm dann ist er dann Samstag noch hier Ja Und fährt halt noch Komplett Und dann Äh Ja Beter uns jetzt halt Am Sonntag Ja Naja wir haben ja mehrmals hin und her geschoben Hier den Rennstart Aber es Blieb dann eigentlich nichts anderes Als das hier zu machen Und ähm So zu lehnen Weil sonst wären wir mit dem ganzen Kalender durcheinander gekommen Weil wir auch noch irgendeinen Puffer brauchten Aus Erfahrung Wissen wir ja Dass das So eine Saison nicht immer problemlos verläuft Und wenn wir wirklich noch irgendwas wiederholen müssen Ähm Dann braucht man halt Bissle mal irgendwo Hohen Puffer drin Ähm Boah Platz 5 oder so ist vielleicht noch drin Für ganz gut Und Und Ja Schauen wir mal wie sich's ausgeht Ja Dann wollen wir uns mal hoffen Dass das alles Schön ausgeht Und wir uns dann zum Interview nochmal wiederhören Alles klar Alles später Daniel Viel Glück Und grüß die anderen Jop So Genau So Disconnect seh ich momentan keine Wir haben auch genügend gesehen in diesem Rennen Also da hinten ist es tatsächlich so Ey Cool MSR2 Motorsport auf der letzten Position Sind wieder im Rennen Das möchten wir doch immer anschauen Das sollen wir doch mal würdigen Da sind sie Ja großartig Das freut mich sehr Also das nenn ich mal Mit dem Jose Antonio Berenquer Das ist natürlich ne großartige Geschichte Sowas Ist Herzerfrischend Das zu sehen Oder herzerwärmend Oder wie auch immer man das nennen will Jedenfalls Coole Nummer Ich mein das muss man erst mal bringen Da Haben andere Teams Mit Deutlich weniger Problemen Schon Ihr Rennen hingeschmissen Also Ja Großartig So Der Hennel Gibt da vorne Gas Und zwar Nicht schlecht Wenn ich jetzt mal so schaue Gut Der Jörg hatte glaube In der letzten Runde Diese 2.22 Die da momentan Als Last Lap steht Das war glaube Aber die mit dem Dreher Ich bin mir nicht sicher Oder er hat noch einen fabriziert Aber Mr. Hennel Fährt hier 2.19.2 Gerade schon wieder An den 18er Zeiten Aber auch Marius Bert Fährt 2.19.5 Also das ist hier alles Verdammt Verdammt eng Und Ich denke mal Das Ganze wird sich Mehr oder weniger Über die Boxenstops Nachher Gestalten Okay No-Tox Wie Daniel eben sagte Wird höchstwahrscheinlich Nicht zu schlagen sein So da nicht technisch Irgendwas dazwischen Knallt Aber Ja Wollen wir mal schauen Und Also Der Kampf um Position 2 Der wird auf alle Fälle Nochmal super spannend Ich hoffe Dass die dann So Die letzten 20 Minuten Das wäre so Eigentlich das Das geilste Also alle fahren Nochmal 20 Minuten Vor Schluss In die Box Holen sich den Rest Sprit Und sind dann so In einem Abstand Alle drei Teams Von 10 Sekunden Das wäre so Och Ja Aber gut Wir wollen mal nicht rumträumen Ein bisschen Ja An der Realität Dranbleiben Das wird wohl nicht passieren Aber vielleicht haben wir mit Platz 2 und 3 Tatsächlich Diese Situation Und Ja Wir werden mal gucken So Gehen wir mal wieder nach vorne Und mal Was da so geht Das ist aber gar nicht so weit vorne Das sind jetzt immer bei Federsport Poland Mit Mateusz Bogusz Und Ich habe gerade erfahren Wir werden Tatsächlich Um 12 Uhr Ja So gegen 12 Uhr 15 Werden wir Ähm Nochmal An unsere Freunde Aus Polen übergeben Ich freue mich Also Ich weiß dass Das die deutschen Zuschauer jetzt Nicht so wahnsinnig Ähm Ja Es ist halt schwierig Ähm Ähm Zu sagen Also Wir hatten dann Vorhin schon So nach einer Stunde Anderthalb Kamen dann schon Ein paar Fragen Ob es dann So mal einen deutschen Kommentar gibt Leute Wir haben hier Eine internationale Langstreckenmeisterschaft Mit Teams Aus Ich glaube 12 oder 13 Nationen Oder zumindest Fahrer in den Teams Sind aus so vielen Nationen Und Äh Wir haben momentan Nicht die Kapazitäten Zwei parallele Streams Zu machen Sprich Einen in Deutsch Und einen in Äh Ja Mit Fremdsprachen Oder mit Nichtdeutschen Sprachen Und Von daher freue ich mich sehr Dass die Jungs Sich da so Engagieren Sich da hinsetzen Und auch mal Ein, zwei Stunden Ähm Äh Das übernehmen Und wir dürfen Nicht vergessen In Polen Gibt es eine riesen Summarizing Community Die sich Dort hat man es Eigentlich ein bisschen Besser gemacht Als hier in Deutschland Es gibt dort Zwei, drei Richtig große Äh Communities Während hier in Deutschland Ja Das sich wirklich auf Ich weiß nicht wie viele Verteilt Und Äh Wobei die VR Und vielleicht die Bierbühnen Noch so mit Die größten sind Aber alles andere Was da noch so rumkrebst Das ist halt alles Irgendwo Schade Dass man Das war ja auch der Gedanke Von SimWrestling.org Dass man gesagt hat Dass die Leute mal Aus den ganzen Vielen deutschen Ligen Hier mal irgendwo Zusammenrennen fahren Dass das so international Geworden ist Das war ein Selbstläufer Das war ursprünglich Nicht beabsichtigt Ähm Ist wohl durch Die Le Mans Geschichten So entstanden Und Ähm Jetzt ist es so Und darüber freuen wir uns sehr Und deswegen freuen wir uns Eigentlich Also ich freue mich sehr Dass jetzt halt auch Unsere Freunde aus Polen Jetzt sagen Ey wir machen jetzt hier auch mal Broadcast Äh Moderieren mal in Polnisch Und ähm Das machen wir Natürlich gerne Und ich denke mal Da werden unsere deutschen Zuschauer Auch Äh Weitestgehend Verständnis dafür haben Dass wir das so Machen Ja also bitte nicht Ähm Ärgerlich sein Ähm Ja ich sehe gerade da oben Gibt es Ach ne gibt gar keinen Support Ich habe hier jede Menge Leute Hier drin Stimmt den David Putzka Habe ich ja reingeholt Und der Sebastian Rhön Ist da Ach mein Gott Wie hat es erwärmt Ähm David Wie lange habe ich dich jetzt hier schon Hängen lassen Äh Fünf Minuten Ah ja okay Das geht ja noch Sebastian Ja klar Bei dir alles gut Jawohl Jawohl Sebastian an dich die erste Frage Auch wenn der David Eigentlich erstmal vor dir dran ist Weil ich hab den vorhin schon reingezogen Hab total vergessen Ähm Vor Als ihr die Runde verloren habt Weil es gab eine Nachfrage von 3Ride Hattet ihr zwei Boxenstops vorher Oder einen Kurz hintereinander Weiß ich nicht Weißt du jetzt auch nicht Kann ich nicht sagen Aber Das ist definitiv nicht passiert Weil wir einmal zusätzlich in der Box waren Ja Also das ist schon alles so korrekt Äh Ich war am Fahren Und auf einmal sagte Sascha zu mir Äh Hör mal wir sind jetzt auf einmal auf Platz 3 zurückgefallen Und da war ich definitiv die ganze Zeit vorher am Fahren Und War nicht in der Box Äh Und es steht ja auch so im Ja ja Ich hab ja extra den Daniel Hake nochmal gefragt Der sagt ja das war so Also das ist dann auch Ich wollte einfach nur nochmal gefragt haben Ja Aber das kann ich dir nicht beantworten Weil ich zu dem Zeitpunkt Äh Das Timing einfach gar nicht im Auge hatte Ähm Und nach dem Restart ist glaube ich erst Ronny gefahren Dann Sascha einstimmt Jetzt da wo du diese Wo ich dir die Runde wiedergegeben habe Ja also ich glaube da war ich zweimal oder so in der Box Ja Ja okay Gut David David Ja Wie auch immer Mein Lieber Ähm Das ist heute Doch ein Wechselbad der Gefühle oder? Bei euch Bei euch Na überhaupt so das ganze Rennen über Ich meine ihr wart ganz vorne ganz hinten Ihr wart eigentlich überall Ja gut wir direkt Also Team 1 nicht Aber ja Team 3 war Ja Überall ja Ja Wie wie Ich meine ihr seid jetzt Zehnter Ähm Ist es das oder Ich sag mal Ich hab mich gefreut Als ich Teams Also Independence Teams Ganz weit vorne gesehen habe Ich hatte allerdings auch meine Zweifel Ob das hält Und ähm Jetzt ist das Team 1 auf Platz 10 Ist das so das Ergebnis was ihr euch Vorgenommen habt Ist es mehr als ihr euch erwartet habt Oder weniger Ja also Top 10 war schon Ziel Ja Von daher kann man damit zufrieden sein Mal gucken Vielleicht wird es noch der 8te Oder der 10te Je nachdem Also ich glaube der 8te, 9te, 10te Wir sind noch in einer Runde Ja Dann entscheiden dann die Stops Wer am Ende vielleicht noch mal muss Und wer nicht Ja Na jetzt seid ihr schon mal neunter gerade Genau Genau Ja Und so Ich sag mal Wie ist die Stimmung so im Team Nach den ganzen Travel den wir hier heute hatten Also bei uns ist es ja jetzt wieder relativ gut Wir haben uns dann wieder Wir hatten ja dann auch Probleme mit dem Fahrerwechsel Und sind ziemlich weit zurückgefallen Und haben uns jetzt wieder vorgekämpft Und Können damit leben Ja Team 3 ist natürlich Also die waren auch selber überrascht Dass sie da mal kurze Zeit Oder was heißt kurze Zeit Lange Zeit Erster waren Ja Aber die wussten natürlich auch Das ist ne Momentaufnahme Okay Ja Und bei Team 2 Da war Ja ist die Nacht ein bisschen in die Hose gegangen Ja der Andi war Der Andi Rojak war vor kurzem bei mir Ey jetzt hab ich den schon irgendwie 3 mal überrundet Und ich bin immer noch nicht vor dem Ich sag ja dann hast du nur 4 Runden Rückstand gehabt Ja die sagen mir aber immer jetzt Wenn du den jetzt überholst Dann hast du den und ich hab den immer noch nicht Und der war völlig enttäuscht Total lustig Also na gut lustig zu hören Für ihn war sicherlich nicht lustig Aber ja großem Ganzen Ja das ist halt wirklich Genauso wie Carsten Fischer Also ich glaube in Le Mans Oder nee auf der Nordschleife Ich hab jetzt irgendwie schon 10 Autos überholt Ich bin immer noch auf Platz 15 Also das ist schon Das ist schon echt geil Was da teilweise abgeht Aber wenn ihr jetzt mit dem 10. Platz doch zufrieden sein könnt Und vielleicht sogar noch 9. oder 8. werdet Ich denk mal Dann ist das doch auch recht versöhnlich Dann trotz dieser ganzen Restarterei Die wir hier heute In den vergangenen Stunden hatten Ja auf jeden Fall Ja mein Lieber Dann drück ich euch mal ganz doll die Daumen Dass das Wirklich auch so Zu Ende geht Und uns drück ich die Daumen Dass das jetzt Auch keine Veränderungen mehr Oder keine erneuten Restarts mehr Bedarf Und wir hier Ein problemfreies Rennen Zu Ende fahren können Jetzt hier zumindest Ich hab schon gesagt Also wenn es jetzt daran lag Dass keine Restarts nötig waren Weil ich nicht da war Dann würde ich dann hier sofort Alle Ämter niederlegen Irgendwie einen suchen Der hier broadcastet Aber ich hab ja tatsächlich nichts gemacht Also ich hab Ja vielleicht ist es auch nur die Anwesenheit Man weiß es nicht Ach Quatsch Wär 10 Ja gut Das wäre zumindest eine Erklärung Für die ganzen Jahre Wenn es an mir gelegen hat Ich nehm das gern an Ja 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 Das kann ich mir vorstellen Ja gut Aber da ist jetzt Da ich jetzt ja auch schon wieder Weiß ich nicht Anderthalb Stunden hier bin Und bisher nichts passiert ist Gehe ich mal davon aus Dass das jetzt Nicht zwingend an mir liegt Aber gut Wenn es so ist Mit dieser Kritik Kann ich umgehen Definitiv Irmit Ich wünsche dir was Guckt zu Seht zu Dass er das Ding wirklich sauber nach Hause fährt Würde mich sehr freuen Und ja Vielleicht Hören wir uns nachher nochmal Im Afterres Interview Na klar Also dann werden wir nochmal alle richtig schön losjohlen So wie das sich das gehört Ja Gucken wir mal Bis nachher Ja bis nachher Bis nachher War es noch Ja ebenso Sebastian Ja Du hast ja vielleicht Konntest du zuhören Was der Daniel Hake gesagt hat So ein bisschen Nicht alles Aber Ja Also an Notox geht heute nichts vorbei Notox ist nicht zu schlagen heute O-Ton Und Ähm Es ist halt nicht auf der Strecke Das mag vielleicht vom Speed her stimmen Äh Aber Ähm Also ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht so viel über unser eigenes Rennen sprechen Oder was Am Ende hierbei rauskommt Weil dafür ist einfach zu viel passiert Ähm Wir waren nach den ersten vier Stunden Ja So weit vorne Eine Runde Plus eine Minute Und Ja und dann hatte ich halt eben das Pech Äh Dass ich Oroche hochkomme Und da ist nur eine Staub Äh Also eine Rauchwolke Und ich sehe Das Auto nicht Äh Wusste nicht was ich machen sollte Und als ich dann es gesehen habe War es zu spät Und Ja Das war dann Äh Der Escape Und über neun Minuten Standzeit Und Ja Klar Wir haben natürlich Äh Ganz klar durch Äh Vor allen Dingen durch zwei Restarts Äh Profitiert Äh Wo wir jeweils Äh Ja vor allem der letzte Fast Fast eine ganze Runde Äh Wieder zurückbekommen haben Zweimal Aber nichtsdestotrotz Äh Bei jedem Restart lagen wir Bis auf den letzten Jetzt lagen wir immer eine Runde zurück Und Mussten uns wieder vorkämpfen Äh Also Ja Ja ist richtig Und Ähm Insofern Äh Der Fahrerwechsel hat jetzt geklappt Äh Diesmal ist es auch nicht ganz so lang wie in Le Mans Dass er jetzt noch sechs Stunden fahren muss Ja Weil er das Auto nicht mehr abgeben kann Naja so Und jetzt Warten wir einfach mal ab Was passiert Also Genau Also Ronny fährt aber so wie angedroht zu Ende Solange jetzt nichts weiter dazwischen kommt Ist das schon so geplant Und äh Es wird Ähm Es wird schon knapp Also äh Ich Im Im Gegensatz zu den sonstigen Rennen Habe ich diesmal nicht die Zeit gehabt Wirklich so viel zu rechnen Äh Mein Tool Was ich da sonst hab Äh Was mit Daten gefüttert werden will Und dann eben ausspuckt Welche strategischen Möglichkeiten hat man Habe ich diesmal Nicht benutzt Ich weiß es nicht Also ungefähr weiß ich natürlich Die Stintlänge Es ist ungefähr was Zwischen 1.5 und 1.10 Es wird knapp Dass man mit drei Stints Äh Jetzt wo der Ronny eingestiegen ist Gerade so über Die Zähnlinie kommt Ja Aber genau weiß ich es nicht Also ein bisschen Schrittfahren ist schon auch noch angesagt Also zumindest nicht überfahren das Auto Also er wird jetzt erst noch äh Weil das Ronny sagt auch selber ja immer Es bringt nichts wenn ich jetzt Speed rausnehme Ich mach nur Fehler Ich muss mich konzentrieren Und ich muss meinen Speed fahren Und Ja Er wird sicherlich Er ist gewarnt Äh Bei dem ein oder anderen Äh Wo man definitiv merkt Die fahren einfach schon viel zu lange auf dem Server Und sind Dementsprechend übermüdet Äh Und bei Überrundung So Ja so In manchen Situationen Es ist besser Man hat wirklich immer Den einen Fuß Auch gleichzeitig mit auf der Bremse Sodass man sofort reagieren kann Ja ja genau Genau Ja großartige Geschichte Und ähm Ich sag mal so Dass Deine Viel viel Arbeit Die du in die Bremse Gesteckt hast Jetzt vielleicht mit einem Sieg belohnt wird Ich denke mal Das ist nur fair Und ähm Ja Von daher Drücke ich euch ganz besonders die Daumen Dass das auch wirklich dann am Ende so ist Und dafür natürlich Dankeschön Aber äh Das ist jetzt nun Beziehungsweise Erfolg wäre für mich da viel mehr gewesen Äh Für die ganze Arbeit Oder der verdiente Lohn Wenn das Event ein bisschen anders verlaufen ist Ja gut Als es in der Nacht Äh Gelaufen ist Unabhängig jetzt Da kann ja keiner was dazu Das ist ja nun wirklich was da Das ist richtig Allerdings Äh Ist meine Vermutung Äh Einmal Die zu vielen Fahrzeuge Es Also es fällt ja irgendwie auf Dass jetzt seit dem letzten Restart Äh Wo dann nur noch 35 36 glaube ich Gestartet sind Eben keinerlei Probleme Also bis auf Ja Die üblichen Sachen Ja ja genau Aber es ist Es gab nicht mehr diese Kuriositäten Äh So Zumindest Mit Mismatches und sonst dergleichen Ja Hast du völlig recht Genau Weil es kann auch gut damit zu tun haben Dass es dann schon fast hell war Es wurde ja direkt nach dem letzten Restart Wurde es ja hell Also wir werden Definitiv Wir beiden uns Die nächsten Tage unterhalten Wie wir das Äh Für A Good Seapring ist Vielleicht jetzt nicht so Das Drama Da wird es nicht wirklich dunkel Aber Ähm Dann Für das nächste 24 Stunden Rennen Werden wir da sicherlich Äh Vielleicht sind wir da auch gar nicht schon mehr Äh Auf so viele Teams Wie heute Und dann brauchen wir Gar keine Gedanken Uns machen Aber Grundsätzlich Sollte die Rennserie Wirklich auf 36 Autos beschränkt werden Ja Ja Das andere denke ich Dass es Äh Also vielleicht auch eine Kombination Äh War noch mit Der Nacht Ja Also das Äh Den einzigen Vorwurf Äh Den man uns vielleicht noch machen kann Ist halt dieses große Update Äh Was nach dem letzten Äh Test kam Also vor dem Qualifying Äh Und da waren ja dann die Nummernplatten drin Äh Und eventuell Ist das ein Problem Weil das natürlich noch mal ein bisschen Mehr RAM gefressen hat Ja Wir haben es getestet Die Autos die sind einfach fantastisch Aber Ja vielleicht ist es eben Äh Mit der Anzahl an Teams Mit der wir das eben jetzt Äh gestartet haben Und dann eben plus Nacht Und äh Plus auch die Sachen Äh Mit den Nummernplatten Dann vielleicht doch zu viel gewesen Ja Wir werden es auf jeden Fall untersuchen Die wir haben In zwei Monaten Wissen auch noch Dass es Probleme gab Aber so wirklich zusammen Erzählen kann die keiner mehr Ohne nachzugucken Von daher Bleibt Die Freude An dem Vielleicht stattfindenden Rennsieg Im Vordergrund Und das soll dann auch so sein Das Gut Ne Denke ich doch auch Ja Genau So und jetzt holen wir uns mal den Julian hier runter Der Herr Siedbiedl Ich bin Schwer Begeistert Hallo Julian Hi Lutz Grüß dich Hier ist es Bei LSF Ja Soweit ganz gut Jetzt läuft es wieder ein bisschen besser Zwischendurch hatten wir mal ein paar Probleme Und mussten einmal Escape drücken Dann waren wir auf Ich glaube 22 Wir hatten vier Runden Rückstand Zu Platz 10 Und jetzt läuft es eigentlich wieder ganz gut Und wir können auf jeden Fall Ja Fahren so zwischen Platz 9, 10 und 11 Ja Das wird dann nochmal eng werden Ja Wollte ich gerade fragen Ihr seid momentan der Elfter Ja Da haben wir den BMW Ihr seid diesmal nur mit einem Team dabei Ne? Genau Ja Fahren wir letztes Jahr aber auch noch Wart ihr Hattet ihr nicht zwei Teams Irgendwann hatten wir zwei Teams Das war bei der GTA 1 Ah ok Alles klar Ah ja ok Ähm Wollte ich sagen Genau Ähm Platz 11 Also Habt ihr euch schon was ausgerechnet Wird es reichen für die Für die Top 10 Oder Ist es noch völlig offen? Hm Ja Das hängt jetzt ganz davon ab Wie das mit dem Boxenstopp sich ausgeht Äh Ob er im 11 Vielleicht nochmal in die Box muss Oder nicht Also Ich denke mal Es wird sehr sehr eng werden Ja Am Ende hin Ja Jetzt hast du ja Ziemlich langen Stint gefahren Wenn ich das richtig in Erinnerung habe Kann das sein Dass du relativ lange im Auto warst Jetzt zuletzt Jetzt gerade bin ich nur ein Doppelstint gefahren Ah ok Und davor Wollte ich ein Doppelstint fahren Kurz nach dem ersten Boxenstopp ist dann Ja Server Da musste neu gestartet werden Dann habe ich gesagt Komm dann fahre ich nochmal ein Doppelstint Und dann wieder nach dem ersten Boxenstopp Kurz vor nach Ist er wieder abgeschürt Da habe ich gesagt Nee Jetzt Ist dann doch mal gut Ja Es war wirklich eine vertrakte Situation Heute Nacht Und Es ging ja wirklich auch erst los Als es dunkel wurde Und es hörte auf Als es wieder hell wurde Und Gut Wir werden Sicherlich unsere Lehren daraus ziehen Was das hier betrifft Und werden mal gucken Was wir da machen können Nichtsdestotrotz Entschuldigung Verschluckt Nichtsdestotrotz Denke ich mal Hat schon auch Spaß gemacht Und dieser Stress Der dabei ist Ich kann es dir ehrlich gesagt Ich kann mir kein 24 Stunden Rennen vorstellen Was glatt durchläuft Also ich weiß auch gar nicht Ob das wirklich wünschenswert ist Naja Also Spaß macht es auf jeden Fall Also es ist einfach genial Auch wie eng das Fahrerfeld ist Also Ja Also das vor allem Wenn die Probleme jetzt mal Wenn man die mal außen vor lassen würde Äh Ja Also das wäre glaube ich schon Verdammt eng bei Sonnen Macht doch mördermäßig Spaß Die Leute fahren alle fair Ich meine dass mal Ein, zwei enge Situationen entstehen Das bleibt dir einfach nicht aus Aber allgemein kann man sagen Dass das total fair abläuft Und Ja Jeder auf den anderen So ein bisschen Rücksicht gibt Ja Richtig 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 Nee das ist durchaus Ähm Hast du völlig recht Also wir haben da wirklich Äh Schon anderes erlebt Und äh Stinkend langweilig Bis zu hochspannend Und äh Ja das ist halt einfach so Und Ja gut Ihr seid jetzt Ich weiß nicht Seit 2010 oder 2011 Seit ich hier unterwegs Zuerst in der GTA 1 Und dann Ja ich glaube Le Mans dann auch erstmals In 2011 Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher Ist auch egal Ich glaube 12 war das Eigentlich Ah ok Ja ich Es ist wirklich Wenn du So zwei, drei Jahre Kann man sich immer gut zurückerinnern Wenn man etwas zum ersten Mal gemacht hat Aber wenn man es dann halt Regelmäßig macht Man Äh Vertut sich so unglaublich In den In den Abständen In den Zeiten Also das ist Äh Ja da geht dann Ich war zum Beispiel Ganz ganz sicher Dass wir ein bestimmtes Rennen In dem Jahr gemacht haben Und Sebastian hat sich mit mir Bis aufs Messer gestritten Und gesagt Nein das war ein anderes Jahr Und bis ich dann irgendwann Die alten SLS rausgekramt habe Und geguckt habe Und tatsächlich Sebastian hatte recht Also ich war Wirklich Ich hätte meinen Arsch drauf verwettet Dass das so gewesen ist Aber Ja Du bist das Huckzuck Genau Also Mein Lieber Also gucken wir mal Ob es für die Top Ten reicht Schön wär's schon Denk ich mal Ja auf jeden Fall Also Wie gesagt Und ähm Dafür dass wir von Platz 35 gestartet sind Nachdem ich da Ja Ja Einen kleinen Bock im Quali hatte Ja nun Mein Gott Also hat's ja auch andere getroffen Also war ja nicht nur du Ähm Ja das ging am Anfang gut voran Hat ja auch Spaß gemacht zu sehen Wie andere dann da Ja Ja richtig Wenn wir uns die Rundenzeiten angucken Ich werde aber tatsächlich jetzt Manuel wollte auch ein Interview Das habe ich erst zu spät gesehen Also Manu Ich bin jetzt mal 2-3 Minuten weg Und dann können wir loslegen Und dann werden wir irgendwann an die Freunde von Simracing.pl übergeben hier Also wenn du noch ins Interview bekommen willst Dann komm schon mal hoch Und ich zieh dich dann rein Und dann quatschen wir noch einen Schlag Und dann geht auch noch soda Und dann wir auf dem accomplish Und dann Und dann Und dann Und dann Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber wenn man sich nicht mehr so geht, wenn man sich die 20er Jahre lang hat, kann man sich nicht mehr als wenn man sich das Geld nicht mehr zu verändern kann. Das sieht man, dass es nicht so ist, dass es nicht mehr als Foto ist. Ich glaube, dass es vielleicht auch ein Platz für 5.000 Euro ist. Ja, das ist das, was wir in der letzten Relationen haben. Das ist das WVL. Das ist das FFC T11 24, Simracing Team 3 und Routes und Racer z PRL 1. Das ist da, wie es ist das so? Das ist das, das ist das UDAR. Das ist das 3-WM die MLS-FOT, das ist das 3-WM. Das ist das so. Das ist das so, dass die Sicherheits-Virat am anderen Kieler sind. Ich hatte ein Heimsteed, ein bisschen anders, weil sie sich in der Köln befestigte. Aber wenn sie so wollen, dann protestieren sie nicht. Vor kurzem war die Situation, als Mateusz hatte, dass er eine Stere hat, hat ihn in der Köln gewonnen hat und hat ihn in der Köln gewonnen hat. Vielleicht hat er eine Situation, dass der Köln gewonnen hat der Köln gewonnen hat. und vielleicht nicht tracen Zeit. Das ist auch ein Problem. Weil er eher konflikten würde, wenn er in der Fiedera ist, wenn er sich jetzt mit dem zweiten Fiedera befindet. Wir sprechen hier von Wilbrake GTR-30 Team Racing, der jetzt nach 15. für Fiedera ist. Aber jetzt geht es jetzt mit der Fiedera. Weil Banzer ist jetzt in Bokse. Aha, das stimmt. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall nicht. Ich bin der Fall, dass ich hier in der Fall war, dass ich hier im Feedback schreie. Ja, ja. Ich bin auf 16. Ich bin jetzt auf der Fall. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Platz verabschieden kann. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Platz verabschieden kann. Vielen Dank. Man sieht, dass Dominik Kedra ist, dass Nikolas Essig ein bisschen durch den Kieler vor dem Kieler ist. Ja sicher, aber ich kann es mir nicht so überreden. Der Mercedes war sehr schnell in der Linie Proste, weil wir die Kieler auch sagen, dass es schwer zu werden. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Das ist nicht nur in der Lidenschaft, dass die Mercedes-Benz fahren, die sind sehr schnell. Ich kann es immer wieder auf die Fahrt fahren. Es ist immer wieder auf der Fahrt fahren. Hier sieht man, dass es sehr nisige sind, aber jetzt ist es auf der Fahrt fahren. Das ist die Fahrt fahren oder? Das ist die Fahrt fahren. Und jetzt wird es geschafft. Und dann sehen wir, dass wir, dass es noch nicht mehr so ist. Hier wird es noch nicht mehr. Na 5. Miejsce erwartet KFZTL24, Team Team. Wir sehen uns einen Leader, wie sie sich in den nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns sehr, dass wir zwischen den Städten haben. Die Städte haben sich in der Nacht sehr veröffentlicht. und die Kielerinnen und die Kieler, die wir, die wir, dass sie sich verabschlossen und die ganze Zeit kämpfli, so ist es so passiert, die Reschta nicht mehr so guter Pass. Da waren noch zwei Restart-Serwer-Serwer-Serwer-Serwer-Serwer-Serwer-Serwerwer. Also wenn man sich durch die Liederm ist, dann tracen sich das Gegenteil nach dem Hinblick auf. Niestety, es gibt es nicht so einen Pech. Und hier sieht, dass der Kieler Nikolas Essig war viel schneller von seinem Rewalt. Jetzt ist er jetzt praktisch auf einem einen Sektor auf ein paar Sekunden. Ja, in dem Osten schon 2 Sekunden ist er 2 Sekunden. und er hat sich in den und er hat sich in den letzten Sektor Ich denke, dass hier eine Frage von der Lider zu gewinnen und vielleicht etwas über das aber... ... oder so... Ich denke, dass die Sprengung nicht mehr weil das 3-White Motorsport macht 2.18.4 Marius Berg Das ist 1,5 Sekunden, sogar sogar 1,5 Sekunden, 700 Sekunden von KFZ Dailer Racing Team 1, der geht vor 36 Sekunden, wenn man noch Zeit, um ihn noch zu erreichen, kann man sehen, ob das 2.5 Sekunden. Aber jetzt muss man sich darauf ach, dass Mateusz hatte ein bisschen ein bisschen schweres, 2.27 Sekunden. Und die Straten stammt nach 7 Sekunden. Hier haben wir einen schönen Blick. Es gibt noch einen Skypen. Skypen auf 4. Sie haben einen Polen. Ja, in der Bezpieczein haben sie, weil sie 3 aufgeräte sind. Und 3 aufgeräte sind. Und sie haben einfach nur noch zu fahren. Das ist komfortabel. Ich hoffe, dass es sich auf einen Weg zu sehen. Ja, der erste Sektor war viel besser. Villegrave GTR 30 Team Racing Ich hoffe, dass es sich auf der ersten Sektor befestigt. Wir haben jetzt schon 4 Sektor in diesem Sektor. Ich hoffe, dass wir uns nicht mehr haben. Es ist auch nicht sinnvoll, dass für 24h-hörter sind die Punkte für 24h-hörter sind. Wenn man sich die Probleme mit 24h-hörteren, dann muss man das 2x weniger. Das ist doch so, dass die Punkte sehr wichtig sind. Daher ist eine Ausbildung aus der Klasse. Daher ist eine Ausbildung. Das ist ein paar Staten. Wenn du dann ein Problem ist, dann ist das 18h. Aber du hast du nicht. Das ist nichts. Das ist nichts. Wir haben nicht mehr als Walken. Wir sehen immer Staten. nur eine Minute, eine Minute, eine Minute. Jetzt ist es nicht passiert. Hier sieht man, dass Skype schnell ist von Mateus, weil Mateus hier ein paar Bühnen zu lösen, in der ersten Zeitung. Es ist sehr schwierig, dass er sich aufbaut, weil ich weiß, dass ich mich aufbaut. Ich weiß, dass ich mich aufbaut, weil ich mich jetzt aufbaut. Man muss sich auch aufbaut, dass ich schon mal kurz aufbaut, Ja, er hat sich schon mal auf. Er hat sich schon mal auf. Ja, aber nicht mehr, wenn er sich schon mal auf. Ja, er hat sich schon mal auf. Aber er hat sich schon mal kurz vor, vor ungefähr fünf Minuten vor dem zu spazieren, und er hat sich noch schnell zu schreien. Ja, er hat sich schon schnell zu schreien. Ja, das muss man sich schon mal ein bisschen bunt, weil es ist normaler Zeit, das ist schon mal ein bisschen. Ja, 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 ja. Und dann haben wir sie auch noch nicht verloren, aber wir haben uns die Spore Ogräufe. Ja, das sind 24-jährige Fahrzeuge. Das ist nicht aus eigener Gewinn. Es gibt Probleme. Es ist schuldig. Es war sehr schön, wenn sie auf die Fahrzeuge haben, und dann haben wir auf den ersten Platz für einen Zeitpunkt. Ja, es ist gut. Aber ich würde es nicht sagen. Ich glaube, dass wir einen Spieler haben. Aber wir haben drei Städte für einen Platz. Ja, es ist nur ein Problems von 1.3. Das würde ich sagen, dass Skype 1.5. Wir sehen, dass wir einen Platz haben. Jetzt sind wir heute auf die ZJZDE-BOKS Jetzt sind wir die ZJZDE-BOKS-er, wie wir das erste Mal nachzudenken sind, die die Kielerinnen und die drei bis vierte Malen alle auf die Boxen waren. Ja, das war etwas hat sich vielleicht sogar noch nicht mehr als die ZJZDE-BOKS-er. Die Strategie sind jetzt noch etwas anders. Als wir gehen, wenn wir uns in der Flucht gewonnen haben, wenn wir uns in der Flucht gewonnen haben, dann haben wir noch ein paar Wacken gewonnen. Ja, genau. Das alles hat sich vermischt. Es ist so interessant, dass es nicht nur noch ein Team in der Flucht gewonnen haben, in der Flucht gewonnen haben, weil sie sich in der Flucht gewonnen haben. Es ist so wichtig, wenn man in der Flucht gewonnen hat, weil es nicht mehr Geld ist, weil es nicht mehr Geld ist. Ich hatte mich mit dem Sebring, wenn ich zwei Schrauben vor dem Kurschen muss, weil es nicht mehr Geld ist, weil es nicht mehr Geld ist. Ja, dann ist eine Strategie nicht sehr gut, besonders hier, weil es hier sehr lange Zeit ist, also ich möchte, wie ich es nicht mehr Geld machen. Das ist nicht notwendig. Das ist eine kleine Straten, aber die Bucky haben nicht mehr Wasser und es braucht. Einige Spiele haben eine komfortbare Situation, dass sie sich sicherlich machen können. Ich möchte jetzt auch ein Spiele Witchwood haben, der bei den ersten Problemen in der ersten Relation war, Er hat praktisch am Ende des Stafes. Jetzt sind wir sie auf 19. Und jetzt gehen wir um eine bestimmte Positionen. Hier ist nur 45 Sekunden Straten. Das ist nur 45 Sekunden Straten. Das ist nur 45 Sekunden Straten. Das ist nur noch eine bestimmte Positionen. Das ist nur noch eine bestimmte Positionen. Wir haben die 20-jährigen E-Racing-GT gefangen. Wir haben sie in der Czołówce gefangen. Komplettlich haben sie es nicht geschafft. Sie haben sie in der Nacht gewonnen. Sie haben sie in der Nacht gewonnen. Sie haben sie in der RESTART-Server gewonnen. Die Klasyfikation wurde aus dem Moment, wenn sie sie in der Czołówce gewonnen haben. Sie haben sie wieder zurückgezogen. Sie haben sie wieder zurückgezogen. Sie haben sie wirklich viel Probleme gemacht. Sie haben sie in der RESTART-Server gewonnen. Ich bin der das, was mir gefällt. Ich bin dann und ich bin dann sehr, sehr, sehr sehr, sehr sehr, sehr ich bin jetzt und ich bin gewisse auch der Die sind in der 9 Ja, ja das war in einem ersten Platz. Ja, es war ein sehr guter Fall, in einem ersten Platz. Ich glaube, dass es in einem letzten Platz hat einen gewissen Passage einem einen Rennig zu spielen, bei einem Rennig zu spielen, es hat ein paar Fahrzeugen gemacht hat. Einmalne Karambol haben sich da gemacht. Das war sehr viel auf dem Team. Man hat einen Schraub gemacht. Sie haben uns mit zwei oder drei Objekten. Und sie haben eine sehr lange Zeit. was wir haben. Ja, das war nicht aus der ganzen Fahrt, das war nicht verabschiedet. Ja, aber zum Beispiel für den vergangenen, der letzten Jahrhundert kam 397, und unser Lider kam 445. Das war 48. Ja, aber leider sind die Situation, dass wir uns nicht aus uns verabschieden sind. Das ist schuldig. Aber es ist wichtig, dass sie sich nicht verabschieden. Es ist immer noch ein Ausgang. Es ist immer noch ein Ausgang. Man kann ein Ausgangs-Titeln machen. Wie sich die Opel zu haben. Wie sich die Opel zu haben. Wie ist ein Ausgangs-Titeln. Wie ist ein Ausgangs-Titeln. Man kann sich besser mit einem Ausgangs-Titeln. Alles hilft. Ja, das hilft, das hilft. Ich bin ja nicht so, dass ich das kreis. Wie gesagt, wir haben wir die Strategie super in den letzten Jahren. Es gibt viele Spieler, aber noch in den letzten Jahren noch nicht mehr. Vielleicht nur noch einige Schritte, werden die Masse-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis. Und er hat 2 Minuten für den Independent Simracer. Ja, sie haben sehr schweres Tempo, 3 Sekunden. Aber Mateus hat auch nicht ganz geniales Tempo. Ich denke mir, dass es sind. Nein, aber 2 Minuten dauern, in den letzten 2 Stunden, mit dem Schluss, vielleicht noch etwas passiert. Aber es wird schon schwer, wenn man so sagen, Ja, ich weiß, dass das Kostaden ist. Ja, es ist ja auch so. Ja, wir haben einen Boksen-Boksen-Boksen. Ronny, Heiner, auf der Annotox 1. Ich glaube, dass wir die Annotox halten müssen. Ich glaube, dass wir die Worte der Boksen-Boksen-Boksen haben. Ja, ich glaube, dass er auch das Boksen-Boksen-Boksen ist. Ich glaube, dass der Boksen-Boksen-Boksen hat. Wir sehen uns in ein paar Minuten. Wir sehen uns in ein paar Minuten. Wir sehen uns in ein paar Minuten. Wir sehen uns jetzt. ак agiert zu tiefem bow a chabного Ja z tego co pamiętam to chyba raz je Mateusz zjechał makeup konrad komentowaliśmy to była podobna sytuacja ten jeszcze zespołem nie przepraszam to nie chodzi o nasz zespół tylko zespół skype tak сн spiritualn trwa że opun archive pęcowa nie. Das ist, wenn es in der Terrarie ist, dass die Samupte eine gewünschte Reaktion haben. Aber mehr als 45 Sekunden für tanken. Und wenn es sich um den, dann 30 Sekunden ist. Das ist, dass es noch zwei Pitlainer ist. Das ist ein paar Minuten. Grubo über eine Minute. Wenn es sich um 2 Minuten kann, dann kann es sich um den, wenn es sich um den. Mariusz Baird ist in den letzten Rekanien und sieht, ob er die Lider ist. Wir sehen, dass er hier ist. Ich habe hier noch nicht gesehen, dass es hier war. Man muss sich hier manchmal fragen. Aber gut, dass die Kieler sind. Wenn man leichter wird, kann man nicht mehr überrascht. Aber wir sehen, wie wird die Straten zwischen den beiden Straten. Ja, dass die Wild Motorsport noch nicht aus dem, was ich gesehen habe. Es ist nur eine gewisse Straten. 18 Sekunden in der Zeit traten, aber wir müssen jetzt alles zurückkommen. Schade, dass sie sich nicht mehr zwischen sichern. Dass sie vielleicht auch eine Walken durch die Schaden. Wir haben hier auch eine solche Situation. Andra Leikam zu einem gewissen Schaden, der ist in der Klassifikation, aber es ist vor allem gegen ihn. Ich bin auf dem Platz. Wladenswawa Brulaka, der E-Curier mit SimMotosport M.R. auf dem Platz. Ich bin nicht auf dem Platz. Ich bin nicht auf dem Platz. Die Kugel-Przebundin wird immer wieder. Aber nicht jeder kann sich die Zegelung. Ja, wie ich gesagt habe, sie sind auch auf die Position. Aber wir haben noch zwei Stunden. aber vorher noch ein paar Stundenorno. Ein Maler nahe es an 2-hör-w bother, aber wenn man sich je an 2-hör-wur gericht, ist vielleicht ein bisschen mehr ein Ding. Ja, etwas anderes ist, wenn man wieder um 2-hör-wur da ... ... es geht ... Ja, das ist etwas anderes, wenn man 24h und 2h ist, wenn man nur 2h ist, wenn man nur 2h ist. Hier ist der Skype. Der Treib Nummer 191 Wird in einem 3,5s im 3,5s in einem 3,5s sind 3,5s aber es sind 2,5s Es ist 3,5s Es ist 3,5s Das ist aber jetzt Es ist schon sehr schwierig. Ja, es war ein PF, ein paar 10 Minuten. Das ist eine Strata von 4. Das ist nur noch etwas zu erreichen. Aber jetzt sind wir schnell. Tomek ist schnell. Ja, es ist noch Mateusz. Ja, Tomek ist noch nicht. Es ist schnell schnell. Nein, hier in den KFZ-Tail Ich habe hier in den KFZ-Tail Ich habe hier auch noch einen KFZ-Tail Nein, hier war der KFZ-Tail Das war der KFZ-Tail KFZ-Tail hat eine spezielle weiße, 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 weiße Ja, ich habe mich nicht mehr Ich habe mir gedacht, dass es schon mal ist Das ist Ja, wir gehen. In der Boxen habe ich SRF Racing, Frank Filsen, der ist 11. Er ist sehr sicher. Ich habe noch ein Team für die ersten Räste. Ich habe zwei Vorwärme, die in den ersten Räste sind, aber ich habe zwei Räste. Ich kann nicht mehr die ersten Räste nicht mehr tracen. In der Boxen ist ein Team GT Racing, Eduardo Garcia. Das ist ein Team, der sich selbst verabschiedet hat. Wir haben einen ersten Räste, in der ersten Räste. Ich bin jetzt auf dem 21.000. Ich habe auch noch Martini Racing. Er hatte Probleme mit dem ersten Fahrzeugen. Er hatte noch nicht mehr Probleme mit dem Schrauben. Er ist 48er Räumen. Der Team Satelita Racing und Nr. 121 V12 Racing Team haben sie wohl nicht mehr zurück in der Rivalität. Ja, ich war schon wieder in der Klasse. Ja, ich war schon fast nicht. Ja, ich war schon fast nicht. Aber ich war schon noch nicht. Was ist interessant, dass der Klasse ist, der letzte Klasse ist, der hier ist im Klasse, der in der Klasse ist, der jetzt nur 302, hat es noch weiter geht. Ja, ich habe noch nicht so viel Zeit gemacht. ich habe 2.21.500. Es ist nicht ein geniales Zeit, aber wenn du das 2, der traci 150 krank, dann... Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, wie sich die Geschichte kreiert. Wie macht es, dass sie sich auch noch nicht mehr so machen. Ich weiß, dass es mir noch einen 2, der sich verabschiedet hat. Das ist nicht möglich. 50 krank ist ein paar Stunden, also nicht caue 2 Stunden. Das ist das ihr Ziel. Ich kann mich nicht mehr darüber nachdenken. Es ist möglich, dass sie sich verabschieden haben, aber wenn sie sich verabschieden, dass sie sich verabschieden haben, dann wird sie sich verabschieden, dass sie sich verabschieden haben und sie verabschieden haben. Das ist immer noch etwas größtes in der Statistik. Ja, ich möchte nicht auf das letzte Mal machen. Ja, klar. Wir haben auch in der Boxen einen SIEM Motor Sport. Przepraszam, SIEM Motor Sport. Ok, jetzt ist es gut. Hier ist mein Platz. Die Pitstopper haben sich sehr gut aus. Wir haben so zwei, drei Obrogerungen. Wir haben sie in der ganzen Welt. Das ist nicht so, dass wir keine Grenzen im Tor. Wir brauchen uns jetzt etwas. Ja, wir hatten nur ein, das war 6, was ich weiß. Aber es hat sich schnell geschlossen und nichts mehr ist. Die größte Gewalt sind ungefähr 5 Sekunden zwischen Fiederem und Willi Gravem. Ja, aber es sind 5 Sekunden und zwei Punkte. Das ist ein bisschen auf der Schauspieler. Musik Das ist eine große Herausforderung. Die Zeitpunkt nach vorne. No, als wir aus Schauspieler haben wir es nur eine Minute. Nur eine Minute, nicht nur eine Minute, sondern nur eine Minute. Wir haben jetzt ein paar Ziele mit den Mottorsport-Mottorsport-Mottorsport. Das ist wie gesagt, wir sind jetzt die Annotox-Wertreite durchschnittlich. Ja, wir haben einen Auslöser, in zwei Minuten. Ja die gemeinsamen Runde Im ich KFZTL Mit dem ich KFZTL ein Fertig zu ziehen Ich bin ein Fertig Das ist ein Fertig von 2.2 Ja ich 3y 2.21 Myślę, dass die Runde sich einfach verhoben Ja das ist eine gute der Nottox 2.18.7 Das sind die größte Stawke in der Qualifikation aber in der größten Stawke nicht mehr als 2.3 Städte in vielen Städten sind ziemlich schlecht weil es sind 2.19 Duwes 2.19 Ich habe noch nicht 2.19, aber wenn ich 2.18 jemand schreit, dann habe ich vielleicht 3-4 zespoe. Das ist 5.18. 5.18. Das ist nicht so sehr, dass es nicht so sehr einfach. Ja, aber es liegt einfach auf diese Zeit, wenn wir 2.20, das ist ziemlich ziemlich viel tempo. Ja, ich habe noch 2.19. Ja, aber es ist noch besser, weil er kann man normalerweise fahren mit 2.20 Meter fahren. Und er hat es mit 3.5 Meter fahren, das ist sehr wichtig. Ja, der Team ist sehr ruhig. Und der Freewide Motorsport ist jetzt in 3.5 Meter. Ja, aber es sind nur 11 Sekunden. Ja, es sind noch 15 Sekunden. Ich bin jetzt mit Feeder. 18 Sekunden. Das ist eine Verlöden, die man sich selbstverständlich hat. Aber es ist eine Strate, die man kann auch noch ausprobieren. Ja, 2.9 Uhr. Ich hoffe, dass zwischen den beiden Zespoern, dass es noch ein paar Mal 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 ein paar Mal. Das ist ein paar Mal ein paar Mal ein paar Mal ein paar Mal. Ja, das ist ein paar Mal ein paar Mal ein paar Mal ein paar Mal ein paar Mal. und dann wird es noch nicht mehr als 1. Aber ich hoffe, dass wir noch ein paar Malen Ich glaube, dass Notox-Leader hat eine komforte Situation, wenn man es sagen kann, um 2 Stunden vor dem vor dem als jemand ein paar Stunden nach 12 Stunden war nicht so komfortabel. Wir haben wir noch eine solche Skypad-2. Ja, Notox hat sich als ich sagen, ich habe da sehr viele Probleme, und ich glaube, dass Siem Racing Play-Infiel ihm auch hilft. Ich habe das mit dem, was ich mit Sebastian zu sehen, in der Notox hatte ich einen Moment in Pitstop. Sie müssen mit dem Escape-Infielstuern. Aber ich glaube, dass die Restart-Infiel sehr Notox-Infiel sehr hilft, und sie dann zu verbessern. Manchmal muss man Glück haben, um die Restart zu erreichen, um die Restart zu erreichen. Ja, in den letzten Restart haben wir, weil wir in den letzten Restart starten haben, als Duble-Wan haben, und wir verloren haben. Aber wie gesagt, dass das Glück ist, dass das Lippen ist. Ich weiß nicht, dass er sich in den Boxen ist. Ich weiß nicht, dass er sich in den Boxen ist. Das ist jetzt, ich bin jetzt in den Boxen. Hier ist ein Buk, die Schiene auf der Seite, wenn jemand nicht auf die Seite des PIT, wo man sich nur auf die Seite, dann kann man einfach auf die Seite gehen. Das ist nur eine Textur. Das ist nur eine Textur. Das ist nicht so gut. Das ist interessant. Aber ich glaube, es hilft mir nicht. Ich glaube, es hilft mir nicht. Es ist besonders, wenn jemand eine Perfektion hat, jeder litre auf die Richtung, kann man sich wirklich tragisch machen. Das ist so. Ja, ich glaube. Ich glaube, es ist nicht so. Es ist besonders in einer Situation, Das ist eine Situation, wo es nicht nur gewiss, aber es kann man sich nicht mehr zu machen, aber es kann man sich lediglich zu machen. No, Mateusz hat das 15. Aber es muss sich alles beuradet werden, wenn man sich das, wenn man sich das auch nicht mehr zu machen. Und schuldig ist die Straten, es sind 12 kunden. Wir haben auch die Räumen für die Räumen. Wir haben die Räumen nach 23,5 Stunden. Wir haben wir drei, drei ... Wir haben die drei ... Wir haben die drei Probleme, und die zwei Probleme beim Verlusten. Und für jeden Tag war es für 10 Minuten. Wir haben auch die Räumen aus dem Rolls. Wir haben auch die Räumen aus dem Rolls. Wir haben die Notox 2. Ich habe auch 2, aber hier ist sehr weit, 24. Aber sie haben Probleme, dass sie zwei Mal haben, in der ersten halben Stunde haben sie es versucht. Es war ein bisschen weniger aus dem Team, der sie jetzt in der Zeit. Aber ich weiß nicht, was es tun würde, wenn sie nicht die Probleme haben. Ja, das war also durch die Wörter für alle Wörterleute, die wir uns nicht genauer wie uns im Raum der Wörterbomst war. Und hier zwischen dem zweiten und dritten liegen noch nicht. Durch die Räte gab nicht mehr, nur 18 Sekunden an 8 Sekunden, aber auch an sich in einem Stamm-Pozum. Das ist definitiv die größte Das ist die größte zwischen dem mit dem dem aber muss man auf den die die sind die 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 Du hast dublew? Du hast dublew? Ja. Dublew? Dublew? Ja. Dublew? Ja. Dublew? 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 Wartoś taki przygotowy daty i samochody GT, to jeżeli ktoś by spotkał się z GT z prototypów Borush to tutaj naprawdę mogłoby być nieciekawie. Tak, to nie dochodziłoby, podejrzewam, do ogromnych wypadków. Tu na dublewalnie można stracić sekunda, półtorej, może dwie, w jakiejś ekstremalnej sytuacji, a w prototypach się dublew to można je 5 sekund stracić, w sekcji szybkich zakrętków złapie kogoś na przykład. Ja, das ist. Die Prototypen sind eher delikatne. Es ist schwer, dass es sich um die Kontakt zu retten. Ja, das stimmt. Die GT-Tek sind eher aufhörte. Nein. Und die Kirchen ... 2.19.5 ... Deshalb direkt ein 2.19.5 ... ... aber nur 1.3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, es ist ein sehr guter Tempo. Die nächsten Kieler von 4.0 nach unten mit etwas weniger Tempo sind auf der Tor. Ja, ich glaube, dass Toks vielleicht noch ein bisschen weiter aber sie müssen nur noch ein Hinweis und keine technischen Fallen und keine Probleme. Ja, ich glaube, dass sie nicht mehr Probleme haben. Das wäre Ich glaube, das ist nicht fair zwischen dem Team. Sie haben viel Arbeit gemacht bei der ganzen Vizikationen, während der ganzen Vizikationen 24 Stunden. Das ist nicht so, dass sie sich für das Vizikationen haben. Mit der Vizikationen, wie sie haben, dass sie über die Vizikationen haben, dass sie einen Tag um 2 Minutenen, so ist es sehr schwer. Ja, ich glaube, dass sie sich das Vizikationen haben, wenn sie diese Vizikationen nicht gewonnen haben. Ich weiß nicht, dass es sich auf die Zukunft zu verabschieden ist, weil wir jetzt den Weg gewinnen haben. Ich weiß nicht, was wir tun können. Im Boxen haben wir RML Racing, der aktuell ist auf 10. Ja, wir haben wir, ich bin auf der Liga. Wir haben wir, als wir die Liga sind in der Liga. Das sind die Räumel und das ist die T-Shirt. Das ist der Liga. Sie sind die T-Shirt. Aber sie sind die T-Shirt. Aber sie sind die T-Shirt. Ja, der Problem ist, dass Rift-Termin, der wir nicht immer gut zeigen, dass es nicht gut ist, wie es ist. Es ist vielleicht schwer, wenn wir uns die Strategie nicht nach der Beziehung auf die Beziehung auf die Beziehung. Genau, das ist. Das ist ein schönes Okrängchen, es ist jetzt sogar über 2.19 Uhr, so sieht man, dass sie nicht auf dem Temp haben. Ja glaube ich, dass es sogar ein Problem ist, denn ich weiß, dass wenn ich das Gefühl habe, Das ist ein bunt, das ist ein bunt. Natürlich kann man nicht mit einem Rhym-Ryzykern, aber es gibt keine Gedanken, dass diese Gedanken zu haben. Man muss sich die Zeit auf die Zeit zu verändern, um eine sehr starken Psychik zu ermöglichen, um ein wenig Zeit zu verlassen, um nicht zu gehen, um 16% zu beenden, um nicht zu beenden. Ja, es ist besser zu gehen auf 90% Es ist nur ein Rhyzer, aber es ist nicht so gut. Es ist die größte Chance für einen Punkt. Ja, es ist ein ganzes Tempo. Es ist ein ganzes Platz. Aber wenn es 90% ist, wird es nicht so gut. Und jetzt sehen wir, dass es auf 3. Platz ist. Vielleicht haben wir hier ein Problem mit Lifetiming. Wir erinnern, dass der Polen Skype, wenn ich das, auch auf 8. Platz ist. Und dann haben wir diese Situation. Es ist klar, dass es in Lifetiming ist. Ich weiß, dass er in den letzten Sektor ist, dass er sich in den letzten Sektor befestigt hat. Ich weiß, dass er noch nicht zurückkommt. Aber wenn er nicht zurückkommt, wird er nicht sehen. Er ist auf 3.0, aber er hat nur 20.6. Und er hat es gut gemacht. Ich weiß, dass er nicht mehr Probleme ist. . 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 Wir sehen wir, dass wir jetzt in der ersten Runde kommen. Ja, das ist. Das ist alles. Ja, der Freewide, das letzte Runde, ist nicht wahr, aber es wird schnell aus der Runde. Und der Runde ist die Runde. Das ist die Runde. Der Runde ist in der Runde. Der Runde ist der Runde. Das ist der Runde. Das ist der Runde. Das war der Zeit von der ersten Start-Wir weil ich das letzte Zeit für die Fahrt auch noch zu Notox und das war noch mehr Zeit für 40 Sekunden. Ich habe eine 1, die ich sehen. Ja, genau. Ich kann sogar noch auf dem LiveTiming sehen, dass die Fahrer sehr nühe 2.18, weil die Kfz-Tailer Ja, das ist das für einen Rönen-Roll in einem Rönenberg. Ja, also ist es, wenn man sich über den Themen schafft, wie man macht einen Rösen-Roll in einem Rösen-Roll sieht, ob man mit einem Rösen-Roll auf 2.0 und ein Rösen-Roll auf 2.0 und ein Rösen. Ja, also in Rösen-Rolle ist das Zeit, aber die Probleme noch sind sehr weit. Wir haben auch in den Boxen von Banzai Motorsport gespielt. Sie sind in der Freude mit unseren Freude. Wir haben noch einen 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 Freude. Es ist schwierig, dass er das Beste ist, weil jetzt 40 Minuten er ist und nicht mehr Zeit, dass er so viel lepszych tempo ist, wie es wird. Wir sehen, wie es sich alles unter den Kommen wird. Ich hoffe, dass es noch keine Restarten gibt. Ich würde mich über den Kommen haben, weil ich ein Restart habe. Ich glaube, dass es sich interessant macht, wie es war der Sprint, bei der letzten Stunden. Das könnte es vielleicht interessant sein, aber ich glaube, dass einige nicht so viele von diesem Faktor sind. Choćby Leader. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass es so wichtig ist, dass es so wichtig ist. Das war es nicht so gut, aber ich weiß es nicht so gut, aber ich weiß es nicht so gut. Es war in der zweiten Spiele des Skypes, Christian Nalepa. Ich weiß nicht, dass wir einen sehr guten Spiele hatten, aber wir haben noch einen sehr guten Kontakt. Es war ein Spiele, 2. Ich weiß nicht, dass es sich etwas er hat. Ja, der war droblich. Wir haben uns sehr schade, aber... Im sich das besser bettetig, aber dann geht es weiter. Ich habe das Problem, dass es sich trug. Ja, das ist manchmal so, dass... ... die Leute, die ... ... 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 Ich habe mich gefühlt, dass zwei polnische Spiele sind so großartig in der Klassik. Ja, zwei Spiele sind, drei in der Klassik. Ja, aber ich habe es komplett nicht geschlossen. Ich glaube, dass in Sub-Lin in einem Jahr, bis zum 1,5 Monat, bis zum 1,5 Monat oder bis zum 1,5 Monat, bis zum 1,5 Monat, bis zum 1,5 Monat, bis zum 1,5 Monat. Ja, vielleicht haben wir vier V1-Zespochen. Und ja, natürlich, bei Sub-Lin in Sub-Lin wird das noch Kieler Sport Holland 2. Ja, ja so richtig, ich möchte das auch вспомнить. Das, was ich gehört habe, wird das sehr starkes in diesem Spiel. Ich weiß, dass ich zwei Kieler haben, Ich weiß nicht, ob er wird der 3. Vielleicht wird der Schwager? Nein, ich weiß nicht, wie es wird. Aber er hat sich auf das, dass es sehr gut ist. Ich freue mich, dass sie sich auf eine höchste Position haben. Aber manchmal ist es so, dass ein starkes Squad nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass ich das Gefühl habe, als wir in einer League-League-League-League-League-League-League, Es gab ein paar guter Kieler und wir nicht mehr als 100% spielen können. Ja, aber es sind immer noch ein Schwieriger und 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 ein Schwieriger. und wir uns nicht helfen, dass wir uns die Tupuy machen können. Aber hier ist ein Disconnected. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen ein ZEASD. Das ist kein ZEASP. Das ist ein ZEASP, das ist ein ZEASP. Aber vielleicht nicht im Instagram-Geräusch in diesem Moment. Das Auto ist in der Box, von dem, was sich orientiert. Er Factor informiert, dass der Auto bleibt im Boxen, aber es ist wahrscheinlich nicht in der Praxis. Man kann sich nicht auf das, von dem, was sich orientiert. Wir sind in der 6. oder 5. Wir sind in der 6. oder 5. Das ist ein Sport Pech. Aber ich denke, dass sie nicht in den ersten 10. Wir werden in der 1. oder 12. In der 12. oder 11. Wir müssen jetzt schon 4-5 Schröte. Oh, wir haben jetzt schon wieder zurück. Aber jetzt wird es wahrscheinlich auch die Karre. Die Zeit wird es schon etwa 10 Minuten auf der Bokse. Daher müssen wir 5 Schröte aufstehen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe es nicht gesehen, dass es nicht nur auf die Bokse ist. Ja, das ist. Die müssen wir uns in der Finder finden können. Ich glaube, dass ich das Bokse zurückgekehrt habe. Ich glaube, dass es 3.2 ist. Wir sehen, dass es in 10 Minuten wird die Situation auf der Tour. Wir haben auch Probleme mit C-Motorsport. Das ist auch in der 26. Platz. auch Disconnected. W ostatnich etapie tego wyścigu haben wir probleme. Es war wirklich gut. Ich habe nicht in Serwer, ich kann nicht zeigen. Ich habe nicht in anderen Fahrzeug. Ich muss jetzt jemand aus dem Fahrzeug aber sie nicht mehrmals aus dem Fahrzeug. Jetzt müssen wir in diesem weil sie nur eine Escape zu machen und zwei Mal haben sie Disconnected. Das ist praktisch 30 Minuten in der Boxen. Ja, also 30 Minuten ist es sehr schwierig. Ich weiß nicht, dass es nicht alles zeigen, wie es gibt, wie es die Karte betrifft durch die Regisseur der Regisseur. Denn Lifetiming zeigt oft nur die Dinge, die sich aus vorherigen Restart haben. Annotox, 2.18, 200 na ostatnim okrężeniu. A widać, że w trakcie tego, jakby można powiedzieć, że etapu wyścigu od poprzedniego Disconnecta ma teraz właśnie najlepszy czas okrężenia. Musiał się stać kilka okrężeń temu albo nawet w poprzednim okrężeniu, 2.18, 144. Tak, to widać, że było na poprzednim okrężeniu. A w tym momencie 2.13, 145, 1.000 zł gorzej, to jest regularne. To jest świetne tempo po prostu. Trzeba też pamiętać, że nie są takie wielkie pieniądze, ale jest kilka tysiąc za niższy przechrożenie wyścigu, więc pewnie dlatego Roni tak ciśnie teraz, żeby właśnie zdobyć to niższy przechrożenie. Ciekawe, czy uda mu się zejść na poniżej 2.18. No to są niby tylko 0.2 sekundy, żeby się poprawić, ale no już z takim tempem, no z taką, tak wyśrubowanymi czasami może być naprawdę już bardzo ciężko. Tak, on sobie nawet może pozwolić na podkręcenie trochę boosta i trochę zaszaleć, bo nawet jeszcze będzie musiał dodatkowy pit stop wykonać, to jego tenucy będzie kosztowało. Ciekawe właśnie na jakim buście aktualnie porusza się na torze. Mam nadzieję, że na trzy, bo jeśli on robi takie czasy na buście na jeden, to nie ma nadziei. To naprawdę to wtedy fenomenalnie. No drugi zespół KFZ Taylor, który również ma świetne tempo 2.19, 160. Tak, traci. Tak, 3 wide. Po tym roku potrafią, ale zyskują. Ostatnio kupujemy ich trochę wolniejsze, ale już 13 sekund potracą. Tak. W tym samym życiu może udać im się dogonić. Nawet może to być w najbliższych kilkunastu okrążeniach. Miejmy nadzieję, że tu zobaczymy walkę jeszcze. Po raz kolejny o tym wspominamy, no ale liczymy na jakąś walkę na torze, ponieważ brakuje nam trochę takiej bezpośredności. Te sytuacje, które zastaliśmy, no niestety kierowcy oddawali pozycję bez walki. Nie musieliśmy nic ciekawego zobaczyć. Tak, no niestety wyściekła, bo to są cały bardziej, niektórzy stawiają na dojechanie i bez wątpliwa zdanieć na walkę o każdą pozycję. Zobaczymy, kiedy mają wyjechać. Right, nothing is that I was that I was that I was the third. It's 2nd alphabet. Wtedy. No, zobaczymy, kiedy mają wyjechać. 851... Yyyy, why not? No, więc jeszcze tu jest około 7 minut postoi w boxie. No, bo nie. Ich glaube, dass sie 7 Minuten sind, das ist nicht zufrieden. Wenn man ein paar Sekunden ist, dann ist das viel, aber 7 Minuten ist das viel. In der Boxen ist auch Ecurias C Motorsport. Ich glaube, dass sie vor kurzem auch in der Boxen waren. Ja, sie sind in der Boxen. Also haben sie Probleme. Ich glaube, Escape hat 7 Minn im Bokse Es ist so, dass Schwider auf eine Art und eine Position höher ist, weil Equivate ist nur für zwei Okränge. Wir haben mehr mehr. Wir haben zwei Schrauben auf der Karte. Und die Independent Simrace hat sich gerade auf 8. Es ist schon kurz nach 11. Wir haben noch etwas in der Karte. Ja, ich bin sehr nahe zu einem einen Schrauben aus dem Bokse. Ich bin ein Schrauben und ein Schrauben aus dem Bokse. Ich bin mit einem Ruhm-Ruhm-Templem, mit einem 1.000 Euro für die Unterschiede. Ich habe einen Ruhm-Ruhm-Templem gesehen. Ich habe einen Ruhm-Ruhm-Templem gesehen. Ich habe einen Ruhm-Templem gesehen. Ich habe einen Ruhm-Ruhm-Templem. Ich habe einen Abschluss, mit einem Server und es geht. Ich habe diese gut hinterher Beцу. Ich weiß, dass es ein Veränderung ist. Das ist wie ein Veränderung. Ich glaube, dass es ein Veränderung des Veränderung ist, weil es nicht mehr Veränderungen ist. Vielleicht ist ein Veränderung des Adminen? Ich weiß nicht, dass es ein Veränderung ist. Vielleicht ist es das so. Wir sind Sie da, was es passiert? Wir haben tatsächlich eine Veränderung. Ich weiß nicht, dass uns hier jemanden kommt. Ich informiere. Sobald, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.